Warte, dann mach ich hier noch Push to Talk gleich wieder rein. Ja, schöne Redeems auch wieder. Hab ich grad mal schnell nochmal rumgebastelt. Wer war's denn? Wer? Ich muss grad mal die ganzen Fenster erst sortieren hier. Da, 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 da. Da, zack, da, da, ach, da, Don. Don Moo. Kevin, hallo. Die Netti kommt doch noch dazu. Die ist grad noch ein Happen im Essen. Hat sich jetzt überschnitten gehabt. Hab ich hier In-Game-Sound hier? Ja, hab ich. Gut, dann. Dann laden wir den Don mal ein. Geht das hier? Ach, ich muss erst jetzt, das vergesse ich immer. Ich muss erst hier die Lobby aufmachen, ne? Da, in Lobby einladen. Dann da wieder Push to Talk rein. So. So. So, und dann geht's weiter mit dem Kostanthuskopf. Da, wo, 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 da ist er, genau. Ja. Zu warm werden, erst irgendwas? Oder direkt voll rein? Nö, voll ins Extrem. Warte, ich muss nur noch schnell Profil ändern. Damit Netti dann gleich noch ein paar einfache Runden erst machen. Die wollte, dass ich ihr die Geräte und alles nochmal erkläre. Jo, kommt von mir aus. Aber es ist, wie gesagt, die Chance zu sterben ist genauso groß, ne? Also er ändert sich überhaupt nicht. Das Einzige ist, dass das Zeug mitkommt. Ja, eben, eben. Aber gerne. Ich hab hier, äh, äh, Eagle nochmal eine Message geschickt, wenn der Lust hat. Aber ich glaub, dass bei seiner Familie da noch nicht antwortet. So, ready? Ja, ich warte grad auf USA, äh, da. Extrem. Okay. Mike, hallo, Basir, 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 wie spricht man's? Hallo, hallo. Ah, du holst die Knarre. Schauen wir mal, ob ich heute das Buch sehen kann. Ich wollte, eigentlich hab ich aber jetzt vergessen, mal, äh, Steam reparieren lassen. Ob da irgendwas kaputt ist bei mir. Weil ich sehe ja nie, ob das ins Buch geschrieben wurde. Also ich hab, jetzt bitte mal ein paar, äh, Streams geschaut. Ich hab das selbe Problem. Bei dem einen stand es im Buch, bei dem anderen nicht. Und dann stand es aber an der Wand. Das heißt, dass das wahrscheinlich fehlerhaft ins Buch eingetragen war. Ne? Weil es an der Wand stand. Also merkwürdig. Aber du musst drücken. Ich hab hier das schwere Gerät. Warte mal, äh, muss ich noch was nachkaufen? Vom letzten Mal. Ja, gute Idee, mal gucken. Oh, zehn, ein Räucherstäbchen fehlt. Geh mal gehofft. 20 Marien, 20 Kreuze, passt, ne? Ja, ja, das reicht. 19, äh, ein Räucherstäbchen fehlt, genau. Räucherstäbchen, Salz und so ein Kram, hab ich immer zehn. Jo, 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 jo. Wie alt, denke ich gut. Gestern wieder eingepennt am Sofa. Oh, klick, 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 klick. Da sind schon mal ganz viele Items gefallen. Ängste Jäger genau, Rainer. Heute ist, Nettie ist gerade noch essen. Und dann, oh, cool. Oh, nix da. Der Sniffer und die, oh, die Schrotze ist da. Die Kamera. Das ist, ne, das ist nicht, okay. Ich schmeiße dann erstmal hin ins Körper, ne? Jo, mach erstmal Marien wieder. Was sollst du? Drei Maria, sich drei Kreuze und andere. Ich hab schon mal das, dreimal. Hier liegen noch die Kreuze. Äh, geht schon gut. Machst du vorne, machst du links oder wo gehst du hin? Ich mach, äh, links, äh, Maria und Mitte Maria. Dann fehlt jetzt noch, ne? Nee, äh, Maria, äh, links fehlt jetzt nur noch. Rechts ist fertig, links fehlt nur noch ein Kreuz. Hm. Licht, es werde Licht. Ich spore uns mal jeden noch eins. Du, wo fehlt die Kreuze noch rechts? Ja, siehste doch gleich. Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich hab mittig halt. Da, da liegt auch hier, okay. So, was hast du alles gespawnt? Jetzt gerade noch gar nicht. Ich hab die Kamera, die ich geklaut hab, hab ich dabei. Ich hab hier ganz fiese Störungen direkt im Raum. In der Kamera. So, Geisterbohnen, Geisterbuch. Gefahrensensor, brauchen wir nicht. Ektarismusbuch. Sofortbild. Ich sprone einfach alles. Analysegerät. DMF. Kamerometer. Geist, bist du hier? Geist, kannst du an der Tür schließen? Einen normalen Foto? Boom, 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 boom. Grün aufrechtgehend. Okay, Poltergeist oder Dämon. Das macht's einfach, wenn wir die... ...Madonnen wegnehmen. Oh, Foto hat nicht gezählt, verdammt. Geist, zeige dich. Geist, wo bist du? Hallo, ne, die, bin gleich da, Jojo, kein Stress. Was hast du jetzt dabei? Ach so, ich habe jetzt die Kamera, äh, EMF, und, äh... Warte, warte, warte. Wieso habe ich das auf Wartbildkamera? Die wollte ich gar nicht. Na, egal. Wo willst du ihn hinstellen? Irgendwohin. Du holst doch deinen bestimmten Orwegen-Eingang, oder? Ja, ist das, wo es ist in der Haus? Ich weiß nicht, das war ein Quietschen von der Tür, eh, oder? Toni, hallo. Ich habe noch nicht mal einen Kurs. Geist, wo bist du, Geist, zeige dich. Geist, zeige dich. Oh. Guck mal, eine Böhne geplatzt. Die Sandu? Ach, die Sandu, die ist nicht da. Habe ich gerade schon geguckt mit der Kamera. Gmf3, 4, wo ist er? Hier im Flur, er klebt er an der Wand. Bleib mal hinter dir, ich habe kein Kreuz dabei. Gefährlich, das Boden bestimmt direkt hinter dir, wie immer. Ja, deshalb sage ich, ich klebe dir am Arsch. Hier, irgendwie, Dreirad ist da? Nein, kein Mal. Da ist er direkt hinter mir. Ab, 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 ab. Temperatur ist nix. Ja, oder? Das ist gut. Also, 3 bis 4 haben. Da hat noch nichts gesagt, dann würde ich erst mal auf Polter tippen. Ich hole mal den Kurs und Dünnster. Hast du auch gespawnt? Ja, ich habe alles. Irgendwo hier zwischen, da ist sie, okay. Ja, ja. Johannes, hallo, hallo. 17% haben wir. Da hast du schon mal, dass er sich gerne anspringt. Also, bevor wir den killen, hole ich jetzt mal den Urkuchen. Geist, bist du hier? Geist, wo bist du? Geist, kannst du das Licht ausmachen? Weil, wenn es schon so einfach ist, dass wir Dämon haben, da können wir auch... Geist, kannst du mich hören? Geist, hörst du mich? Geist, hörst du mich? Alter, das Foto hat auch wieder nicht gezählt. Was musst du denn machen, um dir zu fotografieren? Geist, wo bist du? Ich habe keine Ahnung. Geist, öffne eine Tür. Geist, öffne eine Tür. Geist, kannst du eine Tür öffnen? Das warst du jetzt, ja? Pass auf, da hinten steht da. Macht er nicht. Also, Box, sag ich mal, funktioniert nicht. Jo, Hope, gerade ist nur Don dabei. Grüße von Hope wieder. Und Nettie kommt der Stock dazu. Hier, das Dreirad ist unsichtbar. Mach, mach Fotos mit deiner Kamera. Gar nicht, doch nicht, ich habe da keine mit. Ach so, hä? Ich habe hier auch Kunstliefer und... Warte mal, ich mache noch mit dem Mail, ich gehe noch mal mit dem Mail drauf. 8,6 aber nur. 12,8. Ja, ja, ist normal. 8,8 ist für, äh, occulte Gegenstände. Ah, die Haustür zugemacht. Der hängt an mir dran hier. Hall ab. Das ist ein Poltergeist, der stinkt sauer, weil wir sein Gerät gefunden haben, da. Ja, warte mal. Ich hole noch die Sofortbildkamera. Frauenbauer, genau. Ja, Nettie war nicht so von dem Spiel begeistert, weil es auf Englisch war. Aber jetzt gibt es das ja seit ein paar Tagen auf Deutsch. Sofortbildkamera haben wir noch keine. Doch, ist eine gespawnt. Aber die liegt vor der Haustür. Ach so. Ich schmeiße dir mal Zeug runter, das ist alles verflucht. Oh, der mag mich gerade nicht. Ich habe mir schüttelt die Tür hinter mir zugemacht. Was? Wo hämmert ihr denn jetzt gegen... Okay. 1 N L 120 haben wir. Okay. Ich fühle mich nicht wohl, ich bringe meine Taschenlampe weg und hole mir ein Crucifix. Ja, ist mir gerade direkt ins Gesicht gesprungen hier. Gut, dass ich das Crucifix mit... Äh, Kreuz. Der ist stinksauer. Unsichtbares, verfluchtes Objekt. Hat er fotografiert? Verfluchtes Objekt, den du drunter geschmissen hast? Auch. Aber warum klappt das mit dem Geist nicht? Frag mich nicht. Der Geist ist hier oben, ne? Das weißt du. Ich trage ein Australrad raus und gucke mal, ob er jetzt gleich abog läuft. Wenn es ein Poltergeist ist, dann haben wir die Sachen klauen. Moin, moin, Biene. Wie gesagt, hier oben ist nur noch der Teddy. Du sagst, das ist aber auch verflucht, ja? Hinter dieser... Oh, ist egal, das Kreuz. Ja, der hat mir die ganze Zeit hinterher gerannt. Ein kleines Hundi. Aber das hat das Ding aufgehen, genau. Ja, wir wollen nicht die gleich noch mal von der Pika auferklären, wie das alles passiert. Ich habe mein Kreuz auszusehen fallen lassen. Ein Moment. Einmal so nett. Wo denn? Hier liegt's. Dankeschön. So. Error-Temperatur haben wir noch offen. Wo ist das Ding? Ach, du Scheiße, unter dem Kreuz. Äh, okay. Kamera steht aber im Flur. Das wundert mich eigentlich. Na, wieder alle am Gruseln. Genau, genau, genau. Daumen nach gelassen. Werde auf mir gleich geschaut. Danke dir. So, was hast du gesagt? 1P... 1P120, ne? 1P... 1NL120. Ja, also das erste, genau. So, was haben wir da hier alles? Salz. Tigerauge. Und Neutrino-Bistone. Äh, ich... Habe ich Error erledigt? Ne, ne? Ich habe immer vorbeigeschossen. Vorbei. Der Punkt ist rot, aber, äh, ich krieg' keinen Error. Bist du tot? Error hast du jetzt erledigt. Error erledigt. Ne, ich bin nicht tot. Alles gut bei euch. Jawohl, Hupenbarconia, oder? Ich bin, äh, Level 31, Rekonia. Äh, ich trage einfach mal ein. Ja, weil du so ein Haus, weiß ich ja nicht. Also gesprochen durch die Box hat er, hat er nicht. Also hier hat er gesagt, bist du hier, kannst du reden. Und so, das ist ja Stimme im Haus. Und Stimme war das ja jetzt nicht dieses Böhm. Das war immer so ein komisches Quietschen, ne? Hm. Ich lass mal aus. Ich, ich knall' erstmal so ein zweites. Äh, Buch haben wir noch. Äh, die Kamera müssen wir noch irgendwie, müssen wir uns noch was einfallen lassen. Soll ich noch mal eine große Form hier? Irgendwie werden uns kümmern umstellen, oder was? Ja. Oder müssen wir dies mittlerweile anmachen, ne? Ne. Guck mal, die steht genauso. Also, der ist jetzt schon zigmal die Treppe da runtergelaufen. Warum denn? Ja, ja, guck mal, der hängt ja drunter schräg an der Wand. Ich hab gezählt, hab keine Ahnung. Nein, ich hab gezählt. Sollte brauche ich einen Mod, nett, bei einem Zuschauer auf Twitch und 10 auf YouTube, kann ich das auch alleine moderieren. Also, äh, mach dir da mal keinen Kopf. Ja, mach dir mal diesen Pipa-Scanner hier mit, der nervt mich immer. Ja, machen aus, bitte. 1 N L L 120. Geist auf der Treppe, hier hab ich unsichtbares, verfluchtes Objekt, verfluchtes Objekt. Er hat so weit ganz gut, das funktioniert. Mit, mit der normalen Kamera hier, ne? Und auch ohne 80, äh, Modus. Tigerstein hat alles gelöst. Okay. Äh, gehen wir von, von Poltergeist aus, oder was? Weil, der hat nicht, hat nicht gelacht, ne? Ja, ja, Poltergeist. Und jetzt müssen wir noch eine Neutrinos bauen. Gekritzelt, ja. Neutrino, soll ich die machen? Wie du möchtest. Darf ich schießen? Ja, da liegt sie. Hm. Geister von Geisterbuch. Ich kann auf gut Glück wieder exklusieren, aber da müssen wir nicht, was für ein Hinweis das war, ne? Nö, lass ruhig mal warten, wenn das jetzt hier, wenn der jetzt nicht einen Fisch macht, dann gucken wir mal auf, wenn du auch noch aus den Stimmen im Haus, wenn du ihn über die Box fragst. Das ist doch ein einfacher, wenn du mit, also über die Box kam gar nichts. Total crämig. Mal, ich probier die Box nochmal. Aber. Das will er gerade nicht mehr, jetzt, warte, wo ich schieße. Geist, komm raus. Geist, bist du hier? Geist, wo bist du? Geist, zeige dich. Geist, kannst du mich hören? Durch in die Box, Geist. Geist, kannst du reden? Geist, bist du hier? Geist, rede mit mir. Das war, das nenne ich mal eine Stimme im Haus. Ja, das war mir nur, weil er jetzt verschwunden ist, oder? Keine Ahnung. Wo ist er denn jetzt? Oben, mal hier. Treppe nochmal runter. Geist, wo bist du? Geist, zeige dich. Geist, töte Don. Geist, kannst du mich hören? Geist, rede mit mir. Hier rechts im Raum habe ich ihn. Geist, bist du hier? Geist, wo bist du? Geist, rede mit mir. Geist, bist du ein Dämon? Dann lach mal ganz wies. Ich habe den getroffen, aber das sah weiß aus. Geist, lache mit mir. Lass mal auf Dämon umschalten. Ja, aber da müsste er lachen, oder nicht? Ja. Geist, bist du hier? Na, gucken wir mal. Geist, wo bist du? Geist, rede mit mir. Weiche. Geist, rede mit mir. Mach mal das Buch, bitte. Ja, ich habe ihn jetzt zurückgedrängt mit dem Kruzifix. Ich habe dir ganz oft rede mit mir, aber das sagt kein Wort. Ich hole mir Vorsicht, zahle ich mal ein neues Kruzifix. Habe ich gerade getan. Machst du das mit dem Buch und ich gehe mal mit der Kamera rum und so, ob es gekriegt ist? Mit dem Buch und der Finger, ja. Gut, gut. Mit was hast du für uns die Fotos gemacht? Mit der sofortbildkamera? Mit der normalen Kamera. Das von den Objekten hat funktioniert nur vom Geist nicht. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. Lass deine Seele zur Erde zurückkehren, lass deinen Körper zum Staub zurückkehren, so sei der Wille Gottes. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. Lass deine Seele zur Erde zurückkehren, lass deinen Körper zum Staub zurückkehren, so sei der Wille Gottes. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. Lass deine Seele zur Erde zurückkehren, lass deinen Körper zum Staub zurückkehren, so sei der Wille Gottes. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, befehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst. Lass deine Seele zur Erde zurückkehren, lass deinen Körper zum Staub zurückkehren, so sei der Wille Gottes. Ich habe das Gefühl, mein Mikro geht in Game gar nicht. Doch, doch. Testen Sie die Funktionen Ihres Mikrofons. Wenn nichts angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob das Mikrofon eingesteckt ist. Der ist auf Französisch. Du hast auf Französisch eingestellt. Ich rede Deutsch und er schreibt mir unten Französisch Text rein. Muss ich gleich nochmal neu starten. Wie heißt denn der Text jetzt auf Französisch? Oluwu. C-U- This place. Wir haben hier O-Obs. O-Obs, mit dem Kinderzimmer. Deshalb antwortet er mir aber auf die Box vielleicht. Ich muss hier vielleicht mal die Box holen. Ich habe aber auf Deutsch und ich habe auch gefragt. Warten zwei Mal dem ohne Lachen. Also wenn ich hier dieses Ingame-Dinge da mache, schreibt er mir, wenn ich rede, französische Texte unten rein. Also habe ich gerade eine französische Spracherkennung am Laufen. Obwohl mein Spiel auf Deutsch ist. Also müsstest du mal Geisterboxen-Buch ausprobieren. Äh, mir ist gerade wieder die Kamera runtergeflogen. Oh, das ist ein nervig, du machst die Türe auf, liegt die Kamera runter. Das ist so nervig. Au, ab. Wo waren denn die O-Obs? Äh, Treppe hoch, äh, rechts rum. Warte schon mal noch eine Kamera dazu. Kann ich auch mit Räucherstübchen räucherisch mal den Raum aus, oder? Ja, mit der O-Obs, genau. Äh, mit gehen die Lichtschalter in anderen Zimmern an, wenn du... Ach, was für ein Schnulli. Oh, und die Shops gehen ja wohl, machen wir mal. Muss Deutsch sein bei dir, sonst wäre das... Ja, aber siehst du ja, wenn man die Spracherkennung erkennt, wenn ich französisch rede. Oh, die Haustür ist zu. Testen Sie die Funktion Ihres Mikrofons, wenn nichts angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob das Mikrofon eingesteckt ist. Das ist hier, das schreibt mir nur hier unten, französisch kam rein. Hab ich jetzt ein Geisterfoto? Zwei unsichtbare Objekte hast du fotografiert. Ja, den Teddybären wahrscheinlich, der ist ja noch... Ja, aber gibt keine Sterne, okay? Komisch. Und in dem Raum sind auch die Orbs, wo der Teddy ist. So, das reicht's, ne? Ja. Boah, der verfolgt mich hier, der will mich unbedingt killen, ne? Jo, hier sind die Orbs. Kein Pentagramm, ne? Ja, hier auch keine Schrift. Ja, hier auch keine Schrift. Ich räuchere hier grad mal den Raum aus. Okay, räuchere ich schon was anscheinend nicht, wa? Jetzt ist er mit Weiß verschwunden. Oh, steht hier oben bei mir. Kein Gegritzel. Ursprung der Heimsuchung hab ich grad fotografiert, jo. Ich krieg den nicht in die Linke, ey. Ne, egal wie oft ich hier fotografiere. Okay, ich bin grad durch ihn durchgelaufen, lol. Ursprung der Heimsuchung. Geist, ich hab's geschafft. Ich hab endlich fotografiert, jawoll. Bei mir nicht. Drei Sternefoto hab ich. Nö. Das ist wieder cool. Ich hab noch ein Foto frei im Album. Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall mach das fun. Wir setzen das Objekt 7. So, was machen wir denn? Tun wir nochmal Flächen? Ursprung der Heimsuchung. Achso, ich muss ja lesen, ne? Ja, versuch mal. Weil, wie gesagt, wenn ich mein Mikro-Testingen hier mache, erkennt der irgendein Französisch, dass ich Französisch reden würde. Was? Ja. Ja, hier. Nehmen wir auch egal. Auf der Waschmaschine, was es ist. Wo, Quixote, Sa Place, je vous commande... Ne, lass mal. Englisch geht noch, aber Französisch ist ganz schwer bei mir. Hab ich zwar auch zwei, drei Jahre, in der Schule gehabt. Aber das muss nicht sein. Das ist auch wieder so geil. Okay, auf jeden Fall war da was. Hat geklappt. Ist er weg? Ne, weg ist er nicht. Er ist noch nicht ausgetrieben. Also, das Buch hat funktioniert, ist aber nicht ausgetrieben. Ja, noch mal nach gekritzelt suchen, ne? Ne, schlecht denn jetzt einfach mal. Ich denke mal, das wollte ich in der Haus. Gekritzelt habe ich alles durchsucht jetzt. Mit, äh, hab auch alles Licht ausgemacht, überall. Ah, wir haben noch ein Foto frei, ne? Wo ist das Buch? Im Flur hier. Fotografiert es einfach mal, ne? Nö, Foto sagt nix. Nö, 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 nö. So, wir haben ein Buch, wir haben Tigerstein, wir haben, also scheint doch ein Demo zu sein. Temperatur, warte mal, ich mach mal hier, wo ich es in der Haus. Temperatur war nix. Hatte mir gerade eine Tür zugemacht. Ja. Ja gut, oben, zum Beispiel das Auto, was sonst auf dem Regal lag, war runtergeschmissen. Könnte auch bei dieser. Das war ich, das war ich. Ne, ne, das war ich. Das war ich. Äh, du, wir müssen mal den Teddy oben noch fotografieren. Warte mal, das mach ich mal. Da wird der Flashcam, ne? Die hab ich gerade bei, ja. Oh, perfekt. Oh, komm, 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 komm. Oh, da an der Decke ist er. Ich halte mein Kreuz auf. Weiche, weiche. Oh, 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 weiche, geh weg. Ja, der wird immer stinkiger, merkst du es? Da flimmert die Luft. Aha. Wo ist der Lichtschalter jetzt hier? Oder ist das Licht kaputt? Wo ist der Teddy? Hast du den schon? Ach, ist der Teddy schon? Ja. Ach so, okay, ich komm wieder runter. Bin schön auf dem Ragsweg, der ist da direkt hinter mir, wenn du ihn suchst. Ah, der Moment, wenn man schnappelt hat. Ja, der stinkt rum, weil man sein Zeug wegschleppen. Und die Überreste sucht. Ja, okay, ich mache mal das. Ich habe nur ein Kruzifix im Popo. Apropos Kruzifix, ich kriege ich schon mal ein neues. Warum? Ach so, ja, schnüffert noch hier. Hast du wieder irgendwo gefliegen? Nee, ich gerade nicht. Aber ich erwischte schon mal... Warum hast du eben geschlagen? Weil Raccoon ja gerade schrieb. Der Moment, wenn man eine Schnarke getötet hat und es denkt und die Überreste... Was? Der Moment, wenn man eine Schnarke getötet hat, beziehungsweise es denkt und die Überreste sucht. Und ich habe ja auch öfter hier Fliegezeug rumfliegen, die erwische ich dann auch meistens in der Luft. Und dann habe ich sie an die Finger kleben, das ist dann halt, ja. So, jetzt stehe ich hier ein bisschen radlos rum. Warte, ich habe noch heiliges Wasser, haben wir noch. Mal auf im Geist holy water schmeißen, oder? Jo, 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 jo. Ja, aber was haben wir dann? Ich habe jetzt nur EMF 34 und 1 NL 120. Ich auch, ja. Ja, du könntest mit dem Mell nochmal gucken. Vielleicht ein bisschen näher rangehen oder so. Ja, wohin rangehen? Nein, ein Geist. Wegen Temperatur. Ich habe ihn eben zurückgedrängt mit dem Kreuz und war keine Temperatur. Jetzt geht das Licht wieder, siehst du? Die Lampe hat sich selbst wiederhergestellt. Oh, hier ist gerade durchgeknallt in der Küche. Ja, die war doch schon durch, oder war das im letzten Rand? Naja, egal. Ne, ist doch gerade unser erster Rand. Hasi ist da. Stimmt. Der Tee-Kessel ist auch nicht verflucht. Kaffeemaschine. Hier in dem Rahmen ist gar nichts verflucht. Ne, da ist nichts verflucht in dem Rahmen. Das habe ich alles schon rausgepackt. Hier ist auch alles leer. Drüben auch. Also, der Wecker draußen muss... Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, hier. Oh, gut erledigt. Heilig Wasser war es. Heilig Wasser war es. Heilig Wasser war es. Jetzt müssen wir nur gucken, wo heilig Wasser drauf passt. Wahrscheinlich mit der Wand gekritzel oder Buch gekritzel. Ja. Von einem Buch ist definitiv nichts. Jedenfalls nicht, dass ich was sehen würde. Na, guck mal bei Wall-Friiting oder Wall-Growing. Ach, geh doch auf, du scheiß Kaffee. Einlösen müsste auch gehen, Manuel. Apropos Kaffeemaschine, genau. Ah, hier, apropos Kaffeemaschine. Ah, siehst du. Heute gibt es Kaffee, kein Bier. Ich habe die Woche so viel Bier gesoffen. Meine Frau ist schon ganz stinkig. Zwei Wochen Urlaub, vier Kisten Bier. Oh, geht noch, oder? Malerei an der Wand. Müsste es sein. Dann passt alles. Ja, aber war er wieder nicht gefunden. Da ist noch Maria und Kreuz, dann müssen wir uns jetzt, glaube ich, haben schon wieder alles eingeräumt. Ja, haben wir alle, ne? Scheinwerfer. Ja, oder der eine, der hier draußen am Van halt noch steht, ne? Kamera, also das Bewegungskamera-Ding habe ich eingepackt. Das leuchte nochmal. Ich meine, hier, Marien und Kurzi ist nochmal alle gesammelt jetzt. Ja, weiß Gott, du willst nochmal oben gucken gehen mit Scheinwerfer. Ne, ne, oben habe ich mich nicht fallen lassen, alles gut. Ne, wegen Wandkritzl. Ach, Schnulli. Und wenn, sind sie mal... Ja, aber Poltergeist jetzt dann, oder Dämon? Ich habe jetzt, äh, Worte, Dämon drin. Dämon, MF34, 1NL, 120 Malerei an der Wand. Genau. Salzflinte, ja. Geist, Tiger, Augestein, Heiliges Wasser und Exorzismusbuch. Ja, würde passen. Dann machen wir noch ein Licht aus, so eine Tür zu und dann sagen wir auf Wiedersehen, ne? Na, Schlüssel unter der Matte. Geht das noch, warte. Musst mal, äh, R zum Rotieren gedrückt halten und dann eine Tür versuche zu drehen. Dann kannst du dir fast aus der Angel rasen. Ah. Komm. Will er nicht. Tür zu und Abfahrt. Oh, du bist ein bisschen groß für das Dreirad. Sieht gerade aus, als willst du Dreirad fahren. Der eine Fuß, da hängt er so auf dem Pedal irgendwie drauf. Sieht gut aus, ja. Ich sehe es gerade. Das lösen will er heute, wenn nicht. Sollte aber auch funktionieren. Sollte auch funktionieren. Hab ich extra den Alias für eingereicht? Stimmt egal, wenn es nicht geht. Musst du an Regime schreiben. So, guck mal. Netti, bist du dann schon bereit? Hast du aufgegessen? Ich bin bereit. Okay. Ich warte auf euch. Ich brauch nur eine Einladung. Einladung solltest du dann jetzt haben. Zwei von vier hatten wir nur. Also irgendwas muss es noch gewesen sein. Ja, wir hatten nur drei. Stimm nicht, alles ist cool. Naja, egal. Das stimmt nicht mal noch an der Wand, sondern geschrieben im Buch. Das ist, glaub ich, das ist gar nicht schlimm. Das ist doch alles vollkommen egal. Musst mal hier ein Foto machen vom verdienten Geld. Hä? Das ist doch ein Knall. Naja, wegen der ganzen Objekte. 150 allein für die fünf Objekte. Alter Schwede. Ich hab sechs Objekte und da steht 180. Ich hab 558 insgesamt. Ich hab's nur Fotos drei. Ach, was soll das denn? Wie viel Geld hast du jetzt? 600, wie viel? 18. Ich hab 558. Ja, das ist das Geisterfoto, was du nicht gesehen hast. Ja, bei mir sind es nur drei Fotos und fünf Objekte. Das, was du nicht siehst. Kennst du ja. Naja, ich sehe was, was du nicht siehst. Genau. Hab ich was verpasst? Nein, Benni, wir haben gerade eine Runde ohne Nettie gespielt. Nettie will, äh. So, Nettie, du brauchst dann jetzt quasi Crash Course, wie die ganzen Items funktionieren, ja? Ja. Ja, dann machen wir mal. Warten, willst du mich wieder inspizieren? Nein, dann machen wir mal hier einfach in den USA einfach, oder? Ja. Ja, so. Zwei bis drei Hinweise. Du hast schon, entschuldige, ich hab nur drüber geklickt. Nee, bei mir steht noch, USA verlassenes Haus, einfach Untersuchung. Achso, ne, dann ist das auch so. Ne? Du hast jetzt natürlich den Vorteil, dass wir schon ein bisschen Equipment haben. Aber wir spielen jetzt einfache, äh, Dinge, da haben wir ja auch erstmal das Start-Equipment. Und wir fahren jetzt mittlerweile raus, hier mit den ganzen, äh, Madonna und Kruzifix. Ich kann mir nur nie merken, was wofür ist. Kind und Revenant, Wiedergänger, ne? Ja, genau, ist Madonna. Also ist eigentlich ziemlich einfach. Wenn dann natürlich noch ein paar Geister dazukommen und noch ein Schutzmittel, dann wird's eng. Ja. Also sagen wir mal, ich, also so schnell wie die jetzt sind im, im Patchen, ne? Dann sind sie, haben sie bestimmt schon ein paar Ideen für drei, vier Geister mehr und für noch ein bisschen interessanterer Orte. Dann wird das in den nächsten Wochen bestimmt noch ein bisschen aufregend. Ja, Karten müssen noch ein paar dazukommen, ne? Ja, auch Geister sind sehr beschränkt. Ja, ja, fünf Stück, ne? Am Anfang war das noch alles aufregend, aber wenn du weißt, wie es geht, ne? Ja, mit Mario. Starten wir mal, wa? Ja. Also wir machen's immer so, wir legen eine Maria-Statue und ein Kruzifix direkt in den eigenen Gang, damit wir da erstmal sicher sind, weil alle Geister weichen zurück, entweder vor dem Kruzifix oder vor der Madonna. Wenn wir dann wissen, was wir brauchen, auf Kruzifix oder Madonna, holen wir das andere wieder raus. Ah, cool, die Kamera hat's geschafft. Netti, hörst du zu? Ja, ich hör zu. Netti, du bist gerade so ein bisschen abgelenkt. Kommen wir hier zum Regal, bitte. Sollte es ein Dämon oder ein Poltergeist oder ein Schatten sein, sagen wir dir Bescheid. Genau. Und dann nimmst du das Kreuz bitte in die linke Hand, damit du nicht stirbst. Die Kamera hier, Netti, die ist nur für die Aufgabe, die da hinten am Brett steht, dass wir den Geist filmen sollen. Ansonsten kann man hier an dem Brett auch da durchgucken. Ja, das mit der Kamera, dass man da hier raufgucken kann, das weiß ich. Genau, aber das Item hier an sich ist nur für die eine Aufgabe, wo wir extra Geld für kriegen, da wo wir den Geist mit filmen sollen. Ja, das weiß ich. Das Scanner-Ding hier, das zeigt, entweder funktioniert es gar nicht oder es läuft irgendwann die Prozente hoch und zeigt uns dann ein Code an. Das schmeißen wir auch gleich vorne in den Eingang. Buch ist klar, da kann er reinschreiben. Kruzifix ist ja auch klar. Dieses MEL-Ding hier mit dem Orangen. Das Thermometer. Genau, das ist Thermometer und OCC. Also dieses OCC ist immer so zwischen 4 und 5. Wenn ein verfluchter Gegenstand in der Nähe ist, geht es auf 8 bis 9. Wenn der Geist in der Nähe ist, bis auf 20. Und wenn ein ganz dicke verfluchtes Objekt da ist, geht es auf 68. Und wenn es über 68 geht, dann ist zusätzlich noch der Geist da. Das heißt, das kann bis 88, 90 gehen, wenn der Geist und das verfluchte Objekt da ist. Geisterbox ist klar, da babbelt er mit dir. Und EMF sollte auch klar sein. Und die Kamera halt, du kannst da durchgucken, siehst du verfluchte Objekte mit. Oder unsichtbare Objekte. Und dann gibt es noch das gelbe Thermometer. Das gehört nicht zur Startausrüstung. Damit können wir auch diese eine Bonusaufgabe hier am Brett machen. Von wegen der Errormessung. Messen Sie Temperatur ERR. Ja, und ansonsten müssen wir dann jetzt die Hinweise finden gehen. Wie Kamera funktioniert in der zweiten Hand, weißt der auch, ne? Ja, ja. Gut. Don hat es schon bestückt, Maria und so? Zwei Marien brauche ich noch und ein Kruzifix. Ich spawn mal, ja. Oh, eine Maria steht hier immer. Wie, was? Zwei Marien? Eine Maria und zwei Kruzifix. Also ein Kruzifix eigentlich. Oder waren es zwei Marien? Ne, doch, zwei Marien. Ich spawn mal von jedem noch was. Eine steht doch hier vorne noch. Ich habe eine. So, was sich das immer anbietet, das habe ich jetzt zum Beispiel in Kombination, ist EMF und das MEL. Wenn der EMF misst, kannst du schnell auf das MEL wechseln, um dann zu gucken, ob du Temperatur hast. Knarzt, okay. Wir sind links noch, vollkommen ungesichert. Ich brauche hier noch ein Kruzifix. Nettie, was hast du einstecken? Äh, nur die Kamera habe ich gerade, aber ich kann holen. Ja, bitte noch eine Madonna und ein Kruzifix holen. Und für dich auch ein Kruzifix. Linke Hand, Kruzifix. Scheiße auf Teichnabeln. Der scheint hinten links durch zu sein, aber EMF geht nur auf zwei. Rechterraum haben wir schon mal kein, äh, überfluchtes Item. Oh, hier ist auch 20. Hier ist der Geist. Oh, EMF 5. EMF 5. Nicht so weit, Nettie, nicht so weit. Vorne am Eingang. Ich bin das. Ah, nee, da ist Nettie, okay. Genau, direkt, genau, so ist super. So, gucke, jetzt guckst du dich mal um. Jetzt siehst du, dass hier Kreuz liegt überall. Madonna. Und jetzt sind wir auch für den Anfang erstmal abgesichert. Ich weiß nicht, wo du meine Madonna... Ach, da. Da steht sie doch, so. Wenn du die mit F ablegst, schmeißt du die immer dahin, wo du stehst. Kackst die quasi aus. Und wenn's... Wo ist denn schon wieder das Kruzifix hier von der Mitte? Ey, Jungs. Das lag doch gerade da am Boden. Hier liegt nichts. Hier fehlt ein Kruzifix in der Mitte und hier fehlt links auch für eins. Hier liegt's doch. Wo denn? Ach da, entschuldige. Das ist doch Schatten von der Wand drauf. So, jetzt hat's gepuppert. Was war's? Keine Ahnung, noch nicht gesehen. So, EMF 5 hast du gesagt. Ja. Mal gesehen haben wir noch nicht. Licht macht er auch nicht aus. Also ist es... Äh, hab ich einen Kruzifix in der anderen Hand? Ich glaub, meine linke Hand ist gebrochen. Zeig mal. Nein, geht wieder. Alles gut. Hast du in der Hand, ja. Und hier liegen zwei Kruz... Leg mal drüben noch eins. Hier, da krabbelt er. Treppenaufgang. Ja, ist es nur ein Krabbler, oder? Ich seh' mal jetzt. Jetzt krabbelt er hier drüben. Okay, er weicht vom Kruzifix zurück. Nee, er steht. Nee, er steht. Poltergeist oder Dämon. Ich konnte doch grad sch... Äh, jetzt stand er auch, genau. Aber ich glaub ich... Netti, wenn du nicht sterben willst, schmeiß die Taschenlampe weg und nimm ein Kruzifix in die linke Hand. Immer. Scheiß auf Taschenlampe. Das ist nicht fassvoll. Du kannst dir überall das Licht anmachen. Ja. Bin es leider gefühlt. Welchen Radius genau, wissen wir nicht. Drei, vier Meter. Das ist genau wie es kruzifix. Deshalb legen wir das immer aufeinander. Kann ich mal zu dir raus? Danke. Du stirbst sonst den Helden dort. Drei, vier Meter werden es sein. Du siehst ja immer, bis wohl, äh, das Viech angekrabbelt kommt. Und hier unten ist nirgendwo Uhr. Jetzt ich geh mal in die Küche. Schreib ins Buch. Hast du einen Sneaver schon? Haben wir schon einen Sneaver? Hasi liegt auf dem Boden und ein Stuhl ist umgeschmissen. War schon einer an der Küche von euch? Also, nein. Also eher Poltergeist. Und kein, kein verfluchtes Objekt hier unten nirgendwo. Ich geh mal hoch. Wir haben bis jetzt nur EMR5 und auch Temperatur 0. Nee, Temperatur 0 haben wir nicht. EMR5, gut. Okay, Neutrino-Pistole. Ja gut, ist jetzt Easy Mode, ne? Das Schachbrett? Nee, ist nicht da. Ich hab' kein OCC. So, nix verfluchtes hier. Was war das denn? Oh. Muss der Geißler hier sein. Ich hab' ein 16er OCC. Ich bin da knallfrisch. Ich will den einfach noch. Und welche Taste muss ich benutzen, um mit dem Geist zu plaudern? Gar nicht. Rechte Maustaste? Achso, ne, Push-to-Talk gibt's nicht, nein. Nein, gar nicht. Du musst einfach, du brauchst nicht mal hier deinen Push-to-Talk drücken für Discord. Du hast einfach nur loslabern. Das heißt, ich kann im Discord Push-to-Talk rausnehmen? Nö, du brauchst gar nicht zu drücken, meine ich damit. Du brauchst einfach nur labern. Genau, jetzt hast du es an und jetzt laberst du einfach. Okay, Neutrino-Pistole hat funktioniert. Ach, geht's ja nicht. Ich hab' ein verfluchtes Objekt. Wie weh? Acht. Das stimmt, wirkt dazwischen echt eingespielt. Ja. Ich bin jetzt entspannt, dass ihr noch alles mal erklärt. Ja! Netti hat ja jetzt die ganze Woche nicht mitgespielt. Ich hab' mal noch mehr Thermometer. Erklär' mir das doch nochmal. Der ist auf der Treppe. Wenn du so lange den Crucifix in den Finger hast, brauchst du keine Angst. Es sei denn, dass der Crucifix geht kaputt. Kamera. Ach, Quatsch! Fotoapparat. Ist die Abo-Aufgabe erledigt? Öh, nein. Er ist aber zäh. Hast du das Thermometer? Ja, 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 hab eins gesporned. Ich guck mal auf die Wand und sag' Bescheid. Na, Kroosie, hallo, hallo. Läuft immer harmonischer. Ja, wenn du uns ein bisschen langsamer angeht. Sehr easy. Er hat's einmal mit uns gespielt und dann nicht nochmal, Mario. Da hat sie halt, sie kann nicht so gut Englisch. Da hat sie das Spiel nicht so toll gefunden. Und jetzt gibt's das ja seit ein paar Tagen auch auf Deutsch. Hast du geguckt, ob die rote Kanne hier da ist? Da war kein OCC. Also der Okkult-Ding hat nicht ausgeschlagen. Und mein, ach so, ich den hätte ich mal vorne vorliegen lassen können, den Signalscanner, ne? Da muss ich euch noch einstecken. Ich muss, äh, kannst du den mal bitte mit dem Buch provozieren, hier, geht das? Hast du ein Händchen? Ach shit, ich hab nicht geguckt, äh... Hier liegt's. Hier liegt's. Hallo, das ist dein Test. Alles gut. Wir müssen jetzt rausfinden, wie wir den bekämpfen können. Du, der du diesen Ort heim suchst, im Namen des Herrn, befähle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkommst, lass deine Seele zur Erde zurückkehren, lass deinen Körper zum Staub zurückkehren, so sei der Wille Gottes. Ich glaube, ich muss gleich mal gucken, der erkennt wahrscheinlich immer noch Französisch. Aber du hast hier Lobby, da ist wieder alles im Popo, äh? Achtung, er ist da, oder? Ja, war schon. Okay, Error ist erledigt. Wall-Writing-Number-Wall-Writing. Oh, da steht er ja. Hallöchen, wie geht's dir? Ja, da weichst du zurück von mir, ne? Mal gucken, ob das jetzt das Gezählte, das Geisterfutter. Bitte nicht. Pfff, keine Ahnung. Der Scanner will anscheinend auch nicht, also müssen wir... Hast du die Temperatur gemessen? Da war eben nix. Ich guck doch mal. Ich hab's gerade gemeldet. Hier haben wir 8 OCC. Entweder die Kanne oder die Gießkanne. Die ist nicht da, oder? Ja, äh, ist verflucht. Es ist zu froh, der Geist. Verflucht. Verflucht. Liegt vor der Tür. Wir hatten EMF5, ne? Hatten wir EMF5 eben, ja, ne? Ja. Ja, hast du gesagt. Und sonst noch gar nix. Nee. Soll ich mal den Scanner nehmen? Welchen Scanner? Na, den, der im Haus liegt. Nee, den kannst du da im Prinzip liegen lassen. Wenn der Geist in der Nähe ist, löst das Ding trotzdem aus. Deshalb können wir den immer geflickt auf den Boden werfen. Äh, ich weiß gerade nicht, was ich mitnehmen soll. Ich habe diese zwei, alle beide verflucht, ja. Haben wir schon ein Reinschreibebuch für ihn? Ja, liegt doch dort eins. Ja. Müssen wir bloß reinlegen, glaube ich. Doch, liegt ja drinnen, glaube ich. Schreib ins Buch, schreib ins Buch. Die Kanne, hier, Kanne und, äh, Vase, beides. Euer Foto davon zählt, ich packe mal ein. Hm, moin, moin, moin. Die zwei Sachen vor der Türe müsstest du fotografieren, die Geistkanne und die... Ja, hab ich zählt, aber nicht. Ja, okay. 12 OCC, hab ich, ja, 12... Dann ist der Geist in der Nähe, da gibt es vielleicht auch 16, dann noch 20. 20, genau. Aber die Temperatur sagt wirklich nichts. Ja, die müsste sich dann auch ändern. Wenn du 20 OCC hast, musstest du auf jeden Fall eine Temperatur messen. Ja, hier steht da, da noch. Also haben wir keine Temperatur, das Scanner auch nicht. Kannst du den Scanner ausmachen, Netti. Trinkt nicht. Der steht direkt vor dir. Kannst du den Truck bringen, bitte. Der ist gespawnt. Hier vorne rechts ist der Ursprung. Hier sind die Orbs im Raum. Die Orbs? Mal ausräuchern. Mal gucken nach Pentagramm. Und da ist auch der Geist. Stellt sich wunderschön vor die Kamera. Was? Was? Hier? Stand gerade hier, so hat sich direkt hier so vor die Kamera gestellt. Ja, so lange wie es nicht bubbert. Ich will nämlich mal Blitzdingen sehen. Oder jetzt bist du an der Leinwand. Mal Blitzdingen sehen. Ich kann aber nicht fotografieren. Äh, 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 äh. Ich sehe, hier in der Ecke steht da. Jetzt nicht mehr. Wie gesagt, blitz mir nicht. Ja, ja, ja. Foto machen kann ich auch nicht mehr. Komische Stimmen. Huh? Türkeitschen habe ich gerade nur gehört. Hast du, kannst du mal vorlesen, Nettie? Mach mal das Buch auf, lies mal vor. Okay, Blitzdingen ist nicht. Und bitte nicht in die Tür stellen, Nettie. Woop, 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 woop. Soll ich noch mal lesen? Hat mir gerade in meinem Raum das Licht ausgemacht. Da ist er ja, die Schweinebacke. Warum verpiss dich? Soll ich noch mal lesen? Ja, lies nur. So lange bis er pufft. Ich komme runter. Nicht, du hast was Gutes in der Hand. Alles ist gut, Nettie. Einfach weiterlesen. Auch wenn du das Herzblum dran hast. Oh, jetzt ist es nicht. Hm. Ich habe jetzt nicht alles durchgeguckt. Ich war gerade am gucken wegen Wandmalerei. Aber musst du weiter gucken gehen? Ich nehme erst mal ein neues Tozifix. Höhlemalerei wollte ich gerade schon fast sagen. Nimm nicht das, was unten liegt. Das ist tot. Ja, ich schmeiß meine immer vorne am Pfarrersitz. Ich mag den Don, der ist wie ein Meisterfahrer. So, recht worden, Obse. Obse, mein Schatz. Ja, das kann zwar auch schon mal aus sich rausgehen. Aber normal ist auch einer von den ruhigeren. Ähm. Ja, das ist ein Stück sauer, Nettie. Ruhig weiterlesen. Nicht aufhören. Schön, durchgehend, immer weiterlesen. Oh, wo ist die Tür? Nein. Egal, was du hörst. Immer weiterlesen. Und aufzumachen und weiterlesen. Oh, übelst FPS wieder. Der ist auf 36 FPS gerade runter. Oben links die Anzeige seht. Ich habe oben links die FPS-Anzeige. Oh, ich habe heute übelst FPS-Probleme. Ja, ist Samstag. Normal läuft ich hinten auf 60 durch. Jetzt geht er gerade auf 45 kaputt. Du meinst dein Rechner. Ja, ja, FPS. Hier, äh, Frames. Oh, auf dem, äh, hier, das Pferd ist unsichtbar. Wo die drei Gegenstände auf dem Schreiblicht stehen. Ist das Pferd unsichtbar. Ich kann es aber nicht mehr fotografieren, weil der Fotoapparat voll ist. Oh, im Badezimmer ist auch ordentlich durcheinander. Ich muss kurz was trinken bei dem ganzen Lesen. Nee, wenn er nicht kommt, dann, äh, kommt der denn angerannt? Der kam angerannt schon mehrere Male. Ja, so funktioniert. Also im Bad ist ziemlich to-wabu. Ich würde schon wieder auf Poltergeist gehen. Ja. Ich glaube, der ist extra, äh, mhm, Badezimmer so. So. Oh, wir haben ein Wandgemälde. Drawing a wall. Wall Drawing, oder wie es heißt. Äh, ausräuchern war weißer Raum. Uh, das hinter mir her. Uh, lululululululululul. Nee, stopp, lesen war weißer Raum. don cravallo der königliche pass mit ausflutzen der krawalow gekritzel also haben wir jetzt noch malerei an der wand ja weil was hat funktioniert und ich würde auf poltergeist gehen neutrino waschen probiert neutrino ist schon erledigt neutrino und weiwasser müssen wir jetzt noch temperatur haben wir nicht die analyse gewisse irgendein geräusch noch kriegen jetzt schrift an der wand oder malerei ist dieses männchen was auch ein wir haben jetzt weiwasser und neutrino pistole und das hat auch funktioniert mal noch ein tiger stein rein schmeißen da brauchen das buch ja nicht tiger stein haben wir da noch das auch nicht mal ein tiger auge 2 das ging doch nicht ist immer noch am lesen netti oh ja ich bin am lesen aber ordentlich am lesen aber hier liegt ein tiger auge ich weiß er ist der kommt mich auch nicht mehr aber ich weiß jetzt was dreckig also ich meine wenn der zige auge natürlich neben na neben kurzem fix ding hier liegt dann kann das funktionieren ja ich bewerfe mal damit der macht hier links immer das licht aus war ja steht da steht auch da weiche du der diesen art heim netti lesen brauchst du nicht mehr das war schon weiße wolke okay gut dann hab ich mir jetzt eine zigarette verdient nice ja bleib aber mit diesem Haus stehen die Meus in der na komm 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 ach shit das hier liegt auch noch ein kruzifix wirkt nicht ja ne war bei holy water schon geschlossen ja und hat funktioniert das war einfach so ein jumpscare äh der steht hier im trappen netti so lange wie der nicht erscheint der steht da oh seh nicht da auf den trappen ne da ist auch da oben ne die graue wirkt nicht ja temperatur aber haben wir jetzt zu zweit schon gemessen und das ging nicht ne ja und das analysegerät hat auch nicht angeschlagen ne die kann ne du musst noch mit der geisterbox reden hier hab ich doch schon der andere nicht geantwortet so ist die denn jimmy hab ich schon ne finger ja ja gebär da bin ich der wollte doch nicht antworten ich muss gleich mal gucken warum der französisch erkennt mach dir mal ne zigarette Das Spiel mal auf einfach und krieg ich es nicht hin. Weißt du, auf Profi rennen wir da durch wie die Bescheuerten. Jetzt haben wir hier nur zwei bis drei Beweise. Geist, schreib ins Buch. Geist, streich dir mit der Hand über den Hintern. Nein! Vorbeigeklickt! Vorbeigeklickt, Idiot! Fuck it! Nein! Keist, güte, easy. Hallo, Geist. Voulou-Francais. In der Küche ist auch voll... G-Tame, wer mit wem? Guck dir mal an, wie es hier aussieht. Ja, sieht aus wie Poltergeist, ne? Ja, ne? Qu'est-ce que tu es ici? Bist du hier? Are you here? Was packt denn hier gerade rum, welches Item? Nö, geht nicht. Schnulli. Voulou-Francais? Unheiß der Wessel, Pufferbar. Was haben wir denn? Ach, nichts mehr. Tja, mps. Wir können jetzt mal gucken, ob eins von den Items so verflugt ist, dass wir es abwagern können. Kürben zum Beispiel. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es die Aufgabe auf normale überhaupt gibt. Lisa, hallo, hallo, hallo. So, schauen wir mal. Haben wir noch eine Sofortbild am Start irgendwo? Die haben ich da irgendwie gesehen. Oh, dann hol ich eine. Ja. Oh. Ähm. Das ist glaube ich, die Standort ist nicht so. So. Ist noch... Muss ich noch irgendwas eintragen? Wir haben bis... Ne, ehm F5 und Malerei an der Wand. Ne, haben wir bisher nicht gefunden. Okay. Poltergeist. Oh, ja, Poltergeist. Oh, da ist er auf Rot. Ja, der ist hier oben. Schick ihn mal runter. Ich will wie ein Blitzdingsbumsen. Lesen brauchst du nicht mehr, Nadine, ne? Schade, ich dachte, ich kann noch mal lesen. Ja, können kannst du das. Machst du halt aggro. Ja, die Tür zu. Alter, nervt. Hier kommt sie gar nicht zum Messen. Unsere Lampe hier unten ist rot. Aber wo ist er? Hier oben. Ich spür den Blitzdingsen. Hab ich schon. Bringt nicht. Ach so. Weil du gerade noch da sofort mit Kamera... Ach so, aber wegen dem Pferd... Der Knaller geht mir hier auf den Sack. Ich kann hier gar nicht messen, weil die ganze Zeit neben mir steht. Das, äh... Was hast du eben gesagt? Das Pferd war unsichtbar, ne? Hier hab ich einen 16-Ausschlag. Wenn ich jetzt nicht gerade wieder... Wenn ich jetzt nicht gerade wieder das Puppern hätte, würde ich sagen, es ist irgendwie cool oder nicht. 28, 9, 32, 32er Ausschlag. Glauben wir heute mal französisch, jetzt würde ich jetzt mal eine Dame dabei haben. Nein, aber irgendwie ist mein... Ich muss gleich mein Spiel mal neu starten. Meine Spracherkennung ist kaputt. Hier. Testen Sie die Funktion Ihres Mikrofons. Wenn nichts angezeigt wird, überprüfen Sie bitte, ob das Mikrofon eingesteckt ist und funktioniert und klicken Sie dann den Reset-Knopf. Testen Sie die Funktion Ihres Mikrofons. Das ist ja so gut in diesem Spiel, ich weiß auch nicht. Wule, wucke ich hier weg, moi. Ah, das erkennt er. Das ist ja so gut französisch gar nicht reden. Aber irgendwas... Irgendwas fehlt in diesem Spiel. Die Katze tritt die Treppe krumm. Ja, in vierer Mitspieler. Hat aber mit einer Dame nichts zu tun, das ist französisch. Ja! Auf Weißauf-Profi rennen wir so da durch, den spielen wir oft normal. Jetzt finden wir verkackten dritten Hinweis nicht. Ja, was, 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 was? Was kann denn noch sein? Kannst du dritt die Treppe krumm? Genau. Wechsel mal dein Gruzifix, Nettie. Hm? Das alte Gruzifix auf den Beifahrersitz oder am Fahrersitz schmeißt du ein neues Gruzifix holen. Das verbraucht sich mit der Zeit. Und irgendwann stehst du da und hast ein kaputtes Gruzifix in der Hand und fühlst dich sicher. Haha. Analysegerät sprengt definitiv nicht an. Temperatur haben wir definitiv nicht. Geräusche. Weiß ich nicht. Zeige mal, haben wir die Aufgabe da jetzt an dem Brett? Die haben wir jetzt erledigt? Das, was grün ist, haben wir alles erledigt. Wir müssten nur noch den Geist austreiben. Okay. Wir haben die Errormessung gemacht mit dem Thermometer. Wir haben ihn durch die Kamera laufen lassen. Wir haben ein EMF gemessen. Und das OCC ging auf über 10. Das ist halt, wenn du in der Nähe des Geistes misst. Machst du entweder 12, 16 oder 20. Ich klicke gerade mal durch hier. Geisterfone wäre exorzieren. Das geht ja nicht. Radio wäre verfluchtes Objekt mit Neutrinepistole. Stimme im Haus wäre exorziert. Also kann man eigentlich, müssen wir... Aber das war keine... Er hat kein Radio gespielt. Nein, hat er nicht. Temperatur haben wir beide gemessen. Und das Analysegerät springt definitiv nicht an. Weihwasser hat man auch schon. Wir haben ja Kritzelei an der Wand, Hope. Es geht entweder Kritzelei an der Wand oder dass er was ins Buch schreibt. Ich habe ja die Kritzelei an der Wand schon gefunden. Das wäre dann ja hier. Komm, lass abhallen. Da haben wir mal Malerei an der Wand. Ich will jetzt ordentliches machen. Haben wir schon... Was können wir... Hast du den Raum ausgeräuschert mal? Ja, den rechten Raum habe ich bereits ausgeräuschert. Ja, ist entweder wieder verbuggt oder keine Ahnung was. Komm, lass abhallen. Lass er richtiges machen, ja. Auf hart dann wieder, oder was? Natürlich. Ja, dann kriegt man ja gut EP und Geld, ne? No. Wie ist das wurscht? Ihr hättet ruhig auf hart lassen können, also. Ja, war jetzt einmal nur, dass du nochmal hier... Aber wie die Dinger jetzt alle funktionieren... Ah, guck mal, hier siehst du sogar... Ah, ihr seht die Kamera hier nicht, ne? Ich habe die Kamera angemacht. Jetzt siehst du auch die weißen Kühe. Siehst du, jetzt siehst du auch die Geister-Orbs fliegen. Da gibt es dann auch eine Aufgabe, dass wir diesen Raum ausräuchern müssen. Gut, dass ich jetzt nicht geguckt habe, aber das ist auch, glaube ich, kein Teil der Aufgabe dann. Ich sehe die zwei Orbsen, die da... Oh, nochmal eins. Ich gehe nochmal rein. Ja, was denn? Krützifix, oder was? Achso, ein Kräucherstäbchen. Nee, es kann entweder Krützelei an der Wand, oder Geschriebenes an der Wand, oder was... Der rechte untere Rahmen war es, ne? Ja, direkt da, wo die große Kamera steht. Der steht auf der Treppe. Ja, der kommt an den Krützifixen nicht vorbei. Schau mal bitte nach, ob er weiß oder bunt pufft. Nee, sie vertreiben nicht. Entschuldigung. Warte, 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 warte. Na, pufft gar nicht. Du bist einfach so verschmutten. Bei mir ist er, bei mir ist er. Bei mir ist er. Weiß, weiß, weiß. Pff, keine Ahnung. Komm, 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 komm. Du musst einsammeln, du, ne, paar. Wir müssen ja gar nicht einsammeln. Na doch, hier ist einiges dabei, was wir auch... Wegen Easy, müssen wir nicht auf Easy müssen wir auch sammeln? Das ist auch auf Easy weg. Wir haben es bloß immer liegen lassen, weil es nicht unseres war. Ach so. Wo ist er denn, dumm Batz, ey? Geist, zeige dich. Ach so. Bitte die Krützifix sind zum Schluss. Ich will noch mal Blitzdingsen. Weiß er doch. Gut. Wollen wir schon mal die Madonnen einsammeln. ZB, allöchen. Allöchen, allöchen. Ding, 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 ding. Ja, wir kriegen nicht raus, was es ist. Weißt du, wir auf Ultramode oder Extremmode machen wir hier blim, 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 blim und streamen wir nochmal auf Easy und kriegst nicht hin. Keine Ahnung. Aber, ne, ihr wart ja alle mit dabei. Der Scanner springt nicht an. Weiß jetzt nicht, ihr habt hier das Buch zigmal gelesen. Oh, hier hinten hab ich noch ein Tigerauge eben hingeworfen, genau. Easy ist der wahre Hard-Mode. Easy ist der wahre Hard-Mode. Ich hab's extra gespawnt, liegt hinten noch. Okay. Easy ist der wahre Hard-Mode, genau. Easy ist der wahre Hard-Mode, ne? Achso, dass wir das in die Rollstuhlstücke immer liegen lassen, ne? War hier vorne nicht auch noch irgendwo eben ein Tigerauge gewesen? Haben wir schon gesammelt, ne? Hab ich mitgenommen, ja. Mit Melchow geschaut, ob... Was ist denn, ob der... Ja, ob... Ja, mit Melchow sind wir auch einmal komplett durchgelaufen, ne? Wegen 68er Objekt. Ja, 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 ja. Weshalb? Okay, lass abhangen, komm. Mal alles, die Schnallung, irgendwas. Da liegt noch Kruzifix. Das hat nett hier. Ach, ist ein Räucherstäbchen, okay. Nee, ist ein Räucherstäbchen. Hab ich einen gesammelt. Tschüss, du dummer Geist. Aber gibt trotzdem Geld für die erledigten Aufgaben. Und die okkulten Objekte. Also fertig, alle drinne. Und... 231-Malz. Pentagramm. Weiß ich gar nicht, ob es das am einfachen Modus überhaupt gibt. Jetzt machen wir einfach noch mal von vorne. Also Poltergeist war richtig. Zwei von drei Beweise. Ich wüsste aber jetzt nicht, welcher Beweis es noch hätte sein sollen. Ja. Schade. Okkulte Objekte 2? Habe ich 3. Na egal, lass uns neues machen. Achso, du wolltest erst mal umstellen noch. Komm, erst mal ein neues Lobby, wa? Ja, ja. Oder du stellst um? Ich muss wahrscheinlich mein Spiel neu starten mal, ne? Spiel verlassen, ja. Ich lade dich ein. Ich habe am Anfang nicht den Sprachtest gemacht. Ich habe das Spiel gestartet. Weiter, 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 weiter. Gucken wir mal. Jetzt bist du ganz weg. Kein Ton mehr. Wo ist er? Jetzt lädt die auch weg. Weiß ich nicht. Jetzt lädt die auch raus. Nee, ich bin hier. Nicht neben mir. Keine Ahnung, was hier wieder verbuckt war. Weil er die Lobby zugemacht hat. Genau. Jetzt gehen wir wieder in seinen Lobby. Oder wir waren einfach wieder blind. Deutsch. Weiter. Weiter. Ja, Level 2. Warte, Noah, wenn du jetzt 500 XP kriegst. Geist, gib uns ein Zeichen. Geist, gib uns ein Zeichen. Renn dich sinnlos ins Haus. Geist, gib uns ein Zeichen. Gerade wenn es Revenant oder Kind ist, bleib erst mal weit weg und warte, bis die Madonnas stehen. Ja. Aber auf Fass mal habe ich es heute drin. Genau, alle Aufgaben können wir nicht machen. Ja, wenn du nicht wieder im Bus stehst und einschläfst, mache ich auch mit. Testen Sie die Funktion Ihres Mikrofons. Wenn nichts angezeigt wird, überprüfen Sie. Ich schlafe ein. Ich habe keine Lust mehr. Testen Sie die Funktion Ihres Mikrofons. Ich habe da weiter gespielt, muss ich dir ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ist ja kein Problem. Ich spiele gerne mit. Jetzt erkennt man das Spiel auch deutsche Sprache. Du, ich war nur so fix und fertig völlig mal an der Kiegel. Ja, ist doch alles okay. Aber ich bin wirklich im Stream eingepennt. Deswegen sage ich, wir spielen extra wegen dir. Fass mal und du pennst dann, ne? Einladungen sind raus. Und jetzt retten wir die Welt. Hallo. Juhu, da ist ein Chibi. Und eine Netti. Wo heißt der Kaffee? Schlägt die Brille. Frankreich extrem. Nächster. Usa. Usa. Immer nur Usa, Usa, Usa. Ne, nicht nur. Lass uns heute mal ein bisschen abwechselnd reinbringen. Ja, ja, ja. Ja, und so. Und dort. Wir können es ja so machen. Wenn so ein großes Gebiet, also jetzt nicht gerade die Franzose, wenn die, wenn das Revenant ist oder so, dann können wir ja gerne wieder abfahren. Habe ich ja kein Problem. Dann warten wir, bis das Dämon ist und dann können wir mit dem Kruzifix das ganze Griechen lassen. Ja, der frisst uns sonst die Marien weg, ne? Ja. Obwohl sie das auch verbessert haben, also richtig gut verbessert haben. Tag geht's euch so gut? Geht's? Danke. Bisschen müde. Letzter Tag. Urlaub, wir müssen also morgen nochmal frei. Dann sind zwei Wochen Urlaub auch schon vorbei. Aber ihr könnt auch mutig sein und zieht's durch. So, Hammer. 3, 2, 1. Feuer. Weißt du, dass ich kein Wasser mehr in den Füßen habe? Wieso hast du Kopfstand gemacht? Hast du jetzt im Kopf? Nee. Das ist ein Zahnarzt gelaufen. Also, und am nächsten Tag hat sich dann kein Wasser mehr in den Füßen. Also, meine Kamera hat nicht. Bewegung, Bewegung. So, Nettie. Okay, jetzt fort jetzt mal wieder Security. Genau. Jetzt haben wir halt nichts an Start-Dequement, ne? Also, wir haben in der letzten Runde zwei Kruzifixe verloren. Oh. Die es gespawnt hatte. Die sind weg. Ich hab ne Maria und ne Kruzi. Ich hab drei Marias. Es werde Licht. Ich will da mein Kruzifix nicht neben der Madonna liegen. Naja, der muss sich nicht zurück ändern, aber das passt schon so. Ja, der wirft das Kruzifix immer. Die Madonna stellt er da hin, wo man steht. Wir brauchen... Ne, machen wir erstmal. Ich nehm mir mal EMF und Mel. Achso, was brauchen wir für die Nettie denn? Hier hat Analysegerät und die Kamera kannst du mal aufstellen. Also, ich liebe alles EMF benutzen. Ne, nehm das Analysegerät dort, komm. Nettie, da steht's, das weiße. Einfach mal, einfach mal reinschmeißen. Ja, das Ganze damit auch's durchs Haus gehen, solange wie es kein Revenant ist. Hier vorne war gerade schon acht, ne? Ich hab hier ein 8er OCC. Oh, flucht das Objekt. Okay, Kruzifix liegen, warte mal das hier. Jawohl, Maradona. Die heilige Maradona getroffen. Hier ist ne verschwundene Vase, vielleicht? Ne, da war nix. Aber in der Küche ist irgendwas. Die, die, Ding... Ding ist... Oh, da piepst du? Man fängt da zu piepsen? Ja, hier oben. Denkt dran, wir wissen noch nicht, was es ist. Da kann er euch noch killen, ne? Ja, muss nicht das Kruzifix sein. Ja, da läuft er hinterher. Temperatur 0. EMF 3, 4. Oh, EMF 5. 5, 5, korrigiere. EMF 5. DX... E... 900. Haben wir auch schon mal drei Hinweise. Perfekt. Wie sah es aus? Stand. Und kein, kein Shadow, kein Kind. Also Polter, oder... So, EMF 5 hast du gesagt? Jawohl, und Temperatur 0. Wir haben auf jeden Fall einen Polter oder einen Dämon. Also wieder Kruzifix. Jawohl. Die heilige Maradona kann weg. Welche Kategorien muss ich jetzt auswählen? Das wissen wir noch nicht. Nehmen wir eins von beiden, Poltergeist oder Dämon. Und... Hast du schon ein Mel? Da habe ich gerade die Temperatur 0 mitgemessen, ja. Ich lege mal den Scanner hier in den Truck. Oh, das habe ich, das habe ich in die Spornkiste geschmissen. Das ist nur Smell. Okay. Äh... Sofortbild. Neutrinopistole und Räucherstift. Ich gucke mal, ob er auf die Box antwortet. Ich sammle gerade schon mal die Maradonen ein. Bitte das Gepiepse abstellen hier. Danke. Ich gucke mal, was es für ein Verfluchtenklump gibt. Also links im Raum war direkt was und in der Küche auch. Ah, ich wollte doch gleich... Ich sammle die Maradonen ein. Dann gucke ich mal durch die Kamera, weil da fehlt die Kaffeemaschine. Andere Karte machen wir gleich dann auch mal, ne? Weil das hier ist halt unsere Lieblingskarte. Ist schön klein, ganz schnell durch. Ähm... Das Buch hat acht. Sofortbildkamera war da. Welches Buch? Das liegt im Scheinwerferlicht draußen. Achso. Boah, ich bin doch in Scheinwerferlicht gelegt. Ja, verfluchtes Objekt. Und... Also ich habe gerade das Buch fotografiert. Das ist Foto 1. Und dann hat er irgendwo ein zweites und ein drittes Bild gemacht. Auf dem zweiten Bild ist er ein unsichtbares, verfluchtes Objekt. Leider ist das Bild schwarz. Die Kaffeemaschine ist nicht da? Ja, ja. Ja, weiß ich nicht, ob die unsichtbar ist. Doch, es ist unsichtbar, weil ich habe hier einen Ausflug. Gehen wir da mit einem Flashy? Du, ne? Ja, komm mal. Ah, sie ist drin. Messerblock auch. Weit den Underworld? Nein. Der reagiert nicht auf die Box. Wir klauen erst mal seine Kaffeemaschine. Da wird er stinkig. So, unten ist es hier. Wenn ich der Geist jetzt wäre, dann klaut mir die Kaffeemaschine. Oh, das ist Todesurteil. Auch im wahren Leben. Oh! Als ich gerade die Kaffeemaschine fotografiert habe, habe ich auch ein Pentagramm fotografiert. Oh. Und schon wieder ein... Ah, ich habe jetzt zwei Fotos gemacht und wir haben sechs Fotos im Album. Unten am Wohnzimmer. Ist egal, wo ist, ne? Die... Oh, Haustür ist zu. Äh... Lass mich rein! Ah. Geh doch auf, du scheiße Kaffee! Aber wo ist das Pentagramm? Wahrscheinlich oben. Na, hab ich den Boden mit fotografiert. Keine Ahnung. Also, oben, wenn du hochkommst, recht ist es hier. Da ist nichts mehr. Das ist der Schatzlichtschalter. Oh, im Badezimmer ist wieder was. Alt, nicht im Badezimmer. Hier hinten. Da ist immer so eine kleine blaue Dose. Oh, hier habe ich ein unsichtbares Objekt. Oh, da war... Das war bunt. Danke. Wer das auch immer war. Was denn? Ich glaube, dein Austreiben hat gerade geholfen, wa? Ja. Äh, kommst du mal bitte hoch? Äh, mit der Flash-Ding-See? Bitte? Juhu. Ins Badezimmer. Wenn du hochkommst, links. So, hier hinter der Tür, rechts neben dem Waschbecken, muss eine kleine blaue Dose stehen. Die musst du mal fotografieren. Hier, näher ran. Hier, 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 hier. Genau hier. Die liegt da am Boden, hier am Klo. What? Das hier, oder was? Ja, auf jeden Fall ist irgendwas dort in der Ecke verflucht. Kann auch mal wieder das gelbe Ding hier sein. Nee, hinten nicht. Der hier. Nee, das gelbe ist nicht. Wo ist das blaue jetzt? Das ist weg. Hab ich mir gedacht. Ach, hier, hier ist was unsichtbares. Ja, meine ich doch. Da muss noch... Ich habe einen Fehler gemacht beim Lesen. Genau, die ist es, die blaue Flasche, die meint. Bitte was, Netti? Habe ich einen Fehler gemacht beim Lesen? Weil der hat schon ein paar Mal geschrien. Nee, das ist normal. Der wird aggro. Okay. Du machst alles richtig. Alles richtig. Soll ich dann weiterlesen, oder wie? Nö, brauchst du nicht. Ich meine, der hat eben bunt gepufft, als du gelesen hast. Ja, ja, hat er auch. Ja, ja, das heißt, du hast ihn exorziert und es war richtig. Wenn du es jetzt weitermachst, dann verpufft er zwar auch. Aber, ja gut. Gutes Spiel. Daro, danke. Ja, ist noch Early Access sehr verbuggt. Aber das würde sagen, wir wissen, was das Pentagramm jetzt ist, was ich gerade eben fotografiert habe. Weiche Geist, weiche. Na, das ist gerade wieder stinkig wegen seiner Uhr. Radio. Hier ist das Pentagramm. Und hier sind noch die Orpse. Ist schon sichtbar. Treppe rauf, rechts der Raum. Achso, wir hatten gerade... Ah, okay. Und hier sind noch die Orpse. Also entweder Wasser oder sowieso Wasser draufschmeißen und dann mal räuchern vielleicht, Teddy. Kommen wir mit beidem. Also, so wie das hier aussieht, ist es wahrscheinlich wieder Poltergeist, oder? Ja, ja, der lacht ja nicht. Der sagt nichts, das passt schön. Ich finde jetzt aber auch kein Gekritzel an der Wand mal wieder. So, wir haben jetzt EMR 5, DXE 900, Temperatur 0. Genau. Und ich will mir erst mal ein neues Kruzifix. Oh, ist es rechts, links? Rechts. Treppe rauf, rechts am Boden. Das ist groß sehen. Das Pentagramm am Boden, ne? Hat sie bestimmt von unten geflächtigend? Ist es auch ein neues? Nein, ich war gerade oben. Hier, es hat gepufft. Ist es weiß, blau, rot, grün? Wie war's? Oh, FPS bricht wieder ein, ey. Okay. Blau, rot. Ist aber immer noch da. Räuchern hat nicht gebracht. Und ich brauche ein neues Kruzifix. Ich habe immer eins gekauft. Ich brauche auch eins, ein neues. Oh, mein Blitzding ist alle. Ja, ist gut gemacht, das Game auf jeden Fall. Aber er hat noch einige Bugs. Jetzt zum Beispiel unser Fotoapparat wieder. Ich mache ein Foto und habe dann drei im Buch. Unsichtbares. So, netti, und dann hast du das Objekt. Ne. Ich habe eben das Buch fotografiert und habe dann hier die zwei schwarzen Fotos noch mitgebracht. Ich meine, es ist gut, wenn wir hier so viele Bilder haben. Ja, wie gesagt, nächste Runde. Weil mir fehlen jetzt schon wieder zehn Stück. Ja, kommen wir nicht gleich mal dran. Keine Panik. So, was hat denn jetzt da? Netti verdient ja jetzt ordentlich Geld. Da ist ein Kruzifix. Ja, ich schenke mir gerade was ein. Geist, kannst du mich hören? Geist, bist du hier? Geist, gib mir als Zeichen. Geist, öffne eine Türe. Geist, kannst du eine Türe öffnen? Geist, da hatte ich doch schon, oder? Nö. Geist, bist du hier? Geist, rede mit mir. Geist, sprich zu mir. So, wenn der Kampfer erledigt oben, ne? Ja, wenn du Wasser draufgeschmissen hast, ja. Ja, ja. Geist, bist du hier? Aber das steht ja gar nicht da, ne? Nö, nee, das war eben. Geist, wo bist du? Geist, gib mir ein Zeichen. Okay, Salz, war's nicht. Der ist hinter dir. Boah, FPS. Geist, sprich zu mir. Geist, kannst du reden? Geist, sprich zu mir. Geist, sprich zu mir. Äh, boah, es ruckelt hier, wenn ich das hier angucke. Geist, sprich zu mir. Jo, 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 jetzt stehen wir wieder hier, ne? Geflasht, dings, hast du denn schon? Ja, war weiß. Wir gehen von einem Poltergeist jetzt aus, ne? Nö. Dann haben wir Neutrinopistole, Blitzdingsbums und Räucherstäbchen. Räucherstäbchen, ne, ne, das Geist, das haben wir Räucherstäbchen, ne, das Geist ist schon gemacht, ne, ne? Ja, ich hab mal eins in der Hand. Also vorhin hab ich schon die Orpse. Also das war weiß. Oder sie haben es auch... Ja, das ist da auch, genau. Da kann was an der Wand stehen, steht nix. Da kann was an der Wand stehen. Oh, jetzt. Da. Oh, ich. Wenn der Küche an die Wand schreiben, ich weiß es gar nicht. Ich guck grad mal wegen Schreiberei an der Wand. Ja, halt ab, der Vore. Und noch Räucher steck ich dem nicht in Popo. Oh, geht's raus, geht's raus. Genau, und wenn's alle ist, das Räucherstäbchen, kommt er wieder. Oh, hält der gerade hier die Tür zu? Ah, er will die Tür zumachen, geht aber nicht, weil da so viel Zeug da inzwischen geklemmt ist. Oh, wo ist der Lichtschalter? Hä? Warte mal auf den Flur. Hä? Jetzt ist es wieder drin. Herrlich, oder? Wo ist der Lichtschalter? Wo ist der verkackte Lichtschalter? Wo dann bist du schon? Hä? Erst machst du mit dem Lichtschalter im Raum das Licht aus und dann machst du an, dass es sich damit an, okay? Aber ich find definitiv nichts geschriebenes an der Wand. Unsere Team hat noch gepasst. Was ist das? Soundeffekte. Also, ne, ich find nix gekritzeltes. Oder geschriebenes. Okay, Räucherstäbchen funktioniert nicht. Äh, Neutrino haben wir mit dem Neutrino schon beschossen? Nee, ne? Ich glaube, du bist ganz lange fertig. Oh, oh, stopp, stopp. Äh, ins Buch geschrieben. Siehst du das diesmal, Don? Natürlich nicht. Ja, ich hab's die ganze Zeit in der Tasche stecken gehabt. Okay. Äh, Book, äh, wie, 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 was ist das dann? Gekritzel, Text. Also, da hat er einen Bleistift genommen, hat die an die Hosentasche gefasst und hat angefangen zu schreiben. Vernichte das Pentagramm. Aber das haben wir schon gemacht. Ja, dann stimmt's doch aber. Boah, ich hab jetzt die Schniedel-Dingse in der Hand und dann geht's durch. Ich auch, ich auch. Was war das für? Text? Einfach Text oder was? Text, genau. Komm mal rein, wir müssen die Strahlen kreuzen. Jawohl, ein Loch mal in die Dimensionen. Oh, die halten echt lange jetzt, die Kruzis, ne? Ja, auch die Madonnen. Oh, hier, hier hängt er. Jawohl, das ist wie letztens die Partie mit Alpha. Wir suchen wie bescheuert einen Hinweis und haben einfach nur vergessen, mit der Neutrinogun draufzuschießen. Vor allen Dingen, wir hatten sie ja noch gar nicht gespawnt, ne? Du hattest die... Doch, ich hatte... Eine lag ja hier vorne. Wir hatten ja eine mitgenommen, eine geklaute. Die lag die ganze Zeit hier vorm Regal. Da sind wir tausendmal drüber gelaufen. Na, Kratkun, ja, gute Nacht. Und dann immer so, scheiß Ding, geh weg, du! Hast du bei dir eingestellt, dass man deines Streams nicht nachträglich gucken kann? Ich gucke immer deinen Kanal rein, aber eigentlich... Das war ein Poltergeist. Das steht halt nur offline, aber man kann keine Videos gucken. Ja, ich hab doch schon alles ins Auto getan. Oh, weißes Täbchen. Ja, müssen wir wieder aufräumen, ne? Genau. Vergesst bitte keine Gruzifixe. Das eine Tigerauge, was du geworfen hast, hast du schon wieder eingesteckt? Das hab ich gleich wieder weggebracht, ja. Du warst das echt schon, oder? Joa, so viel hat man nicht. Ja. Ey, das Einfachste wieder, weißt du? Können wir jetzt schon wieder den Arsch beißen mit der Neutrino gern? Ja. Ich würde jetzt gerne mal Frankreich versuchen. Das ist das Pianistenhaus, ne? Ja, wo du den Förster suchst. Warte, aber ich mach mal einfach noch hier ein Foto von... Vielleicht haben wir da noch was drauf. Ja, Radio. Ja, erzählt aber alles nicht. Hier haben wir schon alle die verfluchten Objekte. Ich hab jetzt ein Foto gemacht, zack, zack. Aber drei Fotos hier am Album. Aber wie das wieder kommt, keine Ahnung. Geist haben wir nicht, wo der Kopf gehört, ne? Egal. Komm, Album ist voll. Schöne, schöne, schön. Frankreich. Ja, Frankreich ist das Pianistenhaus. Da ist er ja auch oft am Anfang. Schon in den ersten Räumen. Aber wenn wir danach umspeichern müssen, um das Pentagramm zu finden, dann haben wir wieder Spaß. Vor allen Dingen, wenn es ein Maria-Geist ist. Guck mal, ja, so lohnt sich das doch. Na, ne, die 400 XP, das geht ab. Ja, ich merk schon. Jetzt weiß ich wenigstens, warum ihr Hartmode spielt. Belgien, paranormal. Ne. Frankreich, extrem. Da haben wir's. Geht los. Das Anwesen der Pianistin. Bist du im Nettjahr Level 7? Vier Level, cool. Mal das Ding mit und das, das. Mal gucken, ob's funktioniert. Oh, wie? Bestimmt wird ein Kind. Aber da machen wir eine schöne Spur aus Marias und dann durchsuchen wir das ganze Haus. So, apropos Marias. Einkaufen müssen wir. Du auch, Netti. Oh ja. Sachen kaufen. Und wie? Escape und dann Geistermarkt. Der Einkaufswagen. Am besten ein paar, ja, Gruzifix und Marien für den Anfang. Genau, hol dir, hol dir nicht das andere Zeug. Das bringen wir mit. Bisschen Weihwasser, bisschen Gruzifixe. Also, alle so nur Verbrauchsgegenstände. Den Rest haben wir genug. Also, ich hab noch alles. Ich hab noch 20 Gruzis, 20 Marias. Na, wie gesagt, bei mir hat's ein paar Gruzifixe. Eben, dann lass mich doch jetzt mal ausgeben. Nö, das waren ja nur zwei insgesamt. Wir haben ja alles andere mal alles mit reingebracht, sehe ich gerade. Ja, gut. Und, wie viel Geld haben wir? Ach, 8600. Ich hab 10.000. Ich kann nichts mehr kaufen. Ich hab nur noch 5 Euro. Ja, ja, kommt jetzt, kommt jetzt. Los geht's. Wir haben ja hier noch ein paar schon, äh, nechte? Äh, 29 Stunden Spielzeit. Ich hab noch dies. Ready, alle? Juhl. Weil da die geklautten Objekte, die Chance höher ist, dass sie da bleiben. Ja, so glauben wir zumindest. Glauben ist aber nicht gleich so. Nee, hier, guck mal, das sind alle da. Ja, aber immer nur bei dir, bei mir ist alles weg. Da musst du das nächste Mal Neutrino gar nehmen. Ich hab mal Mel, Instant Kamera und, äh, normale Kamera. Gute Sachen, ja, gute Sachen. Warte, ich spawner. Nee, die... Drück mich, drück mich mal nicht weg hier. Mehr, mehr. Ja, jeder erstmal. Warte, ich mach nochmal 3, warte. Komm, komm nochmal da. So, hab jetzt 5 Marien, 5 Kreuze. Sag doch, geh doch auf, du scheiß Kaffee. Genau, lecker Kaffee. So, hier, das Haus hat 3 Stockwerke, beziehungsweise 2 Stockwerke und einen Speicher, Nettie. Oft ist er aber auch direkt am Anfang wieder. Ich seh nichts. Mach's nicht dann. Ich hab da vorne durch und da, wo die Marina steht, liegt auch ein Kruzifix. Oh, Herzpumper, okay. Wo ist er, wo ist er? Wo bist du? So, ich hab jetzt alles mindestens einmal gespawnt. Oh, so sieht's auch aus, ja. Okay, grüner Krabbler. Also, Köln zu Revenant sein. Definitiv kein Kind und kein Schatten. Also, Köln zu Revenant sein. Der hat gekrabbelt. Ja, dann sei vorsichtig, können wir's noch einfach nicht sein. Nicht von den Madonnen weggehen, ja? Muss flutig auch einschalten, wenn's da hinstellst. Eingeschaltet. Bei mir war's grad aus. Ich hab's in die Hand genommen, eingeschaltet, wieder hingestellt. Oh, geil. Äh, die Geister sind eigentlich alle gleichjährig. Ist halt nur Revenant, beziehungsweise Wiedergänger, wie er auf Deutsch heißt, und das Kind. Wenn du den einen anscheißt und sagst, oh, mach doch mal das Licht ein, und der sagt, na, ich hab's doch gerade angemacht, ne? Die reagieren auf die Maria, und die Maria verbraucht sich ziemlich schnell. Und damit kann man nicht durch die Gegend laufen. Also, die Marienstatue muss man immer auf den Boden stellen. Willst du das EMF noch haben? Ich wollte gerne den Schniffer haben. Den Schniffer? Der hier liegt hier am Boden, hier. Jetzt liegt er in der Kiste. Jetzt hast du einen Thermometer, haben wir schon? Ne, hab ich. Okay, ich hab Thermometer und EMF. Ich hab noch, äh, einen heiligen Marathoner dabei. Ja, also, schwierig sind die alle gleich. Wenn man so will. Nur. Null Temperatur. Aber ich krieg kein Error. Oh, das sieht nach Riff aus. Ach, Menno. EMF vier, 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 fünf. Ich hab ein Foto vom Geist gemacht, und das hat nicht gezählt. Ich hab hier links ein verfluchtes. EMF, da geht ja gerade die fünfte Lampe auch noch an, oder? Ja, ja. Zwar ganz kurz, aber die fünfte Lampe geht auch an. Wir haben hier links ein wahrscheinlich unsichtbares Objekt. Wo ist er? Bum, 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 bum. Wo ist er? Ich bin tot. Da, da. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh, fuck. Hier war ich mir vorne keine... Wir sind da an der Maria vorbeigekommen. Tja. Aha. Jetzt haben wir auch die Errormessung. Jimmy, jetzt das Erste, was du bitte machst. Nimm mal eine Leiche und schaffst sie in den Trakt. Bevor sie bewegt wird, oder andersrum. Netti, bleib bitte draußen. Nicht bewegen, das Ding. Ich kümm, ich kümm, ich kümm. Aber wo hängst du? Direkt vorne in der Tür. Der war ja auch schon fast in der Haustür. Ja, weil vorne geht nicht mehr drin, da steht. Aber das ist jetzt egal, tot ist tot. Was haben wir? Ray, das ist mein Zuschauer. Alpha, danke dir. Ach, der ist gar nicht hier. Tanz, kleines Püppchen, Tanz. Ab in die Alpha-Ecke. So, okay. Wie gesagt, wir haben im rechten Rahmen einen erkulten Gegenstand. Äh, im linken Rahmen. Unsichtbaren, oder? Scheint unsichtbar zu sein. Okay, dann nimm ich mal da. Ne, nicht die gleich. Die normale Kampzenbruch. Wolltest du denn? Nein, ne. Aber das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Warte. Ist übrigens auf jeden Fall Revenant, ne? Denke ich auch, ne? Am Krabbeln. So, und ich denke mal, ich werde dann auch meinen Körper im Auto sehen. Und falls das nicht der Fall ist, müsst ihr den mal festhalten. Oh, die Maria ist schon durch. Die Maria am Flutlicht ist schon durch. Ah, deswegen. Pass auf, der ist auch direkt neben dir, ne? Der will gerade die andere eingreifen. Ja, da ist noch mal mehr. Ja, Netti, jetzt musst du mit deiner Kamera mal in den Raum gehen, durch die Kamera gucken. Also, ne? Auf das Bildchen von der Kamera gucken, ob du irgendwas siehst, was du so nicht siehst. Aber nicht reinlaufen. Oder stellt erstmal eine Madonna rein, bitte. Ja, ihr habt zwei, ihr habt zwei Madonnas. Madonnas, 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 Madonnas. Sag einfach Maradona, heilige Maradona. Am Anfang des Spiels wurde beim Herzlöffel noch weggerannt. Inzwischen läuft man durch den Geist durch, genau. Die Bücher? Die sind aber da. Die kann ich nicht hochheben. Warte mal, guck mal, hör mal, hör mal, ob es aufhört zu... Hä? Das können auch Gegenstände sein, ne? Ja, hier große Sachen. So, das ist ein gespaß. Könnt ihr die anheben? Ja. Jetzt habe ich sofort die anheben. Ich habe sogar fotografiert, jetzt kann ich sie anheben, lol. Komisch. Oh, er ging es nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, die habe ich dann schon mal geklaut, die Bücher. So, hier unten ist sonst nichts weiter. Warte mal, ich gucke mal, ob das... Wo ist unser Mail? Das liegt bei meiner Leiche, wo meine Leiche lag, liegt das. Äh. Letzt die Fotografie, die Bücher mal, bitte. Aus dem R raus oder... Äh, einfach ganz normales Foto. Es ist egal. Ja, verfluchtes Objekt. Aber das Blöde ist, du hast wieder drei Fotos gemacht. Kannst du nichts für? Ist ein Bug. Äh, nein. Ich habe noch ein Foto gemacht. Auf dem Schreibtisch ist wieder was Verfluchtes. Öh, oben, erstes Zimmer rechts. Die Fotos oben. Die habe ich gemacht. Ich dachte, dass der Geist... Es ist wieder verbuggt. Du machst ein Foto mit der Kamera und dann mach drei Stück ins Buch. Okay, ihr braucht nicht hochkommen. Ich finde das verfluchte Objekt auch ohne euch. Es ist das Buch. Ich komme runter und gebe es euch. Der packt sich schon wieder durch die Marien durch, hier, wa? Ne, der packt sich nicht durch. Die eine ist ja kaputt. Ich habe schon eine neue hingestellt. Ja, ich stelle lieber noch eine mehr hin. So, hier, das Buch ist verflucht. Okay, vielleicht... Guck mal bitte mit dem Mel, wie viel. Ja, habe ich nicht. Wo ist es? Ich finde es nicht. Du bist doch mal hier gestorben, ne? Offene Tür, gleich vorne hier. Ich sehe das Mel nicht. Ich spanne mir ein neues. Guck mich an. Guck mich an. Guck mich an. Ja, ach da, okay. Ah, fuck. Jetzt haben wir ein Foto von Mel. Was sind das für Geräusche? Okay. Der frisst gerade die Maria, ne? Das ist aber nur 8. Ich suche weiter, was du gerade auch das komische gehört. Na, dann haben wir auch Stimmen im Haus. Ich weiß es nicht. Die Bücher hier sind auch nur OCCR. Wiedergänger, Temperatur 0, ne? Und EMF 5. Und... Stimme im Haus. Neutrino-Pistole, Räucherstäbchen, Buch. Und verfluchtes Objekt. Ich suche mal was. Willst du mal schießen, Netti? Ne. Ne? Ne. Ich gehe mal Neutrino-Pistole machen. Wo ist der Kaffee? Ah, ist der Kaffee. Okay, wir haben ein Versuch und Duhel. Geist, wo bist du? Zeige dich. Geist, zeige dich. Ist von der Maria, ne? Ja. Geist, wo bist du? Der war hier vorne. Geist, zeige dich. An der Haustür. Okay, Neutrino war bunt. War bunt? Ich sehe nämlich nur wein. Ja, war bunt. Gibt es da eine Frage? Gut, nach dem Tag. Ja, ja, ja. Netti, Astro-Bahn, Marzipan. Ja, ja, ja. Einmal messen, bitte. Ne, die... Ich hab das messen. Ich hab den Messer. Ne, die macht den Bock. Alles gut. Stuhl? Jo. Oh, 68. Feuer! Ne, jetzt hab ich grad die Neutrino-Gal zurückgebracht. Ich kann kein Foto mehr machen. Ja, Album ist voll. Das ist halt noch verbuggt. Du machst ein Foto mit der Kamera und irgendwie zwei oder drei andere Kameras, die irgendwo hier rumliegen, machen auch ein Foto. Aber das hätte wahrscheinlich auch noch gut Geld jetzt gebracht. Achso, das sehen wir jetzt natürlich nicht. Ich geb mal Feuer. Okay, hat bunt gepufft. Okay. Äh, wir gehen von Revan. Ja, das ist Revan. Wiedergänger, Wiedergänger. Räucherstäbchen noch? Beenden Sie die Heimsuchung, benutzen Sie Räucherstäbchen in der Nähe des Geistes. Netti, willst du das machen? Was? In der Nähe des Geistes Räucherstäbchen benutzen. Willst du das machen? Ja, gerne. Na ja, aber wie gesagt, vorsichtig, ne? Wenn es bunt, also wenn es dir verschwimmt wurden, irgendwann sofort zur Madonna rennen. Ich bringe Räucherstäbchen und noch eine Madonna mit. Bleib gut, du bist. Achso, du bist hinter mir. Ja, gut. Warte hier, ich leg dir die Räucherstäbchen hier hin. Liegen hier. Erste Etage ist hier. Oh shit, sind die jetzt weggepackt? Ja. Oh nein. Warte, ich gehe die Maria erstmal aufstellen. Hier vorne geht noch. Hier ist tot. Da liegt auch hier noch eine. Die ist auch tot. Okay, ich stelle hier eine neue hin. Oh, das ist der Weg zum Truck hier muss so lang ist. Nö, mach auch. Du regst dich auf, ich muss hier das ganze Haus reiten mit so einem flöten Kinderspielzeug. Mach mal noch eine Madonna. Zack. Und Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Alle, da bist du unten, da musst du wieder hoch, musst du das Gerät holen. So, diesmal werf ich sie dir drinnen hin. Die sind echt weggepackt hier, die hat sich hier am Boden geworfen. Naja, egal. Jetzt hör mal sie hier vor der Tür, leg ich sie dir hin. Und wie macht man die jetzt an? Rechtsklick. Benutzen ist immer rechtsklick. Aber erst wenn der Geist da ist, ne? Also wenn du den Herzbompern hast oder wenn du ihn siehst. So, Objekte haben wir auch einige, wa? Jo. Das ist halt der einzige Vorteil als Geist, ne? Hatten wir eigentlich den Scanner-Beeper? Schon. Nö. Gespawnt hab ich ihn. Ja. Und ich hol mir mal so ein Buch. Ja, bevor er ihn exorziert, ne? Geisterbuch. So, okay, keine verfluchten Objekte mehr. Du musst schon reingehen. Ich warte auf dich, Entschuldigung. Geist, wo bist du? Geist, zeige dich. Ich stehe da beieinander, die Madonna, weil da frisst doch zwei nebeneinander. Hier. Rechern. Rechtsklick. Genau. Genau. Jawohl, das war bunt gepufft. Und der Signalsucher hier ging nicht an. Können wir das wieder wegpacken. Ja, jetzt können wir anfangen mit den exorzierten Dingern, ohne dass wir die Hinweise dafür haben, wa? Na, wieso? Wir haben doch alles. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, haben wir Hinweise. Ja, ja, eben, eben, eben. Aber wenn ich jetzt Salz draufschmeiße, müssen wir rückwärts suchen, wofür war das Salz. Wieso denn? Wir haben jetzt... Warte mal. Wir haben jetzt Neutrinopistole. Wir haben Räucherstäbchen. Wir haben Buch. Und wir haben verfluchtes Objekt. Wir haben vier Sachen. Nö. E.M.R. 5, Temperatur 0, Stimme im Haus. Ach, Stimme, so gut. Stimme im Haus habe ich mir nicht eingetragen. Und das hat alles funktioniert. Da fehlt jetzt... Das Buch vorlesen. Das Exorzismus. Das Buch vorlesen fehlt noch, genau. Ja, das mag ich. Ja, okay. Wo ist denn das her? Hast du es gekauft? Deswegen wundere ich mich jetzt. Deswegen wundere ich mich jetzt. Nee, ich hatte alles... Ich hatte alles gespawnt, ja. Klapp mal auf, Nettie. Guck mal, ist ein Licht drin. Schweiß. In dem gekauften Buch ist ein Licht drin. Gegen Schweiß hilft Deo. Gut, viel gesehen vom Haus haben wir jetzt nicht. Weil wir uns wieder nur hier vorne in den ersten Räumen aufgehalten haben. Oh, lass die mal wieder stehen. Oh, die war von ganz hinten. Da will da keiner mehr hin. Und zwischen dem Lesen, Nettie. Zwischen nur schon mal zuklappen, wieder aufklappen. Weiß ich, ob man das immer noch machen muss. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Einfach mit Rechtsklick nochmal zuklappen, wieder aufklappen. Jetzt muss ich wegen dir noch mal an. Ja! Du, die haunt dieses Platz in dem Namen des Herrn, ich versuchte dir, zurück zu wo du kamst. Lass dein Vater zurück auf die Erde, lass dein Vater zurück auf die Erde, ich muss glaube ich doch auf Englisch spielen, den Satz kann ich auswendig. Ja, er klebt an der Decke hier. Es wird dann interessant, wenn noch ein dritter Geist dazu kommt, der mal sonst ist. Weiter lesen, Nettie. Dann hat er gefressen. Hier stehen noch mal. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Namen des Herrn, befähle ich dir, dorthin zurückzukommen, wo du herkommst, lass deine Seele zur Erde zurückkehren, lass deinen Körper zum Staub zurückkehren, so sei der Wille Gottes. Oh, hier rechts von uns. Schön weiterreden. Das war mal kein Verpuff, das war nur abgehauen. Ich hätte erstmal Salz draufwerfen können. Kalter sieht mich, alle schieben sie mich beiseite. Mach mal ne Tür auf und zu, jetzt schließt sie wieder, ein kristall oder? Hm, was? Siehst du dein Salzkristall? Ja, ja. Gut. Du machst nämlich übelste Verrängung mit dran. Nö. Also bei mir nicht. Lol. Lassen. Ich hab' gar mit dem Salzknumpen den Scheinwerfer umgeschmissen. Jawoll. Ja, aber scheint nicht lesen zu. Also, äh, doch. Ach doch, ich lesen. Testen sie die Funktion ihres Mikrophones. Okay. Tun wir auch mal ein Buch. Was? Du, der du diesen Ort heim suchst, im Namen des Herrn, befehle ich dir dorthin zurückzukehren. Wo du herkommst, lass deine Seele zur Erde zurückkehren. Lass deinen Körper zum Staub zurückkehren. So sei der Wille Gottes. Du, der du diesen Ort heim suchst, im Namen des Herrn, befehle ich dir dorthin zurückzukehren. Wo du herkommst, lass deine Seele zur Erde zurückkehren. Lass deinen Körper zum Staub zurückkehren. So sei der Wille Gottes. Ausgetrieben! Erledigt! Sauber! Alter, ich habe den fünfmal vorgelesen. Äh, ich steig' gerade hinter dir und hab' einmal gelesen. Versuch mal bitte, ob da Mikrofon vielleicht nicht geht. Doch, geht's! Ja? Weil ich hab' mir gerade auch ein Buch geholt, ich hab's einmal gelesen, Buch erledigt. Hm, Entschuldigung. Ne, das hat seine Gründe. Was Dings hat der alles eingestellt? mario das hat nichts damit zu tun ob das spiel dann nicht bei mir ist bei mir was eben auch französisch einfach mal es geht drücken auf mikrofon unten und dann mal gucken was er erkennt wenn du irgendwas erzählst erledigt aber kannst du auch nachher machen jetzt haben wir erst mal bitte mit einsamer so lief gegen stünde die maria und die maria du kannst ja das kurze fix weg da vorne fliegt die kamera ist verflucht schnell machen würde die ganze wegschmeißen die madonna die ist hin die kriegen wir nicht wieder genau die grauen sind leider verbraucht aber gut kosten 40 geld euro ja glauben war schon immer teuer cruzifix hat man schon alle wieder weggepackt sein liegen noch vorne welche jetzt ist hier dunkel wo sind die lichtschalt ich suche mir die lichtschalter ich guckte mal als geist du darfst plötzlich abfahren weil ich sehe ein bisschen mehr dann jetzt war ich dir schon licht und du findest nichts so kommen hier am boden aber nicht nur eine decke die linke eine kussisch zwischen mir noch einig doch auch alles schon eingesammelt ach so auch nur ein von mir im stück hier ist nichts hier ist nichts als geist sieht mal осprach gut mix 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 mich nach sagt du kommst du mal fahren jetzt nix 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 ja wirklich los bitte meinen körper festhalten beim losfahren und hier ist noch ein scheinwerfer den sexy sheriff fasse ich an kriegt die haustür nicht zu da muss ich um aufbleiben doch sogar reingekriegt ja wenn ich ihn im auto auto sehe dann ist die chance groß dass es passt willst du fest die leiche wie muss man sich denn jetzt am kopf immer am kopf wo die hand leuchtet und ziehen also los geht's wiedergänger 5 temperatur 0 stimme im haus das ist ganz viele objekte nice du hast die leiche ok 3 2 1 ja gz drei von drei nein zwei von drei haben wir gefunden zwei von drei minus sechs dann war stimme im haus wahrscheinlich verkehrt jetzt drücken wir es kelp und dann hast du unten mikrofon testen weil ich habe eben gesprochen da hat man mit französischen texte reingeschrieben mal gucken was bei dir kommt testen sie die funktion ihres mikrofons hier stehen wir nicht immer bitte die flinne du musst deutlich und laut reden ich rede deutlich ganz langsam ganz deutlich ins mikrofon so einfach testen sie die funktion ihres mikrofons und bei mir nicht ich muss langsam und deutlich sonst muss die netti vielleicht mal neu starten wie gesagt mein mein problem war im windows und ich hatte einfach das mikro auf null gedreht und deswegen konnte es nicht funktionieren aber wieso hat das denn dann immer in 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 die ob es auch schon in disco zum kram funktioniert das kann ich dir nicht sagen ja 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 was so ich habe jetzt ganz gut wie viel geld ich wie viel geld war das denn jetzt egal 500 oder so keine ahnung warum das da funktioniert hat aber wenn ich wo ich hier auf windows und rechts geklickt haben beide eingänge auf null und es war natürlich so dass ich den ausgang auf hinten das war ja auch noch ja gut wenn du dann in ob es die richtige ob es auch schon wieder discord dann normales mikrofon als quelle ausgewählt hast kann es natürlich sein dass das unabhängig von der windows einstellung ich habe ja irgendwie fünf audioquellen immer zur auswahl durch meinen meine software die ich benutze durch den voicemeter na ja ich habe bei mir noch der bildschirm da hat noch lautsprechung dadurch habe ich ja noch eine auswahl gemacht weil dann sonst funktioniert gar nichts mehr gut geht's philipp ja danke dass da ist schön und drei marien oder gerade gefressen ging ja noch 120 und dann bezahlen auch waren deine also mir fehlt drei ja stimmt meine sind alle da ja ja und das ist dann halt wenn du so ein so ein geist hast wird es ein bisschen teuer was das mit angeht ja wie gesagt deswegen jeder zwei stück von jedem dann ist es überhaupt kein problem ne hob ich hatte mal ein soundblaster alpha tactics das ist so ein dongle dabei für usb wo ich klinken reinstecken kann das headset ist aber gerade sennheiser gsp 300 aber das ist angeschlossen an die soundblaster netti ist kurz afk auch so kann das nicht im bus machen ich weiß nicht ob es jetzt gerade ihren sound tag regelt also das ist im prinzip das headset an sich die hardware ist das sennheiser gsp 300 das hat aber klinken stecker wenn das mikrofon nicht angezeigt wird dann soll ich das spiel noch mal neu starten ja haben wir doch gerade auch gesagt wie gesagt weil ich hatte ja auch ich hatte es ja auch gerade verpackt gehabt dass ich doch so bei mir französisch erkannt hatte obwohl ich deutsch eingestellt hatte deshalb wird das bei mir immer als hier dings erkannt sound einstellung da ist ganz anders habe hier mit voicemeter blablabla windows erkennt das als soundblaster technics 3d aber dran stecken tut das sennheiser weil ich lieber usb mikrofon nur mag weil da ist das grundrauschen etwas geringer bei bei klinken stecke hast du immer das problem wenn das nicht ganz wenn da ein bisschen spiel drin ist und durch den mechanischen kontakt hast du immer ein bisschen grundrauschen hinten drin meine sound einstellungen die reguliere ich hier über über das ist kostenlose software über voicemeter das kann ich hier zum beispiel leiser drehen und hier kann ich discord der hat die webcam angezeigt als mikrofon ja genau musst du darauf achten das richtige audio device ausgewählt hat so wunderbar kannst du dich wieder einladen und da zwischen ist doch die software ich bin im bus für rausch unterdrückung für aufdraht muss ich nicht noch mal auswählen das war egal was habe ich alles da drin noise gate und weiß ich was alles also ich hab da so ein paar software im hintergrund laufen manche machen das mit 500 euro mischpulten ich habe einfach free-to-download software du bist hier bist du vor mir warum steht bei mir rocky rocky das haben wir auch letztes gehabt aber du läufst mich gerade um siehst du mich denn ich seh dich also du stehst vor mir ja dann ist doch nicht so schlimm das ist ja ich weiß nicht ob das dann jetzt gucken wir mal ob es auch da muss man sehen kommt ja mal wieder usa ok wir haben wechsel jetzt usa frankreich usa frankreich auch wir können auch mal belgien machen ja alle drin ok ich bin doch der der gestorben ist das sind also rausch unterdrücker und neues geld und kompressor das heißt noch darüber läuft da ist es wieder bei netti hängt es bestimmt 100 prozent fest naja also alte 4 und du lädst uns ein ja alle alte 4 ne ja ja du musst mal spiel killen alt f4 drücken und neu starten hat sich gerade doch aufgehangen ein bisschen fummelei ein bisschen ahnung von sound muss halt haben ist hier mikrofon soundblast soundblaster technik 3d alpha obwohl es eigentlich gar nicht das ding ist wenn du da eine falsche audio device anstellt geist gibt uns ein zeichen geist gibt uns ein zeichen das spiel mag euch nicht mehr graf a lukat hallo hallo oder graf 4 lukat guten abend guten abend naja lidspeak lukat dracula klingt doch ein bisschen doof ne graf 4 lukat ich findest du da bist so einladungen sind schon raus ja bei mir spinnt es wieder rum ich komme gleich oh guck mal puls mit kaffee am saufen wie blöd das ist doch noch ganz schön verpackt du nett guck mal nett ist schon level 10 jetzt zack zack geht das hier ab ich hasse diese kopfhörer ich hasse sie die gehen manchmal aus und dann musst du mal neu einladen jetzt oder was ja bitte irgendwann kauf ich meinem freund ein neues headset wenn shadowfly endlich mal eine post findet dann kriegst du flyer ein headset dazu fang es ja nicht damit an das liegt schon hier rum seit monaten hat sie wohl doch nicht geschafft war bisher ist nicht lang gekommen so ich hab schon USA extrem drin nachher ist weg habe ich in den finger der war gut dann schreibt einfach das mit dem pc das geht jetzt schon ein halbes jahr wenn man es genau nimmt klebt jetzt das papier tasse fest ok ready da lädt und warte noch andere spielen ok oh nein gun ist nicht da liefer ist da aber nur das liefer vielleicht liegt noch was vor der tür was sehen wir dann mit dem scheinwerfer wo ist einfach schon fertig mit seinem stream oder was war schon hat eben geradet ja warte ich spawn maria und so ja zwei von jeden wie findet er denn das pokémon spiel was er da spielt ich denke gut so es wird das nicht spiel rück schon bei alba maria und kruzi in die reingangstür ok ich komm rein und hier fängt direkt die tür an zu knarzen mal erstmal rauskriegen was es ist ich spawne einfach mit drei maria drei oh das ist wieder alles hier voll gespawnt gespammt ich habe die aufstellkamera und den sucher den scanner oh scanner fängt direkt an zu scannen warte kannst du bitte mal noch zwei kruzifixe und zwei madonnen grüner krabbler jetzt ist er aufgestanden ok also bolter oder dem ja das scanner ist bei 7 und 5 prozent stehen geblieben also machen wir noch zwei madonnas bitte und zwei kruzifixe so wurden dankes kruzifixe kurz kann ich bis zwei zählen und zwar als drei Aber wohin? Für mich in der Hand bitte noch eins Okay, Errormessung erledigt Aber ansonsten hatte ich keine Temperatur Wie wird der noch? Ah! 9P350 9P350 Hattest du schon EMF? Nein Hast du einen? Na, okay, haben wir da Ich hab Schnüffler mit Und jetzt ein Revenant ist, wer fühlst du nicht umfallen? Geist, bist du hier? Geist, gib mir ein Zeichen Geist, kannst du reden? Geist, sprich zu uns Geist, sprich zu mir Geist, wo bist du? Er macht dieses komische Quietschen, wenn ich über die Box mit dem rede Glaube ich Wir haben 4 5 Wir haben 5 Der Kessel in der Küche ist unsichtbar Geist, wo bist du? Geist, kannst du reden? Geist, gib mir ein Zeichen Der hinten links steht Geist, rede mit mir Geist, sprich zu uns Es kommt immer dieses Türquietschen, wenn ich sage Geist, du bist du Geist, rede mit uns Na ja Geist, schließ eine Türe Wo ist er denn? Geist, kannst du eine Türe schließen? Ist ein Poldi Geist, kannst du die Tür zumachen? Na ja Geist, öffne eine Tür Geist, bist du hier? Aber keine Temperatur Geist, rede mit uns Da läuft man an der Decke Da läuft man an der Decke Das ist auf der Wand Geist, wo bist du? Geist, rede mit uns Geist, gib uns ein Zeichen Neutrino Pistole Geist, schließ eine Tür Geist, rede mit mir Geist, kannst du eine Türe öffnen? Geist, kannst du eine Türe öffnen? Geist, öffne eine Türe Geist, öffne eine Türe Es kommt die ganze Zeit das Quietschen hier Ich weiß aber nicht, ob das wegen meiner Box ist Das ist aber dann auch nicht Wo ist das im Haus, ne? Ich habe ein verfluchtes Objekt fotografiert Geist, kannst du eine Türe öffnen? Geist, öffne eine Türe Geist, kannst du eine Türe öffnen? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher mit der Box Geist, öffne eine Türe Geist, kannst du eine Türe öffnen? Ich habe gerade eben gesagt, kannst du eine Türe öffnen? Irgendwo habe ich die Türe quietschen gehört Also ist auf jeden Fall Bolli, da schmeißt du die ganzen Bolli noch gegen Wow Was war das jetzt schon wieder? Hast du dich erschrocken? Ja, Puls sagt nein Aber ich habe mich ein bisschen erschrocken, ja Also gehen wir wieder vom Kruzifix aus, ja? Ja, auf jeden Fall Haben wir noch drei Stück gespawnt Äh, Kammer und Operat Und Flashbank Wo ist sie? So, was war jetzt mit Unsichtbaren? Äh, der T-Kessel in der Küche hinten links ist unsichtbar Ist unsichtbar, oder? Achso, wir sehen Ist unsichtbar, ja Okay, dann fliege ich da jetzt Auf jeden Fall ist er wütend Ich habe den Türkessel Hat aber leider noch 8,4 Abschied mich für heute, ruhig viel Spaß Jo Mario, gute Nacht Schön, dass du da warst Und die Spracheobjekte, äh, haben immer, geben immer ein Zeichen, ne? Ja, sollte immer 8 oder sowas anzeigen Gut, gut, dann ist hier oben der Zug einfach nicht da Ein Rattel an der Mauer So, hat die Tür zugemacht, die Schweinebacke Also die Tür war eben bei mir offen Ja, der Gast hat sie zugemacht Dann war das nur bei dir Der Scheinwerf hier draus ist bei mir auch wieder nicht an Ne, leuchtet schön Uh, das war aber klappt Darf ich wieder plaudern? Ich muss mal das Kruzifix, äh, wechseln Öh, ich habe ein Foto gemacht Zweimal den Geist drauf What? Zwei, drei Sterne Foto, Geist Das ist Foto 1, lol Was ist mit der Violine hier? Verflucht Hab ich fotografiert, ich packe es in den Truck, ne? Jo, ich bin dann oben durch, das war alles War Writing Darf ich die Bibel wieder lesen? Ja, mach doch einfach Warte mal, was haben wir denn? Wir haben nur 9, 9 P 350 An EMR 5 haben wir auch Ja, das war die Bibel lesen, aber das wird nicht viel bringen, weil das nicht dabei ist Gehen von Poldi aus, ne? Neutrino Pistole und Flash Warte, ich hab doch Flashcam dabei Temperatur macht er nicht Geist, zeige dich Geist, zeige dich Geist, wo bist du? Zeige dich, Geist War Writing Nein Okay, alles Verflucht ist raus Jawohl, geflasht ist und war bunt Da müssen wir noch ne Pistole tun Oh, hier macht er Licht an und aus Schweinebacke Oh ja, hier ist wieder einiges unordentlich, ne? Ja, zum Teil auch wegen mir, aber der hat im Bad richtig Erlangen gemacht Verfolgt mich, Schweinehund Naja, bei mir auch die ganze Zeit Die ganze Zeit, nicht einen Moment ohne Bubbern Okay, rot und bunt, drei Kanonen Jo, das hab ich bis hier gesehen, jo Also ich hab weder das Pentagramm noch, äh, Schrift an der Wand gefunden Hat aber nichts zu sagen Das stinkt dich, der Würfel Ah ne, Küche hab ich schon nicht geguckt Netti Hm, was war das? Küche sind Orbs Okay, ich will meinen Sticky Gebe dir auf den Sack, ey Netti, hör mal bitte auf mit LASEN Ja, das macht er natürlich immer aggressiv, ne? Ja, das macht er natürlich immer aggressiv, ne? Ja, Pentagramm Nein Ich will jetzt erstmal noch was Cozzi fixe Ich will mal einen Rauch und jo, Alpha Habt ihr noch, braucht ihr noch Cozis? Ja, spawnen wir noch ein paar Ich hab mein zwar gar nicht getauscht, aber man weiß ja nie Pfft, 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 pfft Also Orbserrahmen ist ausgeräuchert Pfft, mein Schatz Ist aber nix passiert, ne? Nö, bis jetzt nicht Ah, sodass er mir gerade wieder auf die Bälle rückt Pfft Die ist auch nochmal Ich glaub's bin jetzt hier wieder nicht Hattest du Wandmalereien? Nein Ich hab jetzt mal ein Buch eingesteckt Machen wir mal in die Hosentasche schreiben Fass Chimmy in die Hosentasche Chimmy hat ein Loch in der Hosentasche Hier bumpert's bei mir nicht Ah, hier Bei mir ist er hier drüben Hier Weiche Geist Weiche Boah Ah Du, der du diesen Ort heim suchst, im Namen des Herrn Befehle ich dir dorthin zurückzukehren, wo du herkommst Lass deine Seele zur Erde zurückkehren Lass deinen Körper zum Staub zurückkehren So sei der Wille Gottes Ausgetrieben Aber ich hab jetzt wieder nur einmal den Satz hier aus dem Buch gelesen Ja, nicht so schlimm Der mag mich das Spiel nicht Nicht so schlimm Beruht ja auf Gegenseitigkeit, oder? Was? Ich hoffe nicht, ich mag das Spiel jetzt Ich find's gerade interessant Ich möchte aber trotzdem noch was mal spielen Da sterbe ich mit Sicherheit dann jetzt immer Weil ich mit dem kurzen fix in der Hand rumrenne und es nützt nix Jetzt müssen wir mal gucken, was es war Trag mal Box ESP ein Dann müssen wir exercieren, ja Oder mussten wir es vorher auch schon Nö Weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Tür auf und zu gemacht hat, wenn ich gesagt hab Can you open a door? Ich hab auf Deutsch gesagt, kannst du eine Tür öffnen Ja, wir lassen es halt erstmal so Aber sammeln müssen Und schaut ihr mal hier ins Buch Ich hab ja das Buch mit mir rumgeschleppt Ob da was drin steht, ich seh nix Da steht doch nichts Da steht doch nichts Fotografie Äh, Fotoapparat Die anderen Aufgaben waren aber fertig Alles erledigt, jawohl Ich hab doch eben eine Fotokamera hier weggelegt Ja, die hab ich lange weggeschmissen und im Flur gehauen Ich war doch unterwegs damit, ich brauchte die noch Ne, das Buch war gerade verfluchtes Objekt Ursprung der Heimsuchung haben wir auch fotografiert Wo das ein Bild vom Truck ist Kommt mal bitte jemand, hier ist noch ein Kruzifix Ich hab keine Hand mehr frei Ich hab drei Hände frei Und danach ist, äh Wo ist Kruzifix? Da, im Flur Wo ich hinleuchte Äh, bei mir leuchtest du nicht, bei mir ist das Ding aus Okay Läuft, läuft Hier ist aber auch kein... Ach da Da, da, da Nehm bitte den Scheinwerfer Also bei mir ist grad dunkel Ich hab's Tschö, Geist Äh, Schemi ist der Antichrist Wenn Licht an ist, sagt er, es ist sauer Also haben wir jetzt, äh, Box ESP Geraten? Ja, ne Eigentlich nicht geraten War ja so eigentlich Ja, ich denke Also mit der Box tue ich mir immer schwer Ne, die hast du alles? Ja Volt der Geist, EMA5 Leut B350 und Geist auch für die ESP Was ist drüben? Da geht's raus Ne, war, eins war falsch Ey y'all Oh, das war ein Dämon What? Das war ein Dämon What? Hab's doch alles getrieben Puhuhuhu Ja, 360 Dann hätt ich Aber es waren zwei von drei Na egal Nächste Frankreich, Frankreich Einfach untersuchen Hab ich noch Nächste Nicht Wann wir noch einmal und danach fassen wir? Nee, nicht einfach Volle Pulle Naja, aber ich kaufe das nicht, ich warte bis die Balken hier durchlaufen, ne? Warte, ich kann mal gucken, vielleicht ist sie ja bei mir Oh bei, ja, 30, ne, muss nicht sein Oh bei, ja, 30, ne, muss nicht sein Prankreich Prankreich Auch alles parat Oh, ich kaufe kostet 50 Ja, ist nochmal Ja, ist nochmal Belkin Extreme, hast du Lust? Ja, komm, ja Los, komm, los, 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 das Abschluss, komm Also, haben wir die Kanone schon? Ja, hab ich Willst du sie nehmen? Pff, so geil Nächste ist auch drin? Jawohl, 3, 2, 1, Abfahrt Ich hab ein bisschen was gekauft Oh, kaufen hab ich jetzt ganz vergessen Ging denn was drauf gerade? Das ist jetzt die Burg, das Schloss, ne? Oh, die Kanone ist da Ja, ist sie Hab ich schon Ah, Wasser ist alle Kaffee, Wasser ist alle Willkommen zurück Ich stelle mal hier auf Kreuzergekretten, ne? Vorne in den kleinen Raum oder gleich am Hof? Äh, vorne im kleinen Raum, weil da kommt manchmal von links Also, schön, alles absichern Wollen wir hoffen, dass es ein Kreuzgeist ist Was? So läuft halt immer auf mich So läuft halt immer auf mich Und, äh, ja Hat einer den Scanner? Ja, ist schön da, ne? Ich stelle ein Herzpumper Ja Hat einer den Scanner? Nein Ich stelle ne Kamera auf und stelle den Scanner hin Und da, da ist ein Kaffee D-Bas-Zamble 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 aber ein schnitt der lampen ich habe noch nie eine kauft ach wie es noch so ein ding aber jetzt siehst du das ganze licht jimmy muss ich gucken ich bin noch ein schwach ich habe hier bub und da ist nur wo sich nicht gesagt dass es kreuz sich jetzt emf 4 nicht mal weiter wird vielleicht noch ganz hoch ist dunkel nur die eine dass ich aufgestellt habe sehe ich auch jetzt gerade jetzt daran gegangen okay strahlend hell hat netti gerade ausgemacht wir haben ein kind wir haben ein kind also das kann doch nicht wahr sein ich stehe neben der madonna ja zweitemal heute ach verdammt ich noch einmal ja im ersten lesegerät ist erledigt also marien aufstellen ja jetzt könnt ihr auch das licht für euch an machen weil ich sehe im dunkeln auch so steht was auf dem scanner ne null prozent null prozent ja der hätte angehen müssen als das da war kind emf 4 schon temperatur ich schnapp mir mal ins liefer mach den dann mal bitte einer an ich komme gleich die madonna hinstellen er ist schon gefallen die kleine so der ganze hof ist jetzt gepflastert mit marias du hast ja gesehen wie sinnvoll das ist ne was hast du denn an equipment dabei ich hatte kreuz linke hand hatte noch eine maria eingepackt und noch ein kreuz ich wollte gerade legen doch hier liegt ein kreuz ok es war ja noch nicht klar was es ist deswegen ja ein kreuz habe ich gefunden na den scanner äh hat sich eingepackt den scanner hat sich da hingelegt damit er auslösen kann äh haben wir meld schon ach sie ist da oben an der tür wo ist denn der okkulst liefer äh ich suche und nicht ihm mal bitte das piepse gerät wieder ausmachen lassen ne habe ich hier oder mach mal bitte sei mal nett ne hier vorne piepst doch noch ich habe es ausgemacht jetzt ist es aus danke okkulst trifft ähm ne da hatte ich doch einen mitgebracht der muss doch da sind na egal du gehst an danke nimmst du den hier das mel äh hat das jemand so jetzt guck ich mir mal den keller an ähm weil der ganze Hof hier ist jetzt voll mit Maria da ist auch noch einer ok guys bist du hier wo gehts denn in die kamera wo gehst du in die kamera ops du fragst mich mal hier drin keine ahnung sie hätte gerade die tür da aufgemacht ok wir haben null temperatur ok wir haben null temperatur Wo bist du? Zeige dich! Oh, Räucherstäbchen und Salz. Wo? Warte mal, wir gehen mal. Kind, EMF 34, Temperatur 0. Salz, Kristall und in der Nähe räuchern. Pass auf, Nettie, die Statuen können sich verbrauchen und dann bist du Bundeswessen. Ich weiß, ich wollte nur den Rücken gerade stärken, weil du da am Tablet warst. Ah, die Knarre ist schon geladen. Ah, wie praktisch. Keine Ursache! Ein Keller finde ich nicht. Ein Bart auf dem Klo. Ich hoffe, das Ding ist auch reingeschaltet. Aber gelbe Lämpchen leuchtet ja. Mach das mal vor dem geist. Okay, ist das nen Gimmick? Dieser Möööööööööööööööööööööööööööööööööö ne? Wo bist du? So, das war schon mal bunt. René, hast du Räucherstäbchen? Ja, ich hab die Fotokamera. Ich wollte gerade ein Foto machen, bevor du abdrückst. Ach so. Ich will mal was ausprobieren. Hä? Wo ist die Kuhbox? Ach so, kann man das vor jedem Geist machen? Nicht nur vor einem Kind? Ist noch nicht durch die Maria, okay? Geist, wo bist du? Geist, zeigt dich. Kommt der mal hier rechts bei mir? Guck mal, ob es da Obse gibt. Da, wo ich jetzt hinleuchte. Hier ist sie. Sie ist da an der Tür. Hier oben, das breite Stock, ist ein verfluchtes Objekt, was ich nicht öffnen kann. Das hat sie die Muku kaputt gemacht. Hat mir die Muku kaputt gemacht. Dann auch mal raus. Jo, Hope. Gute Nacht. Ist jetzt grau. Gute Muku. Gute Muku. Nee. Ich hole die Worte auf gut Glück. Ich habe keine Ahnung. Äh, Kamera ist auch noch nicht erledigt. Ich bringe mir noch eine mit. Und Netti, das Kreuz kann weg. Das bringt dir gerade nix. Kein Trinken. Kannst ruhig weiter rumlaufen. So, hier ausbauen sie ständig, ne? Geist, wo bist du? Zeige dich! Da bist der... Du hast einen verdrehten Rücken, Kind. Komm zurück! Jawohl. Geräusch hat habe ich auch. Und mehr Hinweise haben wir gerade noch nicht, ne? Nein. Ja. Ich habe hier irgendwo ein verfluchtes Objekt, aber da wollt ihr nicht hin. Gekritzel, Geräusche. Ah, haben wir die Box schon überhaupt benutzt? Kommt gerade runtergerannt wie eine Irre. Haben wir überhaupt eine Quasselbox schon gespawnt? Geisterfone. Geist, kannst du mal Wasser schmeißen? Oh, gespawnt habe ich es. Geist, ich habe jetzt mal ein eigenes. Geist, kannst du mich hören? Geist, kannst du reden? Geist, sprich zu uns. Geist, gib uns ein Zeichen. Geist, öffne eine Türe. Geist, kannst du etwas bewegen? Geist, kannst du etwas bewegen? Geist, bist du hier? Ich glaube, ich habe das mal vorbeigeworfen. Geist, rede mit mir. Geist, kannst du reden? Geist, kannst du sprechen? Okay, Geist, kannst du sprechen? Also, weiße in der Haus oder ESP? Was würdest du jetzt als weiße in der Haus, ne? Wäre dann ein Exorzismusbuch. Letty, willst du nochmal versuchen oder soll ich direkt lesen? Ich will lesen. Willst du dir mitbringen? Wo bist du? Warte, hier. Hier. Hast du? Das ist der dufe Keller. Ich kenne mich hier auch nicht. Oh, Error-Temperatur. Warte mal, bevor du liest. Letty, letty, warte, 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 warte. Ich habe das Buch noch nicht offen. Thermometer. Ich mache erst noch eine Thermometer-Error-Messung. Ich habe einen Keller gefunden. Ich kenne mich hier auch nicht aus. Der Hof. Ja. Ich vereine mal mit, äh, Dings. Wie heißt der nochmal? Igel. Igel? Igel. Da waren wir im Keller gewesen. Da hatten wir auch ein Kind als Geist. Geist, bist du hier? Geist, zeige dich. Geist, wo bist du? Ein verfluchtes Objekt und da wollte er nicht hin. Dann bring du es raus. Achso, wegen dem Sniffer. Ich sehe es nicht. Achso. Nee, ich sehe es auch nicht. Das ist das Problem. Das ist so ein Bücherregal, irgendwas unsichtbares. Geist, wo bist du? Error erledigt. Jetzt kannst du lesen, Netti. Hier, wo er herkommt, hier hat das Niefer. Da ist der Keller. Ich muss noch ein Buch spawnen. Ja, Revenant und Kinder, die sind zum... Ich meine, das Bild vom Foto. Ähm, das Bild vom Foto, genau. Bild vom Geist. Nein, hat nicht gezählt. Stimme im Haus, ja? Würde ich jetzt so deuten, ja. Soll ich die Box nochmal und fragst du nochmal. Ist eigentlich egal, ob du das Ende oder das andere nimmst. Beide das gleiche Ergebnis. Ja, aber wegen des Hinweises. Alter, was musst du denn machen, um den Scheißgeist zu fotografieren? Wahrscheinlich in die Lüfter. Ey, der steht direkt vor mir. Nö, fünf Bilder gemacht. Fünsch mal kein Geist. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im Land des Herrn, befiehle ich dir, dorthin zurückzukehren, wo du herkammst. Lass deine Seele zur Erde zurückkehren, lass deinen Körper zum Staub zurückkehren, so sei der Wille Gottes. Du, der du diesen Ort heimsuchst, im... Ja. Fertig. Nee. Das war, äh, zwar bunt, aber, äh, es war nicht das Gewitter. Oder hier, Feuerwerk. Aber uns fehlt noch was. Dann fehlt uns noch ein Hinweis. Aber was? Der hat doch kein Geld. Ich hab doch keinen Stress. Ich hab doch keinen Stress. Ich hab keinen Stress. Dann danke dir. Ich hab keinen Stress. So, was hast du jetzt gesagt? Temperatur 0? Warte kurz, ich füll grad Kaffeewasser nach. MF 34. Temperatur 0. Stimme im Haus. Dann müssen wir Salz räuchern und exerzieren. Das haben wir schon gemacht. Also muss uns noch ein Hinweis fehlen. Äh, leg doch noch mal dein, das, das Analysegerät bei. Und guck mal, ob in deinem Buch in deiner Hosentasche was drinne steht. Äh, dafür müsste ich mir so ein Buch in die Hosentasche stecken, wa? Liegt das hier irgendwo? Dann spornen wir eins. Geiste Buch holen. Das heißt ein Salzkristall? Das ist die Schrotflinte, die ich eben gemacht hab. Man kann entweder das Salz werfen, auf den Boden legen oder mit der Schrotflinte drauf schießen. Aha. Das hab ich, also die drei Aufgaben, die jetzt im Buch stehen, die hab ich schon gemacht. Bei mir zeigt er zwei Aufgaben an. Hast du Kind ausgewählt, rechts? Ja. EMF 3, 4. Temperatur 0. Stimmen im Haus. Geist, wo bist du? Zeige dich. Geist, zeige dich. Hier ist so ruhig im Hof. Aber es ist nicht erledigt, ne? Bei mir zeigt er an, das mit dem, mit der Salzflinte räuchern und dieses Buch mehrmals. Ja, genau. Die drei haben wir ja schon gemacht. Ich hab mit der Flinte drauf geschossen. Ich hab eben ausgeräuchert. Und dann haben wir gelesen. Jetzt zahlt sie sich nicht mehr. Jetzt hat sie Angst für uns. Ne, da läuft sie. Ne, der Scanner schlägt nicht an. Schreib ins Buch! Geist, schreib ins Buch. Geist, kannst du ins Buch schreiben? Oh, da ist der Donn-Geist. Ja, mal dieses tieke Auge da unten. Mal sehen. Jawohl! Hat das Buch geschrieben. Während ich es in der Hand hatte und auf sich zugegangen bin. Das ist cool. Und ich hab auch diesmal das Schreibgeräusch gehört. Das ist aber voll leise. Was ist es? Symbole, Bilder? Text? Äh, Text. Tod, death, muerto. Oh, 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 oh. Ich würde sagen, ihr packt ein und haut ab. Hahaha. Vernicht nicht das Pentagramm. Yay! Scheiße. Komm, packt ein und macht los. Das findet ihr nie. Und wenn, sterben wieder alle. Oh, pfff, bin ich auch für, eigentlich. Macht keinen Sinn. Die, warum rennst du jetzt nochmal mit der Salzflinte rum? Das haben wir doch schon erledigt. Ja, ist ja gut. Entschuldige bitte, dass ich auch mal die Waffe in der Hand halten wollte. Ja, ich weiß, dass du große Waffen stehst in der Hand. Aber da musst du auch laden, ey. So weißt du. Die ist geladen. Ja, also ich würde abbrechen wollen, Nettie. Oh, Nettie, 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 Nettie. Die vorne, die Madonna als letztes, bitte. Ja, lass uns hier safe machen. Dann seid ihr nämlich tot. Welche Flutlichter waren jetzt von uns? Ne, wir waren alle mit. Also das links nicht. Nur das eine, äh, die zwei links und rechts nicht. Pass auf. Renn, 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 Jimmy, renn. Nö, ich hab nochmal da am Boden. Und bitte nicht die Kruzifixe vergessen. Die sieht man nämlich nicht. Ja, eben. Ich meine, das eine hätte ich auch... Also eins habe ich von dir eben aufgehoben. Das war in so einer Fuge verpackt. Ja, ich hab hier nämlich auch gerade noch eins gefunden. Ja, dann ist das wahrscheinlich dein zweites. Oder wo lag das? Nö, lag weiter hinten. Neben der Madonna. Also warm platziertes. Hier lag doch gerade noch eins, ne? Ja, siehst du das? Ah ja, warte, ich seh's selber. Boah, genau das. So, total. Hast du gesehen, wie das da lag? Nimm du, nimm du, nimm du. Oder hast du keine Hand mehr frei? Doch, doch. Jawohl. Weil du hast mehr Platz. Ja, ich nehm jetzt hier die Madonna noch mit. Mhm. Und die. Und dann schnell weg. Äh, vorne das Flutlicht, das war von dir oder von mir. Naja, genau. Da vorne das Flutlicht und jetzt sind's noch zwei Madonnas. Und das eine Flutlicht. Also, drei Madonnas eigentlich. Oder jetzt nur eine. Nee, jetzt da das Pentagramm suchen. Pfff, bei nem Kind. Also wenn's, ja, Puzifixgeist wär okay. Ja, 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 ja. Seh ich auch so. Vorsicht, 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 Vorsicht. Nicht wegnehmen, nicht wegnehmen. Naja, schön, 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 schön. Nimm, nimm renn und ich nehm's Flutlicht. Oder so, ja. Achso, er lässt das Flutlicht dann fallen. Ja, egal. Hier steht da noch eine Madonna. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Lass die Madonna noch stehen. Ja, okay, 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 okay. Das ist cool. Ich steh im Licht, ich steh im Licht. Alles ist cool. Das müsste es gewesen sein, jetzt. Ja, und wenn nicht, dann Pech gehabt. Egal. Ja, aber mit der Q-Box hier, wer weiß, aber nicht so spektakulär, wie ich dachte, dass es wär. Äh. EMF 34, Temperatur 0, gekritzelt Text, Stimme im Haus, Kind. Foto, Summer, Geisterschrift. Die anderen sind alle nix geworden. Okay. Dann fahr ich ab, ja? Jo. Jo. Ansonsten ist die Wand grün, ne? Ja, okay. Kaffee wollte ich noch mal. Äh, eins habe ich noch. Ne, zwei. Ein, haben wir noch, ein, haben wir noch. Jo, Kind. Und drei von vier. Dann war es bestimmt der nicht, was in der Haus. Ne, vier von vier habe ich. Ja, war weiß ich. Ich habe drei von vier. Ich glaube, ich soll nicht eingetragen. Warte, Evo. Zwei Fotos und kein Objekt. So, schnell doch. Ne, die. Ne, ist schon wieder um halb eins, was? Naja. Ich dachte, wir machen jetzt fast nur. Mimimi, ja, mach mal doch. Hab ich doch gerade gesagt. Mimimi, Mimimi. Ich bin ausgeschlagen. Chemie, machen wir fast nur. Ja. Ja, begeisterung klingt anders. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Ja, 30 und 10,000 Euro. Was? Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Ich habe es letztes Mal solo versucht und bin natürlich instant gekillt worden. Gut, dann machen wir jetzt noch Röntgen-Fasmophobia. Ich hätte was sagen können, dann hätten wir zu Twitch spielen können, so wie neulich. Twitch, Stream-Info bearbeiten, äh, Phasmophobia. Wo ist meine Maus? Hallo, Maus! Fertig. Bearbeiten. Ab, wo sind wir jetzt dran? Ab drei Stunden. Hä? Habe ich, hatte den... Neue System ist auch fertig. Warte mal noch auf dem Bildschirm. Ähm. Ab. Drei. Null eins. Was? Bitter, speichern. Bada. Ach so! Lobby-ID, wa? Oh, das dauert noch. Ich bin gerade beim langsamen Laden. Oh, ich schicke es, äh... Ja, Ding, äh... Sag gerade hier, äh, Private-Chat-Ding da. So, wie geht das jetzt hier? Jetzt muss ich hier Sachen kaufen, ne? Dann mach ich mal gerade eben schnell die Pipi-Pause, ja? Mach das. Oh, was hab ich denn hier für eine komische Einstellung? Das ist total verzerrt jetzt, das Bild. Hm? War das schon immer so? Okay, bis gleich. Ihr wird kurz aufs Klo. Der Puls geht gleich wieder in die Höhe. Ich bin gerade in die Höhe. Ich bin gerade aufs Klo. Und jetzt muss ich hier zusammen kommen. Ich bin gerade in die Höhe. Ich bin gerade zum ersten Mal. Ich bin gerade aufs Klo. Ich bin gerade aufs Klo. Und jetzt muss ich mal was, was beachten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, ich hab mein Handy, mach mich nicht in der Hand. Jetzt hab ich's auch Joker 1 gebispert. Ich dachte schon, die hat keiner Lust. Na, fast wohl ist nicht so ihrs. Ja, hab schon mitgekriegt. Was? Steht so immer im Bus und wartet. Lassen wir Discord-Quatsch oder in-game quatschen? Na, in-game, wie immer. So wie immer. Well, einen Job. Asylum? Nein. Ridgeview Roadhouse oder Graft Farmhouse. Mach mal Ridgeview, weh? Ja. Äh, hinzufügen muss ich noch. Oh, bin ich gestorben, das Letzte? Ich hab keine Kopfkameras mehr. Äh, da brauch ich mal neue. Ja, der Entwickler von Fassmo fängt ja jetzt an, rund zu jammern, ne? Echt? Na ja, er wär doch die ganze Zeit alleine gewesen. Ja, weil, wie gesagt, wenn er so ein Spiel mit so einem Potenzial hat, ne? Da lässt man das, macht man nicht alleine, weil da holt man sich ein Team. Ja, da wird es ja einschlägt. Er hat doch jetzt zwei Mann eingestellt. Ja, jetzt, aber das ist zu spät, ne? Kommt das nächste Spiel raus und rett ihm in den Rang ab, ne? Ja, ja, gut. War Pech gehabt. Ist halt so auf dem Spielemarkt, ne? Da ist er. Da muss er ganz schön nachlegen, dass er das wieder raus holen will. Oh nein, der erkennt mein Spiel nicht. Warum? Frech heißt. Ach, Taschenlampen, die kann ich wieder raus machen. Ach, das ist das Ding. Wollen wir mal. Ach, ich bin. Hast du mal diesen Trello-Link geguckt, den ich mal geschickt hatte? Hm, glaube, ja. Das alles kommen soll. Also, es soll ja im Prinzip komplett überarbeitet werden. Das ganze Level-System, man soll Items verbessern können. Und weiß ich was alles. Naja, das soll er aber nicht nur, das hätte er schon vor halbem Jahr machen sollen, ne? Das Spiel ist fast jetzt ein Jahr. Ja, ja. Da hätte er mal ein bisschen den Finger ziehen sollen. Echt, schon so alt? Naja, ist schon länger. Es hat ja einen riesen Hype gegeben. Und er hat nichts gemacht, ne? Was macht er? Review, gut. Weißt du, was ich jetzt seit Neuestem gestartet habe? Dorn of Zombies habe ich hier heute gestartet. Mhm. Das Spiel ist zwei Jahre alt. Joa, joa. Wenn ich manchmal meine Videos gucke... Aber die haben irgendwas mit... irgendwas gemacht. Und wenn ich mich hier umgucke, ist das alles so... Sieht so langgezogen aus. Soll ich bei dir reingucken, oder was? Oder so ein Tunnelblick, oder sowas. Da hat's echt gut gemacht. Irgendwas ist hier... Wenn ich mich so drehe, wird das alles so... Weil hier sieht pirmisch aus, ja. Als wäre hier so... Raum-Zeit-Continuums-Probleme, oder sowas. Äh, Beta, Beta, Norby. Äh, wir spielen alle Beta, ne? Wir sind auch alle noch am Beta-Stand, ne? Ja. Ach, sonst hätten wir keine Lobby machen können. Ja, genau. Okay, danke. Jo. Ah, das dauert. Was sagen wir, was lädt man sich schon wieder so lang? Na, abends. Sorry, wofür? Sorry, hallo erstmal. Ich lage dieses andere Spiel. Ja, ich drüber gerade schon wieder das Schiff zum Laufen. Hier ist doch noch alles eingestellt bei mir. Das ist eigentliche Gute, dass ich nicht jedes Mal die Tastatur ändern muss. Wenn ich dann mal irgendwann spielen darf. Hallo, hallo, test, test. Ja, da bist du ja. Hallo, hallo, test, test, ingame voice, hallo, test, test. Hallo, Schibli. Läuft, läuft. Hallo, hallo, check, test, 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 okay. Schlüssel habe ich schon. Dann kommen Sie im Geistwetter Jagd. Lass Sie es als durch Geist wandeln. Wir hören dich hier hoch. Foto vom Geist. Susan Miller, können nicht sagen, Einzelpersonen oder Gruppe. Helmkamera nicht vergessen. Ne, die ist schon nie, nehme ich nicht mit. Ach shit, habe ich jetzt hier die ganzen Paraboldinger dazu gemacht? Egal. Äh, Taschenlampe. In dem Spiel braucht man eine Taschenlampe, ne? Irgendwie ist meine Ansicht komisch. Und auf der Hocke rausgehen. Ach ja, hier muss man ja nicht gedrückt halten. Geht man ja in die Hocke und bleibt da. Hat wer geschaut, wo die Sicherung ist? Nicht in der Garage. Alles im Keller. Alles im Keller. Knochen im Bad. Welchen? Da wo die Küche ist. Hier? Da. Okay, nicht mehr Rätschen. Ich gehe mal in den Keller. Ach, da ist schon jemand. Brauchst du nicht. Oh, sind alle im Keller. Ich habe die Sicherung gerade reingemacht. Bist du hier? Wo bist du? Ich gebe mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Hier kann man nicht sprinten, Schimler. Okay, ich habe Kindergeräusche gehört. Das ist aber ehrlich. Ist ja schon fast Plagiat. Das Häschen sieht wirklich genau so. Ja, das sind die Standard-Unity. Das sind so Unity-Assets. Genau das EMF und die Geisterback-Ding da ja auch. Ach, das sind Standard-Items. Ja, so ungefähr. Kannst du mal das Foto, wer hat's, ähm, hier? Hier. Ich habe keine Kamera. Das ist umgeworfen worden. Ja, lass liegen. War aber irgendwo ein Handy? Ja, hier in dem Raum. Wo ist denn hier in dem Raum? Ah, da, okay. 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 EMF-2. Wo? Da, wo das Handy irgendwie vibriert hat. Was mich zu der Frage führt, wo ist der Raum, wo das Handy vibriert hat? Hier hinten in der Ecke, auf dem Nachttisch. Wo ich's grad stehen. Okay, der ist durch Salz gelaufen. Oh, Buch! Und Buch haben wir auch schon. Kannst du mich hören? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Meine Box gibt was wieder nicht. Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, Box sagt nichts erkannt. Lass ihn mal hier drin liegen. Ich schmeiß ein Item weg. Geh. Geh, genau. Hat ja auch gerade das Problem. Moin, Xaver. Also nicht wundern, die Box oben rauscht noch. Vielleicht regelt's ja, wenn ihr da sprecht. Moin, moin. Ah, ihr hättet mich auch mal oben lassen können, ne? Egal. Machen sie ein Foto vom Geist. Okay. Ich nehme mal den Apparat mit. Sanity. Chemie 44. Netty 50. Don 43. Aktivität bei 3. Keine Orbs. Jedenfalls nicht so der Kamera jetzt. Also wir haben Buch und Fingerabdrücke. Ah, Fingis auch, okay. Ach, J. Oh. 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 Äh, ja. Wo hab ich jetzt meine Liste wieder? Moment. Meine Liste. Dadadadadada. Meine Liste. Ähm. Das hier, ne? Genau. Da. Buch und Fingerabdrücke. Ops. Wart, wir haben doch Ops? EMF Level 5. Ach so. Box. Ja. Spirit Revenant Hunt 2, ne? Jo. Box EMF Orb. Gut. Dann laufe ich schon mal im EMF rein. War eben nur auf 2. Ich futter mal ne Pille. Hast du Fingerabdruck gefotografiert? Jo. Entschuldigung, der Hocke. Gehen wir mal davon aus, dass das da auch ist, ne? Das Buch auch fotografiert? Jo. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Kannst du mich hören? Wie alt bist du? Kannst du mich hören? Ach Quatsch. Bist du hier? Wie alt bist du? Ist wir am Truck? Jo. Guck mal doch mal ne Kopfcam bitte. Ich stehe jetzt gegenüber von der anderen Kamera. Ich muss das Licht ausmachen. Mal ein bisschen nach links. Einer, einer. Stopp. So stehen bleiben. Nicht bewegen. Nichts. 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 Der hat mich die ganze Zeit ange... Ja. Wenn es geht ein Feuer, schnell ein Foto. Ah, zu spät. EMF 4. Hast du ein Foto vom Geist? Warte, ich guck mal. Ich hab eben wahrscheinlich schon eins, hoffe ich jedenfalls. EMF 4. Ja, Geisterfoto. Kannst du mehr machen. Kannst du mich... Wie alt bist du? Aufgabe erledigt. Bist du hier? Ich bin zu dem Geist bei einer Jagd. Netti. Was? Ist erledigt? Nein. Ich wollte gerade sagen, weil da keine Jagd war. Nein, nein. Nur das Foto. Entkommen nicht. Ich hab da nämlich jetzt im Dunkeln eben gestanden, weil du durch meine Cam geguckt hast. Also Orbs, sagst du, hast du keine gesehen. Ich stand nämlich jetzt in einer anderen Ecke. Also bei mir antwortet er nicht auf die Box. Ich weiß nicht, ob er bei euch vielleicht antwortet. Und vielleicht geht EMF noch auf 4 hoch. Keine Ahnung. Netti, soll ich dir jetzt zugucken, wie dem Keller verschwindet im Schrank? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Jemand von euch oben? Nein. Dann hat er hier gerade irgendwo eine Tür gemacht. Dann hat er hier gerade irgendwo eine Tür gemacht. Also nebenbei aus dem Lurk heute ist das Zeug ruhig. Knochen hier oben im Knöpfen. Oh ja, ist ruhig, ruhig, ruhig. Bitte, bitte, bitte was? Knochen hier oben im Knötzimmer. Wow. War ganz hinten rechts, okay. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Ich habe hier eben irgendwo eine Tür gehört, definitiv. Dieses Klick-Klack-Geräusch. Ich glaube, dass er unten ist. Unten im Wohnzimmer. Geh mal, Fischerung, Dachboden. Wo ist jetzt der Knochen? Die Fischerung ist ja drin. Ähm, oben hinter der Treppe. Reicht so den Raum dann rein. Vor so einem Schaukelstuhl. Warte, bist du noch oben? Hier, rechts, hier rein. Tja, nochmal runter. War das hier schon immer so nebelig? Weiß ich nicht. Irgendwie kann man das hier voll nebelig, glaube ich, zwar. Ja, ich gebe dir wieder raus, ne? Hier hat gerade das Licht geflackert. Ja, ich glaube auch, dass er da drinnen ist. Wir gehen gerade das Radio an. TNF 2. Gefriertemperatur. Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Geht er weg. Geht er weg. Ja. Das war mir klar. Du hast die Spinde gesucht, oder? Was habe ich? Du hast die Spinde gesucht. Ne, ich wollte mich eigentlich hier hinter der Tür, aber anscheinend habe ich entweder... Ist es gefixt oder ich habe sie nicht weit genug zugezogen? Oder ich hätte weiterhin... Du hast mich gar nicht zugezogen. An mich hin, also ganz weit aufgemacht. Ach, ich kann ja gar nichts bewegen. Ich wollte gerade meine Items. Also es ist der Raum, wenn man reinkommt, links gleich. Nee, warte mal. Wo ist der Raum? War schon richtig. Nee, rechts ist das. Nee. Ja, ja, ja. Und wir haben Fingerabdrücke. Benji, gespenst. Was sind sonst noch? Fingerabdrücke und was noch? Gefriertemperatur. Ach ja, die habe ich ja gesehen. Ja, ich habe meinen Atem gesehen. Benji ist... EMF Level 5? Hatte du das nicht? Ich hatte 2. Nee, das war vorhin, ja, genau. Fingerabdrücke und Riesi. Ja, Box EMF. Ob die Box hatte man hier geantwortet. Die liegt jetzt aber oben. Okay, da kann eine Dose hier rumgeschmissen. Das ist echt, dass er EMF nehmen, oder willst du? Okay. Das kann ich wunderschön lesen. Okay, eine Box da. Ich habe einer. Leg los! Bist du hier? Komm, jetzt aus dem Raumraum. Geht links rum. Die Küche ist jetzt. Geht wieder zurück. Geht Richtung Treppe. Geht drüber hoch. Geht aber nicht schneller. So, darf ich natürlich nicht. Ich bin jetzt oben. Läuft jetzt mal vor oben lang. Alles gut, ich bin safe. Dreht rum. Dreht rum. Hast du besprochen, jetzt kommst du dich holen. Das ist doch mir scheiße, gell. Ich bin doch ein Spind. Im Wohnzimmer, okay. Die ist in dem Raum hinten am Ventilator eben gespawnt. Aber, gibt es wahrscheinlich nicht. Wie hübsch sie da ist. Sensenmann. Ja, wahr? Zichelmann. Ich habe einmal mit der Box angefangen und schon hat sie andere angelegt. Hat er geantwortet oder bist du einfach tot umgefallen? Nein, nein. Der hat nicht geantwortet. Da fing direkt die Hand an. Da fing direkt an. Wenn du willst, du kannst gerne probieren. Hier. Das Buch kann er eh nicht schreiben. EMF oder Box. Brauchen wir mal. Ich tippe auf den Benji. EMF 3. Hat das Buch geschmissen. Es ist halt die Frage, ob da hinten vielleicht ein EMF 5 rauskäme. Also gerade ist er auf dem EMF 3 am Ticker. Ist wieder weg. Achso. Wollen wir nicht lieber zusammen gehen, Don? Nö. Ich habe nichts reingetan. Ich kann sterben. Ja, aber der jagt nur, wenn eine Person anwesend ist. Darum geht es ja. Verjagen Sie den Geist während einer Jagd mit Räucherstäbchen. Achso, du würdest das machen. Okay. Das ist raus aus dem Raum. Geht die Treppe hoch. Läuft oben früh entlang. Hinten zur Treppe. Rüstung Speicher. Ach toll. Ich habe jetzt auch... Läuft auf dem Speicher. Rechtsklick gedrückt anstatt F. Oh, die ist kack. Da komm ich schon wieder runter. Warum einfach, wenn ich mir schwer gehe? Rüstung Speicher oben. Rüstung Treppe. Ist er noch oben, ja? Rüstung Treppe runter jetzt. Ist jetzt unten. Ja, der Lock läuft noch zu. Läuft vor dir weg. Ist verschwunden. Hat aber nicht... Ja. Der Rett vor mir weg, uns zählt nicht. Das ist doch totaler Hohlsinn. Ja, vielleicht nicht wegen des Stöbchens. So viel Mundgeruch habe ich auch nicht. Höhöhöhöhöhö. Höhöhöhöhö. Ich kann mir ja gar nichts machen als Geist, voll langweilig. Was könnte es sein, was haben wir gesagt? Hier ist die Kamera umgefallen. Er hat gezählt, er hat nicht gezählt. Kommt, er kommt, er kommt. Er ist jetzt in der Küche. Er geht zurück. Er hat Klavier gespielt und weg ist er. Garage. Ach ne, hier im Abstellraum bin ich gerade. Aber das war's. Wir können auch abfahren, also. Fingerbrücke früher. Aber habt ihr denn jetzt den letzten Hinweis? Nein. Box oder IMF? Ich tippe auf den Benji. Nettie, du sollst mal bitte gucken, ob wir unter 25 Sanity sind. Ja, da sind wir. Sind wir schon lange, weil ich einmal reingegangen bin und dann sofort Hand war. Ja. Ich frage doch nur darum, ob ich einen Drops nutzen kann. Da geht's doch. Kannste. Soll ich auch? Ja, wenn du willst. Ich drücke mal Escape. Ja, dann kann ich mal mich die Kamera noch umstellen. Wozu willst du die Kamera umstellen, Nettie? Entweder IMF oder Box. Wozu willst du dann die Kamera umstellen? Weil ich Geld habe. Weil ich es bezahlt habe. Aber IMF tut sich die ganze Zeit gar nichts. Er war ja schön auf 3, oder? Ja, ja. Aber jetzt hier auch vor der Hand oder sowas. Es kommt instant die Hand. Na gut, wenn ihr jetzt wieder Zeug gefüttert habt, kann sein, dass wieder irgendwas anderes passiert. Aber hat Lu das Buch durch die Gegend geschmissen? Und ne Dose umgeschmissen. Ja, provozieren Sie mal bitte ein bisschen. Barbara Miller. Barbara Miller. Okay, Glock Glock, hier ist irgendwas passiert. Frau Miller. Was geht ab? Buh. Buhh. Mille die mille die mille. Buhh. 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 Buhh, Buhh. Buhh. Wir sind schon in vollem Nahe, die rumgespäunen Au, geht los Geht grad die Treppe hoch, kommt die Treppe runter Ich glaub sie hat Don gesehen, hier wo Don hat sie gesehen Hinter dir ist auf deinem Herzen Ist hier auf deinem Herzen Jetzt hast du dich anscheinend verloren Dritts um Läufts ins Bad Habts denn gezählt? Nein Dann fahr mal ab, weil ich bin jetzt durch die durchgelaufen Läuft sie zurück Vielleicht wieder an der Treppe Läuft sie hoch Ich bin durch die durchgelaufen Die ist weggerannte Treppe hoch Hat auf jeden Fall nicht gezählt Nur dran, klappert doch nicht Genau, Feierabend Tracht was ein und dann schauen wir Wie gesagt, ich zippe auf den Benji Die schönen Kameras sind jetzt weg und die Ständer sind weg Zähne die ganze Zeit den Chat nicht Gimmi? Ja, ja Gute Nacht Franz Gute Nacht, Alpha Wolf oder das ist mal Gute Nacht für... Oh Leute, ich meine, Gute Nacht, Alpha Wolf, genau Sag nicht doch Uuuu, 32 Döller. Warzeit und Doppelzeit im Geistraum. Ja, ich war die ganze Zeit ein Geist. Äh, kaufen! Taschenlampe brauchen wir nicht, Fotoapparat, Feuerzeug, Kerze, beide weg. V-Licht, beide weg. Ruzifix, beide weg. Videokamera, beide weg. Rux, Salz, Räucherstäbchen, Stativ, ah, Stativ, auch beide weg, genau. Gib mal deine 4000 her am Spiel. Äh, Mennetippeln, eine weg. Thermometer, beide weg. Geisterbuch, eins weg. Infrarot, Farbol, Knicklicht, eine weg. Kopfkamera, Kopfhahn und weg. Ja, aber teurer Spaß. Jetzt ist das die 4100, 3400 gewonnen. Hast du gesehen? Ja. Ich mach den Job aus. Bewegungssensoren brauchen wir noch. Ja, ja, ja. Highschool, Edgefield Street, Grafton Farm, Ridgeview Road. Pfff. Nochmal, was hat sie? Ridgeview Roadhouse, Grafton Farmhouse, Edgefield Streethouse und die Highschool. Edgefield wieder? Ja. Ja. Oh, oder das erste. Blö, das ist schon schön. Ich mach den Tipps, auch bisschen raus. Läh. Ach, quatsch. Brauchen wir noch eins. Intrarot, Lichtsensor... Ach soo. also die sponsor mal bitte nicht so leichtsinnig die sponsoren meinst du mich jetzt eigentlich eher chemie aber euch beide ja schlafmittel ich trinke jetzt gleich den schluck schlafbild was spielst du wenn ich sehe dass sie schon wieder da seid ihr das lädt aber wartet nur mein neues system ist da ein terabyte ssd und vier terabyte hdd ich habe fast auf die ssd geschoben wie geht denn das du hast doch du hast doch nur eine library im team oder nicht nur ich hab drei ich hofft alle drei laufwerken jeweils einer steam library auf laufende und da kannst du sagen muss installiert werden soll dann ist ja gut jetzt fragt mich nur nicht wie ich die angelegt habe das geht schon über wenn der wende du kriegst ja du kriegst ja sofort das menü wenn du speichern willst und da kannst du dich ändern glaubt da gibt es dann irgendwo genau man kommt denn wieder seven days to die hoch weil das möchte ich noch will ich alles machen ja dafür kann ich nichts wenn du das anfängst gestern war erstmal rinberg habe ich mich alleine gespielt genau so emf reader oder noch mich jetzt willst du den haben nö das ist die aufgabe ach so ich habe jetzt emf und box emf und kamera wie immer dass er die items so mal ausschaltet das ist doof hier ist irgendein schlüssel eingesammelt und da gibt es nicht genau oben ähm 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 öhm ähm noch ein Wumperpisch Schnapp! Knochen rein! Wasser rein! Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen! Wo bist du? Wo bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich glaube, der ist in der Garage Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Er ist in der Garage Ich hab die Knochen gefunden, aber kein Foto-Operat Komm gleich Treppe hoch Ganz links, links Doppelbett ist hier In dem Badezimmer Wie gesagt, der ist in der Garage Gut Ach Habt ihr das Bischofrecht gefragt? Oder was? Jo, hab ich gemacht Ah Ich sehe es da gerade mal so liegen Deshalb auch die ganzen Fotos gerade Ah Jimmy, Treppe hoch, wohin? Ganz durch! Links, links, dann läufst du auf dem Zimmer zu Da ist nochmal ein Badezimmer und in dem Badezimmer Siehst du aber auch eigentlich da liegen Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen Wir haben die Box Ich höre EMF Drei 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 Das hat sich an der Sicherung Beziehungsweise hab ich hier gerade eben eine Farblose rumgefallen Und wir haben ein Buch Die Knochen gefunden? Jo, erledigt. Spirit, Dämon, Oni, Yo-Kai. Ah, extra nur für Stimme, meine ITB-SSD, die ist fast voll. Meine Reiterung ist es, das ist ein ADB-SSD, ja, ja, ja. Ja, ja, genau. Immer zwischendurch ein paar Spiele runterschmeißen. 5. Gefrier. Hab ich vergessen. Gut, die Fügel müssen wir noch reinspringen, äh, reinschmeißen. Mach ich. Ich hoffe, es ist auch eins, okay. F, E. Boah, ich komme mit der Knöpp hier durcheinander, hier. Mistkuh. Wie viele MF? Drei, äh, vier. Hat sie vor meinen Augen eine Sicherung raus, äh, rausgemacht. Ich hab sie wieder reingemacht. Hier ist, hier ist der Läufer. Hier haben wir vier. Kannst du vergessen, da sind keine Orkse. Buch haben wir, aber das wollen wir fotografieren. Gib uns ein, gib uns ein Zeichen. Wo bist du, bist du hier? Hier haben wir fünf, könnten wir mit zum Brett kontrollieren. Ich weiß auch nicht, warum das unnormal neblig ist, ne? Ich sag, EMF 5 könnten wir mit dem Reacher-Brett gucken. Das ist unnormal neblig. Ich hab das, ich hab auch so ne komische Schlange gezogen. Ich weiß nicht, was hier mit den Grafikeinstellungen nicht stimmt. Ich hab immer auch das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie, wenn ich mich so drehe, sieht das aus, als würde ich so durch so'n Time Warp oder sowas. Aber du siehst, wie ruhig der Geist ist. Vier ist glücklich. Wie fangt ihr das Brett? Sieben. Nö, normal müsste es dann jetzt auf 5 hochgehen, wenn es EMF 5 wäre. Das hat man aber schon mal, ne? Dass wir vorne 2 gemessen haben und im Rahmen dann 5. Wo bist du? Haben wir auch Dämon auf der Liste? Ja. Wieso? Geht die nicht runter? Nö, ich glaub, äh, nicht. Du hast so ne Pille gefuttert zwischendrin. Der hat die Pille gegessen. Ja, der muss bei 50%. Wer haben wir ja gleich sehen. Ich mach das letzte Foto noch. Ich geh mir mal eine neue Colaflasche holen. Okay, jetzt hast du, ja, hast du gerade 40% verloren. Ja. Also Dämon ist es definitiv nicht. Bis auf 0. Bleibt Spirit, Yo-Kai oder Oni. Fingerabdrücke hat noch keiner geguckt, oder? Irgendwie will er nicht mit nem Kruzifix. Nein, Fingerabdrücke hat noch keiner geguckt, glaub ich. Ne, liegen ja noch hier die Kameras. Die Taschenlampen. Wir brauchen mal eine. Ich hab ne Pille genommen. Okay, weiter. Fingerabdrücke, Abfahrt. Na, Fotoalbum ist voll, ne? Ja. Ich drück immer Escape statt J. Äh, was haben wir jetzt? Ich hab noch gar nichts eingetragen. Äh, wir haben Box, wir haben Buch. Wir haben Fingerabdrücke. Spirit! Oh, ist drin. Gut, Kruzifix hat er jetzt nicht ausgelöst. Jawohl, 210. Warte, ich schluck auf. Ein, äh. Nur ein, nur ein Ereignis. Was sollte man denn da, was so machen? Oh, 210. Reicht doch. Ich verlasse mir kurz die Lobby. Kommt er wieder. Ja. Sichtfeld 90. Lütz da ran, nö. Volumetric, ah, wieso ist denn hier nichts eingestellt? Volumetric, Lightning, okay. Music. Space, Reflect, Görser, Helligkeit. Anwenden. Oh ja, 3,5. Ja, rüber. Andere, was? Vorher, rein. Aktiv, boah. Du wolltest um 3 Uhr Phasmo spielen? Ab 3 Stunden 1 Minute Stream Was ist da? Ist auf YouTube Nach 3 Stunden Dings spielen haben wir Phasmo angefangen Hab ich extra in den Titel bei YouTube so reingeschrieben Ach so Aus Sichtfeld könnt ihr mir jetzt nicht sagen was bei euch eingestellt ist So wie bei dir Ich hab alles Standard Wenn ich das jetzt auf 60 Grad stelle Ist besser Wenn ich hier bei Optionen Sichtfeld auf 90 Grad Ne Das war glaube ich auf 60 Grad Ich weiß nicht wie du das eingestellt hast Ich bin wieder da Ich glaube jetzt Jetzt sieht es aus wie immer Ja Donner Sektenführer Weißt du Donner ist der Sektenführer? Genau Ich weiß nicht ob das immer auf 90 oder 60 war Wenn es auf 90 ist weiß ich gerade nicht warum Hat eigentlich da nichts dran gespielt Nichts geändert Aber so sieht es jetzt aus wie immer Please stay vorm aus Brownstone high school Tanglewood street Die neue haben wir auch noch gar nicht gehabt ne Na Ben, bist du nice Schnee mal Tanglewood Ja haben wir alles? Nö. Ne, ich füge das zu. Alle, 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 alle. Bei den Kopf kann man eine rausnehmen. Kannste zwei rausnehmen. Ja. Na, du stehst wieder vor meinem Bild. Das ist eine kleine kleine Schatten. Du hast schon mal leert, das zu drücken. Da siehst du nur das Ding, ohne dass er andere vorstellt. Ja, guck mal, jetzt sieht der Truck an dem so lang aus. Das ist halt, wenn du von 60 Grad auf 90 Grad Blickwinkel stellst, dann hast du halt das irgendwie gezerrt, gestaucht, keine Ahnung was. Das stimmt auch auf den Schingern gehauen. Ja, ja. Oh, ist auch schon. Sie ist der Pastor. Foto, Kerze ausblasen, reinigen. Oh, ja. Nur mal ein paar schöne Aufgaben. Kerze ausblasen, Raum reinigen. William Williams. William Williams. William Williams. Aber den Nebel habe ich trotzdem noch, ne? Kann mir eben auch so vor, als wäre das hier ganz lebendig bei mir. Ich bin mal zum Lachen im Keller. Sicherung ist drin. Das ist ja das Problem. Man kommt da nicht hin. Ich musste ja sogar die Lobby verlassen, um das zu ändern. Das ist ein bisschen doof programmiert. Also man kann hier Grafikeinstellungen und so ein Kram nicht im Spiel ändern. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Lass mich noch fragen, ne? Ich hab nichts reingefallen. Ja, du, ich hab's nur hingelegt. Ja. Habt ihr schon wieder das Switcherbrett? Ja, ich frag kurz, wo er ist. Wo bist du? Oh, Wunder in der Garage. Ich bin in der Garage. Auf dem Weg zur Garage vor der Waschmaschinen liegt der Knochen. Ja, da ist in der Garage der Kunde. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Und weil ich jetzt gefragt habe, nehme ich wieder eine Pille. Wie alt bist du? Wo bist du? Es geht aber noch mit 76. So auf der Box antwortet er nicht. EMF hab ich auch nicht. Oh, mal gucken. Oh, ich bin jetzt auf 180 Grad. Der ist ja so im Blickwinkel, ne? Ja, das muss er halt dann auf den Bildschirm zerren. Und dann hast du natürlich total die Tunnelblick. Hast du Futterapparat? Hat jemand Futterapparat dabei? Was war's denn? Hier vor der Waschmaschine liegt der Knochen. Ich laufe hier Kreise ums Auto und nix, kein EMF, kein gar nix. Ah, Autoschlüssel haben wir auch schon, falls die Alarmanlage los geht, okay. Ey, der macht gar nix. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Wurf etwas um. Mach das Licht an. Mach die Tür zu. Geist, wo bist du? Geist, bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Macht auf jeden Fall die Tür auf. Hm, drei, fünf, 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 fünf. EMF5. Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Box will er bei mir nicht. Der war gerade im Zwischenraum da bei der Waschmaschine. Da habe ich immer fünf gehabt. Uh, der war kurz auf zehn. Ne, die, worum sagst du nicht, wenn du mich mit der Kerze rausrennen siehst, dass du dich schon eher reingestellt hast. Entschuldigung, habe ich vergessen. Aber doppelt hält besser. Habe ich mir sagen lassen. In der Zeit hätte ich das Räucherstäbchen nehmen können. Oder hast du das jetzt irgendwie rein? Ist ja schön. Ich stelle noch eine Cam auf und habe die UV-Lampe dabei. Ich stelle die UV-Lampe mal in die Küche, dass sie auf die Tür guckt. Oh, da hat gerade die Tür angefasst. Ja, aber Kerzen aus... Das mit Räuchern hat eben geklappt. Keine Fingerabdrücke. Ich muss mal pipi. Nach der Runde muss ich mal pipi. Ich mache danach Schluss. Bin müde. Muckel. Opfe, Opfe, Opfe. Karnowopfe. Mal leider Karnowopfe. Ach, Kopfschmerzen. Kerze hat da ausgeblasen. Oh. Ich nehme mal noch eine Kamera. Kamera und zweites Buch habe ich mal dabei. Äh, was hat eigentlich meine Sanity? Läuft. Ich futter mal. Hast seit dem letzten Spiel ein Update vom Spiel gemacht? Äh, sowohl als auch, ja. Kann natürlich sein, dass das hier was von der... Also, ja gut. Es stimmt von dem anderen einer? Ne, ne. Äh, wo steht denn hier die Can? So, ich teile mal die mal nach hier. Äh. Schreib ins Buch! Fuck! Ich glaube, der war direkt hinter dir, wa? Ja, ich hätte sofort ein Foto machen können. Ganz kurz, äh, gehört. Juneter, Bebe. Bebe. Ey, diesen G-Force Game-Ready, bla bla bla. Der sagt mir immer, wenn er ein Update machen will, mache ich auch gelungmäßig. Das hätte ein wunderschönes 3-Sternbild sein können. Da oben! Obst! Obst! Das war doch nicht verkehrt, dass ich hier dahin gestellt hab, wa? Boah! Das könnte ja auch der Vorrahmen sein. Das muss nicht wegen der Garage sein. Was haben wir noch, obst? WMF5. Die habe ich auch eben in dem Raum da gehabt. Ich sag ja, da ist, äh... Mal das Kuchen legen dorthin. Ja, ja, ja. Was haben wir jetzt, Orb? Gin, Jade, Phantom. Ja, Bücher sind jetzt beide drinnen. Ich hab mein zweites grad vorne auf der Motorhaube gelegt. Metti geht schon. Ja. Äh... Äh... Wir haben, äh... 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 MF5 und Orb. Friertemperatur, Box oder Buch. Friertemperatur, Box oder Buch. Okay, der war wieder an der Tür dran, ne? Jo, in der Garage, 13 Grad, 14 Grad, 17 Grad und in dem Vorräumchen. 7 Grad, also muss er hier im Vorräumchen sein. Ich könnte das Brett nicht mehr anheben. Ach, Finger könnte es ja gar nicht sein. Schreib ins Buch. Ja, leg es mal bitte rein, danke. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Soll ich wieder gehen? Gib mir ein Zeichen. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Schreib ins Buch. Okay, jetzt ist auch in der Garage wieder kalt. Hä? Ne, in der Garage ist über 10. Das ist der Raum da hinten. Aber du hast eben die Garage ausgeräuchert, oder was? Ja. Vielleicht ist er deswegen umgezogen. Wie alt bist du? Ah, es wird kälter. Ah Gott, 3 Grad. Bist du hier? Wo bist du? Schreib ins Buch. Also mir antwortet er auf die Box nicht. Ich weiß nicht, ob vielleicht von euch anderen noch die Box. Ich habe es jetzt mal im Raum liegen lassen. Das EMF-Teil hat doch auch nur bei... Was? Das EMF-Teil hat doch auch bei dir... Bei der Tür... Genau, genau. Aber wir sehen es hier jetzt auch. Aber auf dem Board hat er eben geantwortet, wo bist du? Garage. Und er hat die Garage geräuchert, aber das ist halt wieder so, ne? Ich weiß, äh... Zur Zeit müsste er das andere... Ghost hat das Korb. Vielleicht, weil ich fast mal auch schon so viel gespielt habe. Und hier wachtest du jetzt wieder, ne? Jetzt findest du wieder die Hinweise nicht. Jetzt findest du wieder die Hinweise nicht. Die Antwort hat er auf die Box nicht. Ich glaube, das stimmt, wie das andere Spiel mag. Das andere ist noch so ein bisschen Action-lastig. Ne, die, das Spiel ist gut, aber es ist ausgelutscht. Das ist langweilig. Sag, jetzt lauf mal hier wieder rum und suchen den letzten Beweis, ne? Ja. Aber das haben wir bei dem anderen Spiel genauso. Also das ist rum wie nun. Ne, stimmt auch wieder. Ich mach jetzt noch ein paar Fotos mit dem Videobrett und dann können wir fischen. Okay. Wie alt bist du? Oh. Scheiße. In die Tür reingebackt. Na, geht nicht mehr durch die, durch die Garagenbandnäste, ne? Ah, meilenweit entfernter Feuerwehr. Außentemperatur noch 20 Grad und Regen. 20 Grad und Regen. Die Tür ist zu. Zu ist die Tür. Lass mich grad noch mal messen gehen. Oh, jetzt haben wir hier 8 Grad. Okay, 5 Grad. Ja, aber das Video bleibt alles. Warte mal, es wird kälter. Okay, er hat's. Oh, Minus, Minus. Und er ist hier. Ich wollte grad sagen, guck mal, er hat's Crucifix angeknabbert. Ist er wahrscheinlich grad wieder durchs Crucifix aufgehalten worden. Minus gerade, Minus gerade. Ach, nicht. Escape. Phantom. Ich kann dir vorstellen, ist das Brett vom Fahrraum auch zu geraten. Joa, wirklich super, ne? Was soll er sonst sagen? Waschmaschinenraum. Wo bin ich denn? Das ist dann wieder so weit. Da muss ich die ganze Weile warten, bis es wirklich kalt wird. Wegen des Geistes. Die ganze Zeit war da auch nur so um die 8 Grad. Und auf einmal. Boop, pass die Minustemperatur. Wie alt ist das? Das hält die geknabbert? Ne. William Williams. Ja, stimmt, der war das. William Williams. Aber warum sehen wir da jetzt in dem Raum? Das ist der gleiche Raum, ne? Er macht grad in der Garage Dör zu. Ne, das ist der gleiche Raum. Wo auch die Cam drauf guckt. Da oben fliegt. Wo sind die Orbs? Ne, die wo ist ja wohl da, aber der andere. Der ist eigentlich nicht genug grad. Den hat Jimmy. Hier. Okay. Da, da ist der Orb. Warum sehen wir den in der Cam nicht? Na gut, vielleicht ungünstig gewinkelt, wie es man sagt. Er hat jetzt die Türe zugemacht. Aber eigentlich müsste man den ja auch da so fliegen sehen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? J, nicht Escape. Ja, 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 ja. Guck mal hier. Ganz viele Reacher-Brettfotos. Wo bist du? Knochen, siehst du. Erkennste auch nix. Wo bist du? Cam ist total dummisch. Ich bin gleich wieder da. Ich hab's aber schon angetragen. Doch. Da hat man auch grad den Orb gesehen. Das hat er nicht gelangt. Warum auch immer. Die Fotos sind eh alle ganz komisch, die du da machst. Man sieht gar nix da drauf. Jedenfalls bei mir nicht. Das müssen sie bei beiden Spielen fixen. Immer nur den Teppich und irgendwie deinen Kopf oder was. Keine Ahnung. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Da siehst du hier nix Orbs fliegen. Egal. Jo, ist voll das Buch. Abmarsch. Jawohl. Du bist dann jetzt raus? Jo, ich hab kurz Schmerzen. Bist du jetzt raus? Jo, ist jetzt auch schon wieder viereinhalb Stunden. Ja. Schlecht geschlafen die Nacht. 210 Geld. So. Da wünsche ich euch noch viel Spaß, ne? Jo, mal gucken was Netti mal auf jeden Fall noch zu zweit weiter machen will. Weil ich... Es wacht jetzt bis sie wieder da ist. Dann gehe ich AFK. Oder wie macht man das? Keine Ahnung. Ich wollte jetzt auch mal Pipi machen gehen. Im Prinzip ja geil. Aber schnell eintöne ich leider. Musst aber auch mal. Jo, ja, ja. Gut's Nächtele. Jo, dann gut's Nächtele. Also Phasmophobia soll komplett überarbeitet werden. Sind wir jetzt alleine? Jo, ist die Frage ob wir zu zweit weitermachen. Weil ich muss jetzt erst mal Pipi machen. Mach. Machen wir da noch ein bisschen zu zweit? Oh, hier. Asylum oder Prison oder so. Oder lieber die kleinen Kerl. Also du mit mir Prison machst? Ne. Gut, ich bin mal schnell Pipi. Bis gleich. Ja, mach. Ich moderiere im Chat. Scheiße. Scheiße, Alter. Scheiße, Alter. Der Donn wieder. Altersschön. Nacht Donn. Nacht Donn. Nacht Donn. Na, schlaft schön. Du auch. Dich. Verde. Heißt. Dich. Dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, wir haben die ganze Zeit die Willow nicht gehabt, die neue Map, ne? Ja. Ja, willst du die Roadhouse oder was? Ja. Ja. Hast du schon alles drinne da? Dann mache ich nämlich nichts rein. Dann gehe ich dann, wenn es zum Sterben geht, dann rein. Oder? Ja, ich habe... Einfach nur überprüfen. Zwei Kopfkameras knicklich, Geisterbuch, Sanity... Oh, Sanity, wir haben einen Sanity-Pil, masch einer dabei. Aber ansonsten ist das schon alles genug da. Nein! Oh, ich habe Schleppchen, Boxkamera. Vorbeigeklickt, Idiot! Fuck it! Beziehungsweise, dann nimm noch ein Stativ raus, was vier Kameras und fünf Statibe. Vorbeigeklickt! Ansonsten Bewegungssensor... Aber nicht, ne? Geh! Zufügen... Ähm... Bewegungssensor. Gut! Können wir jetzt, oder? Also von mir ist jetzt halt nicht so viel, wenn es dann ums Sterben geht, dann gehe ich sterben. Check die Equipment und get set up before investigating. Und remember to check the whiteboard... Jo, siehst du, Bewegungssensor brauchen wir. Holste Stäbchen. Na, wir müssen das so genau. Ähm... Ähm... Nämlich EMR von Bock? Jo. Hä? Ist das überarbeitet? Welches ist das hier? Das ist das, äh... Das ist das zweistöckige Haus? Ridgeview Roadhouse. Das kommt mir gerade so unbekannt vor, wie das hier draußen aussieht. Wie reicht's mit diesem Rankenpflanzen? Du hast den. Ohne Scheiß. Lass uns Geister jagen. Guck mal, hier liegt halt der Knochen. Oh, ich hab kein Fotoapparat. Na, du aber. Okay. Geh mal zum Lachen in den Keller. Mach das. Jawohl, Sven. Sven, Sven. Sicherung ist drin. Die Spinttüren hab ich auch mal aufgemacht. Ja, hab ich auch gemacht, eben. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Was hat der Automaten jetzt immer ausmacht? War das früher auch schon so? Ja, muss man jedes Mal neu den... DMF anmachen muss man so? Keine Ahnung. Garage? Ist er wieder in der Garage? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Scroll nochmal verkehrt. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Habe ich jetzt nicht darauf geachtet? Haben wir keins? Nein. Ist doof. Aber unten brennt Licht. In der Küche. Und hier im Bad. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Zeige dich. Gib mir ein Zeichen. Okay, ich sag gib mir ein Zeichen und mach Licht aus und an. Okay. Aber mit welchem Lichtschalter? Oh, hier. Oh, hier. ENF 3. Da bist du wieder weg. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Dann schreibe ich ins Buch. EMF 5. Ja. Und Bewegungssensor hat es auch gezählt. Licht an und aus. Okay. Wo ist jetzt meine Box schon wieder hin? Ich habe schon gerade die Box hingeschmissen. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Gib mir ein Zeichen. Also er hat gerade eben da diese Tür gegenüber vom Badezimmer aufgemacht. Schreib ins Buch. Danke. Uh, hat schon wieder den Tür bewegt. Ha, das Räuchern hat auch noch geklappt. Was sagt denn die Sanity? Oh. Na, es ist natürlich Licht drin an, ne? Sehen wir die Orbs nicht. Machen sie. EMF 5 haben wir, ne? Wolltest du da mal das Licht ausmachen gleich? Okay. Oh, Bub. Fingerabdrücke. Und? Hast du Fotoknipse? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ich wollte das erst schnell eintragen. Du hast doch ein Fotoapparat dabei oder nicht? Hast du nicht ein Fotoapparat dabei sogar? Ja, habe ich dabei. Waaah. Sogar ein Drei-Sterne-Bild. Ich würde aufpassen, entweder Benji oder... Oder der Schnelle. Ja. Ich würde mal gucken. Oh! Boah! Ach, er hat nur die Haustür zugemacht. Ich dachte, ich gehe die Tür raus und die Hand fängt an. Ja, für einen Dwerbemann brauchen wir EMF 5, äh... Fingerabdrücke und Geisterbuch. Das Buch liegt hier. Für Benji? Für Benji brauchen wir Gefrier-Temperatur. Boah. Thermometer haben wir nicht. Müssen wir gucken, ob wir Atem haben. Das Buch liegt. Sehen wir jetzt aber nicht, ne? In keiner der Kameras. Warte mal, doch könnte es sein, die ich gerade aufgestellt habe. Sieht man das Buch? Da sieht man das Buch doch. Ja, aber nur ein bisschen. Hat er noch nichts reingeschrieben. Machen Sie einen Foto-Geist. Wenn du es ein bisschen weiter vorlegst, dann sieht man das. Wieso, ich? Okay. Ich habe gespendet. Ja. Warte mal. Ist noch zu früh für Pille. Und ich habe extra vier Pillen reingemacht. Oh! Zu begrüßen. Zu begrüßen. Ein flackerndes Licht. Hier besser? Genau. Ja. Siehst du meinen Atem? Nee. Gar nicht. Schreib ins Buch. Ist die Frage, ob die Sicherung überhaupt drin ist. Ja, ist ja egal. Für Gefriertemperatur ist es egal. Okay. Und hier brennt noch ein Licht, also gehe ich davon aus, dass die Sicherung noch drin ist. Das wird ein Burrowend sein. Weißt du warum? Du warst eben alleine da drinnen. Und Benji jagt nur Personen, die alleine sind. Ja, aber wir sind bei der Sanity noch ziemlich weit oben. Ich glaube die können erst ab 60% handen oder so. Bist du dir da ganz sicher? Deshalb mal warten, ob man ins Buch schreibt. So, ich kann mich gerne im Schließschrank stellen und meine Sanity runterlassen und... Wird da jemand müde? Ein bisschen, ja. Wo ich den ganzen Zeit noch Kaffee getrunken habe. Schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Schreibe in das Buch. Pass auf eine Ticket rein. Hand. Wird die tot. Dann schreibt man ins Buch. Wollen wir nicht hoffen. Was? Oh du. Kannst du. Geht's doch, dass wir kein Thermometer dabei haben oder? Und nicht da messen werden. Oder wir müssen jetzt drauf trauen, dass wir unseren Atem sehen. Schreib ins Buch. Haben wir auch nur ein Buch dabei? Ja, ne? Ja. Oder hast du ein zweites irgendwo anders liegen? Ne, ne? Doch! Das zweite liegt in der Küche oben auf der Theke. Ich bin mir grad nicht sicher, ob ich mir das weggeholt hab. Jetzt komm ich noch mal rein. Jetzt bei 60%. Theoretisch könnte ich jetzt landen. Ah, das werd ich ja sehen. Auf jeden Fall tappt er die ganze Zeit durch den Bewegungssensor. Da wieder. Wo bist du das? Ne. Ne, ich bin im Spind. Also im Schrank. Oh, der tappt die ganze Zeit da vorne rum. Na, wenn ich sterbe, verliere ich nicht so viel. Hast du das Licht ausgemacht? Ne. Da war eben ein Licht drinnen an. Dann ist die Sicherung draußen. Jo, die Sicherung ist raus. Ne, das ist das Buch aus der Küche, was ich da hingelegt hab. Okay. Schreib ins Buch, bitte. Kannst du bitte ins Buch schreiben? Danke. Der hat Klavier gespielt. Wollte grad sagen, ich schreib ins Buch, bitte danke und er spielt Klavier. Oh, die Kamera, äh, Taschenlampe ist echt ein bisschen nebelig, ne? Sieht nicht nur im Stream so aus, das ist jetzt genauso. Wir sind so 40% runter. Wo lauf ich hin, wenn er kommt? Hoch, ne? Hoch zu mir in den Spind. Okay, der hat was umgebrochen. Schreib bitte ins Buch. Kannst du bitte ins Buch schreiben? Schreib ins Buch. Oder mach es kalt, dass ich von Atem sehen kann. Windhelm! Jetzt muss ich ane sehen. Ja, jetzt wollte ich mal. Jetiembre sind auf dem Aktuellen. Oh, die sind dort, ich�it auf dem Aktuellen. Ja, guckst du bei bei mir. Da sind alle Ingen Lieblende. Damit bin ich auch bald. Dann haben wir dann die Spindung her. Ich muss noch kurz sein. Ich kann nichts. ich war im keller dieser kleine penner immer noch nicht ins buch geschrieben und kalt ist es auch noch nicht schreib ins buch du penner entweder länger warten wegen gefrier oder raten und abfahren ja du hast ganze im dunkeln gehockt jetzt mal buch will er nicht wenn es der raum denn dann da ist ich vermute dass der raum da ist da hat er die tür aufgemacht da hat es emf ach der ist christoph christoph hares du hast william williams war eben rein wieder weitermachen also bei mir hat er ihnen die schranktür aufgemacht wo er hand angelegt hat du warst oben ne ja ich war bei dem spinnt weil er löst ja die ganze zeit den sensor auf also der ist da in dem räumchen oder da im flur oder wieder aber im keller war er nicht oder ich habe steppenhörer aber ich glaube das war halt oben also treppenhörer ich tippe auf einmal weil benji würde nur alle alleine jagen und wir waren ja eben zu zweit ja aber in verschiedenen räumen ich weiß nicht ob man da im selben raum sein muss oder so keine ahnung bei fotos haben wir auch nicht so viele ne fingerabdruck und knochen ich könnte höchstens gucken gehen ob ich noch mehr fingerabdrücke finde aber das sind zehn dollar pro foto weiß ich ob ich dafür jetzt meinen arsch riskieren will ich meine ich habe nix von mir ist ja nix aus dem ist die fingerabdrucklampe wo ist denn die da ich nochmal für kleine mädels oh jo dort in das das was 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann gucken wir mal mal. Ah, ja. Gefriertemperatur. Ja, auch gesehen. Cool. Benji. Hast du auch Glück. Ja, Butter vom Geist muss ich jetzt nicht unbedingt machen, ne? Könnte jetzt noch ein paar mehr Fängerabdruck gesuchen, aber... Lieber noch ein Rundchen. Ist dann aber, glaube ich, die letzte. Ich glaube, dass deine Kinder morgen noch was von dir haben wollen. Oh, halb drei geht schon noch. Ja, dann Abfahrt! Na los? Na, ich frag, ob du Benji drinnen hast. Ja, hab ich drinnen. Die Frage ist, ob du drinnen hast. Aber so wie ich das ja gesehen habe, im Stream hast du's. Doch, muss rein da. Jetzt sind wir schon raus. Ja, weil es gibt ja pro Foto 5 Dollar, ne? Für 5 Dollar den Arsch riskieren, um da noch mehr Fotos zu machen. Dann lieber sagen, pft, Abfahrt und mach' ne Runde. Zeit im Geisterraum 1 Minute 23. Also war's wahrscheinlich doch der kleine Raum. Mal durch den Flur bin ich ganz viel gelaufen. Keine Ahnung. 45 Interaktionen! What? Nee, dann vergiss mal das Thermometer, nicht? Oder hast du keins? Hab' gerade gekauft. Okay. Dann mach' ich gar nix rein, wa? Eine Sanity noch. Es sind nur 3, okay. Aber das kann ich verkraften, wenn die weg ist. Äh, ja. Achso, du musst noch einen Auftrag auswählen. Ich weiß. Boah doch, du bist rein da. Ist doch eine Videokörper da? Dann stirb du bloß nicht. Ich bin da dafür zuständig. Äh, Tanglewood Street. Äh. 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 Farmhouse. Wieder kein Willow? Das ist ja blöd. Oder Asylum. Äh. Nein, danke. Keine Ahnung. Das Äh. Was fehlt nochmal? Ich würde sagen, Tallow Street. Oder die. Profi. Da kann ich mir endlich ne Zigarette machen. Wo hab' ich gerade, haha. Hör mal in einer Mod, der guckt ja nur Film an. Ellen White. Während der Jagd, räuchern. Fällte 25 und durchsalzen. Okay. Der will übrigens mal dieses Hunter Spiel da, äh, ausprobieren. Das was du uns geschenkt hast Joker Achso Der würde es mal testen Ja, also alleine ist es doof Ja Vielleicht mal so nix Äh, hast du geschaut wo die Sicherung ist? Egal, geht doch noch raus Warte, ich bin eh noch nicht fertig Die ist in der Garage Dann gehe ich die mal rein Ist drin Bist du, bist du hier, gewünschtes Zeichen Wo bist du, bist du hier, gewünschtes Zeichen Wo ist denn das Bild? Jetzt geht ich keine Zeit für langsam Ich glaube, ich habe den Geisterraum gefunden. Hier vorne, direkt an der Tür. Hier ist der Knochen, falls du Futterbrot hast. Ne, habe ich dich. Hier im Bad, hier ist RMF 2. Frage, weil hier in dem Raum sind es 9,9. Ja, das ist auch hier im Badezimmer, RMF 3. Ich gehe mal auf Futterarbeiten. Bist du hier? Er hat auf die Box gequatscht. Er hat dich angehaucht. RMF 5. Wo geht es raus? Wo geht es raus? Also Vox und 5. Oni oder Gin. Entweder Obst oder Buch. Buch hat sie schon gelesen, oder? Ja. Salz ist erledigt. Also er ist auch instant reingetappt im Badezimmer. Oh, der ist aber ganz schön aktiv hier. Ja. Fotografieren. Äh, steht was im Buch. Hast du Futterabrat bei? Ja. Ja. Das war schnell. Guck mal ein Oni. So, leicht zu erkennen, genau. Jetzt die Frage, ob wir die 25 Sanity noch machen wollen. Wir sind bei 75. Kommt halt auf dich drauf an. Was? Worauf kommt es an? Kommt auf dich drauf an. Wie lustig du bist. Ja, allein. Selbst wenn ich auf 0 komme, sind wir dann noch bei über 40. Also du musst dann auch drauf. Gibt es Spinde im Keller? Nein. Aber direkt halt hier, äh, davor ist ein, äh, Schrank. Oh, jetzt Radio angemacht. Bist du, hier ist direkt ein Schrank. Oh, er sinkt. Jetzt kloppen. Oh, ist der Ständer von der Kamera. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Klick macht der Licht an. Oder ist das ein Schrank? Ein Schrank, ja. Jo, du Bitch, wo bist du? Jo, du Bitch, wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Du blöder Geist. Ja, gib uns noch ein Zeichen. 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 Gip uns noch ein Zeichen. Zeige dich. Ja, gewimm ich. Können wir, die denken. Du blöder Geist. Zeige dich. Will dich ausräuchern. Wo bist du? Zeig dich. Zeige dich. Mach die Tür zu. Mach das Licht an. Sing nicht dumm rum. Willst du das singen? Grales. Der steht auch hier gerade. Nö. Ich stehe nicht. Ich habe ihn eben pumpern gehört. Ich stehe vor der Anspitze. Alles ist gut. Zeige dich. Sing für mich. Sing für mich. Wo bist du? Zeige dich. Zeige dich. Jage mich. Aber du hast doch nur auf, oder? Ob? Nö. Oder sah das nur gerade so aus, weil du die Kamera so schnell geschwenkt hast? Das kann sein. Wo bist du? Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Wo bist du? Zeige dich. Sing für mich. Bleib mal im Schrank. Ich geh nach der Sanity gucken. Wenn das 25 ist, dann fahren wir weg. Ja, ist erledigt. Komm raus. Wer hat der Jagd räuchern? Scheiß drauf. Und die Orb kann ja nicht sein. Dann hättest du es so gar nicht sehen können, oder? Nö. Wir haben ein Buch. Hast du auch fotografiert, ne? Ja, sogar ein Drei-Sterne-Bild. Ja, mehr haben wir halt nicht, aber ist halt so. Ne, eine Interaktion hast du fotografiert. Achso, das ist das Buch dann, ne? Ja. Irgendwie sind die Fotos hier jetzt auch verbuggter als vorher, ne? Ich sehe weder das Buch noch sehe ich den Knochen. Ja, ich sehe es gerade. Ja, haben wir Oli und ab dafür, ne? Guck mal, hier, der war eben auf 10 oder 9. Habe ich nichts mehr mitgekriegt. Jetzt haben wir das Neue, ja. Ja, wollen wir das noch einmal machen? Ja. Willow Street, da kann man, da müssen wir uns halt verstecken. Machst du wieder einen Sponsor? Okay. Sonst hätte ich mal was reintun können. Das ist alles drin, ne? Ja. Bewegungssensor? Ne, Bewegungssensor fehlt, ne? Kann ich auch, also... Wir sind alles von dir. Gut. Abfahrt. Los geht's! Komm ins Reinkanz rausgucken. Boah, geht doch. Ja. Donner Smith. Ich habe einen Rapport, aber es sieht, wie, wer hier war, ist in einem Hörer. Ich nehme halt statt der Box erstmal ein Fotoapparat mit, weil wegen der Puppe. Oder hast du ein Fotoapparat? Ich habe keinen Fotoapparat. Ne, kann ja nicht, fehlt ja keiner. Oh, Fasmo. Ja, Ralfun, ja. Ja, Netti wollte noch ein paar Ründchen Fasmo machen. Der Don hat uns schon verlassen, der ist ins Bett. Hatte, glaube ich, Schmerzen. Ist so, jetzt kommen wir hier zu den angegebenen Liegeviechern. Eben. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie die in den Keller kommen hier bei mir. Sicherung haben wir wieder nicht geguckt, ne? Da habe ich schon längst reingemacht. Okay, perfekt. Ich gehe jetzt die Puppe fotografieren. Mach das. Puppe ist fotografiert. Knochen, Knochen, Knochen. Hallo, Hasi. Hallo, Hasi. Hasi, wo, Hasi. Was hast denn du dabei? Ja. Huch und Salz. Wacht, der hat mal hier sein Ohr ab. Hier liegt der Knochen. Ja, mehr vier. Hier. Oh, sie hat dich angehaucht. Oh, Salz ist auch schon durchgelatscht. Oh, sie hat die Tür zugemacht. Oh, sie hat die Tür zugemacht. Immer fünf. Hier in dem... Boah, macht sie hinter mir die Tür zu. Schweinebacke. Das Buch hat sie auch nicht geschrieben. Okay. Nochmal hier liegen die Tür zugemacht. Oh, ganz schön aktiv hier unten. Also von dem ersten Raum, die Tür hat sie jetzt zweimal zugemacht. Ich dachte, ich habe dir was an Ohr ab. Ne, ist es ein Mück-Viech oder Motte-Viech. Keine Ahnung. Irgend so ein Viech halt. Na, schon seit Tagen. Immer wieder fliegt hier mal eine rum. Du hast keine Kopfkamera. Oh, du. Habe ich wohl. Ich kann sie nicht anziehen. Hä? Du hast eine zu viel. Du hast keine. Doch, ich habe eine auf. Dann haben wir eine zu viel. Okay. Team mit Zeug, weil du eben angehaucht wurdest, ne? Ist auch erledigt. Ja, weiß ich. Hast du eine Kerze raufgestellt, ja? Ja. Und blass die Kerze aus, Geist. Und blass die Kerze aus. Aber ist noch zu früh für Pille, oder? Nehmen wir mal eine. Ja. Fingi-Lampe mit. Ja. Fingi-Lampe mit. Die Donner. Donner, 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 Donner. Psst. Kerze hat sie ausgeblasen. Ich habe schon Randale hier gemacht. Säge runtergeschmissen. Farbdose ungeschmissen. Und dann raum ist Licht an. Keine Fingerabdrücke. Bleib ins Buch. Das hatten wir bis jetzt. Nur MR5, ne? Ja. Ja. Ö, Mf5. Ö, Mf5. Nicht escape. Oh, es ist nicht Ghost Hunters, Jimmy. Drücke mal escape statt das J. Shiny Django. Moin. Willkommen. Kannst du das Buch mal in den Raum legen, dann? Weiß ja nicht, was machst du jetzt? Ja. So vor die Hake. Noch ein Stückchen weiter. Jo, jetzt kann man es in der Kamera sehen. Äh. Fingerabdrücken. Box? Haben wir Box schon ausprobiert? Nee. Äh, was nehme ich sonst noch mit? Noch eine Kamera? Jo. Äh, Sanity? Ich habe schon mal eine Pille gefüttert. Sie hat, glaube ich, die Sicherung? Nee. Und das tut. Oh, jo, Alpha, gute Nacht, die Nacht. Danke, wir sind geschaut, haben uns dabei gewesen sein. Denk mal, die Tage machen wir auch wieder was zusammen. Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Okay. Die Antwort kann man aber jetzt im Flur, nicht in dem Räumchen. Und es poltert schon wieder da unten. Oh, nie. Nicht escape es, Jot, Jimmy. Geisterbox. Wir haben EMF und Box. EMF und Box. EMF und Box. Äh. Äh. Orb oder Buch. Orb oder Buch, ne? Ja. Jyn und Oni. Oh, ne Buch. Ice Hunters live. Moin, moin, alle zusammen. Moin, moin. Ice Hunter. Ice Hunters live. Donner-Smith, schreib ins Buch. Und nur das eine Buch. Ich habe eben noch eine andere Cam aufgestellt. Warte mal. Den wir da, Orb set. Nö, wap. Aber wie gesagt, die Antwort der Box kam gerade eben im Flur, nicht in dem Räumchen. Vielleicht da, wo die Puppe steht, ich stelle die Kamera hier mal um, dass die an der Puppe links runter guckt, ja? Ja. Muss man auch das machen? Nö, alles ja letztlich. Oder sehe ich eine neue Kamera mit? Ich nehme eine neue mit und stelle die eine um. Ja. Die neue stelle ich dann hinten an den Gang, dass du zur Puppe runter guckst und dann gucke ich, dass ich die eine noch an die Puppe gestellt bin. Ich habe auf YouTube, glaube ich, noch die falsche Kategorie drin. Ich habe auf YouTube immer noch Ice Hunter. Äh, Ice Hunter, sag ich schon. Ghost Hunters, äh, Korb drin, ne? Das hier ist Phasmophobia. Die Stream-Beschreibung ist zwar angepasst. Das ist ab drei Stunden. Ich bin jetzt live seit fünf Stunden 18. Seit drei Stunden eins. Äh, machen wir Phasmophobia. Und wie lange noch? Weiß ich nicht. Ein bisschen noch. Oder kann sein, dass das die letzte Map hier ist? Die neue steht. Vergiss das. Die alte habe ich rumgestellt. Ja. Da findest du Kern-Op. Meinst du, wie lange ich noch streame oder wie lange ich schon streame, Shiny? Also seit fünf Stunden 19. Der ist auch gerade zu ruhig. Und nicht mehr so lange. Was meinst du? Entschuldigung. Der ist zu ruhig. Wenn es ein Poltergeist ist und da unten ist nix. Der hat ja schon einiges rumgeschmissen. Der hat ja schon da die Säge runtergeschmissen. Und da hat Farbdose. Obwohl, er kann ja kein Poltergeist sein, Idiot. Ja, mein Fehler. Also da unten im Keller hast du ganz oft verbackte Orbs. Das ist das Blöde. Guck mal, jetzt habe ich hier oben nämlich Gefriertemperaturen. Du hast Gefriertemperaturen? Ja, 708. Steht ein Minus davor oder nicht? Nein. Ja, das ist nicht Gefrier. Aber hier vorne im Wohnzimmer da sind jetzt auch... Ah, das Thermometer ist verpackt. Was war das? Oh, das ist gerade Orbs? Nee, ne? Meine Kopfkamera. Oh, das ist der linke Raum. Weiß es nicht. Einen haben wir noch, ne? Jo. Ich lege das Buch mal in den Flur und die Kamera hier mal in den anderen Keller. Wie sagt Sanity? Äh, blubb. Noch zu früh für ne Pille. Ach, nicht beim Mausrad drehen. Schmeißer die Kamera weg. Wenn es zu lange dauert, dann raten wir einfach. Also hier hast du halt ganz oft verpackte Orbs. Leider. Ähm, die Tür, wo das Buch drin ist, ist zu. Hier habe ich eben zugemacht. Ach ja. Damit die Kameras da runter gucken können. Joa, die sind auch farblos umgefallen. Okay. Machen wir mal die Kamera nach hier. Mach die Tür wieder zu, oder? Ja. Schreibe ins Buch, bitte schreibe ins Buch, ins Buch, ins Buch, schreiben bitte, 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 bitte ins Buch. Sieht man das Buch in der Kamera? Ja. Oh, sie hat hinten die Tür aufgemacht. Ich bin mal weg. Ja, ich habe es gerade gesehen. Herzschlag-Sensor. Okay, sie spawnt da hinten. Jetzt ist aber schwierig. Sie sankt in der Avoz conjugierung. Skao ich an der coolest? Dann pick ich jetzt mal raus. Matt. juice, zuhör. Genau, Herzschlag-Sensor. Hier, das ist mein Real-Life-Puls. Ich habe mal so ein Pulsmesser umgeschnallt. Ja, in Echtzeit ist es nicht... Es hat 5 Sekunden Verzögerung ungefähr. Aber wenn ich mich erschrecke, sieht man es, dass der Puls dann mal ordentlich nach oben rast. Oder wenn ich auf Toilette laufe. Da muss ich nämlich um die Treppen rauflaufen. Fingerabdrücke können es nicht sein, der Norby. Wir haben schon 2 Hinweise gefunden. Und uns fehlt entweder Orbs oder das ihr ins Buch schreibt. Eins von den beiden Sachen kann es nur noch sein. Wir haben schon EMR 5 und Geisterbox. Das heißt, es kann jetzt noch ein Gin und ein Oni sein. Beziehungsweise ich gucke immer gerne hier nach. Ich habe hier so ein Bildchen. Wir haben EMR 5 und die Box. Also Orb für den Gin oder Oni fürs Buch. Ist da die jetzt drin? Das Hand. Fuck! Warum gehst du denn rein? Ich bin reingewerken wegen dem Buch. Aber dass die auch direkt auf der Treppe spawnt. Ich bin voll in sie reingelaufen. Also ich gehe jetzt mal vom Buch aus. Weil so wie wir hier alles vermint haben mit Kameras, müssten wir die Orbs eigentlich. Oder verbackte Orbs. Also man hat hier relativ oft verbackte Orbs halt leider. Ich habe halt gesehen in diesem einen Raum, wo die Kamera hier steht, dass sie da spawnt. Ja, die kann ja auch im Umkreis, da wo sie verschwunden ist, dann wieder. Die hat nicht einen festen Spawnpunkt, dass die immer an der selben Stelle spawnt. Okay. Ich bin voll in sie reingelaufen. Äh, 125, glaube ich. Aber ich habe auch gerade einen recht niedrigen Ruhepuls. Normalerweise habe ich einen Ruhepuls von über 90. Ich bin halt total aus dem Training schon. Ich schliege auf der Treppe. Ich muss ja deine Leiche Gott sei Dank nicht bergen. Alter. Aber ich habe eine Pille gegessen. Ja, aber wir haben, na gut, jetzt eine durchschnittliche Team Salty von 7. Also wenn du 80 hattest und ich hatte 10, waren wir bei 40. Und bei unter 60 können die handen. Ich weiß es nicht genau. 60 oder 60. Ich glaube der Revenant bei 65 oder 70 und die anderen bei 60 oder sowas. Wo ist denn jetzt das Buch? Hast du das Buch jetzt gesammelt oder was? Nein, ich habe es da hingelegt, wo sie gespawnt ist. Ja, jetzt sehe ich es nicht mehr in der Kamera. Ach, bist du. Da. Ach doch, da ist es. Ja, ist nix drinne. Nee, ist auch nix. Verbackter Orb. Oh, da liegt das Buch an der falschen Stelle. Weil ich will jetzt nicht unbedingt, äh, zwei Pillen hätten wir noch. Ja, ist doch. Ja, aber da muss ich nochmal reinlaufen. Mach. Aber ich denke, sterbe gibt es gar nichts mehr. Spät. No, wirst du noch fahren? Das Buch umlegen gehen, ja. Oh, gut. Oh, wohin? Ich frage sie nochmal, wo sie ist. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du hier? Geht wieder nicht einmal raus, tappen da drauf. Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Next. Wo bist du? Yes. Schreib ins Buch. Wo bist du? Hier. Hier. Oh, da ist der Hammer geflogen. Warst du das, Nettie? Nein. Hast du den Hammer geschmissen? Schreib ins Buch. Could you please write on the book? Yo, bist du hässlich? Ja, du mich auch. Ich fahr jetzt. Ich rate jetzt, Orbs. Sieht aber hübsch aus. Schreib ins Buch. Kannst du bitte ins Buch schreiben? Schreib ins Buch. Write in the book, please. Ich habe keine Lust zu sterben, Nettie. Ja, dann komm raus. Sanity ist bei 60. Oh, habe ich gerade zweimal hier erwischt. Bestes Spiel mal seit LDOE. Dankeschön. Ja, LDOE kommt demnächst auch wieder. Das war ein gutes Geisterblatt. Kommt demnächst auch wieder. An Bewerbung an den Ghostbarn. Der Hammer war... Der Hammer war nix, ne? Nee, leider nein. Aber du kannst mal die zwei Farbdinge, die ich mitgebracht habe, die kannst du mal gucken, ob da Fingerabdrücke drauf sind. Aber wir brauchen keine Fingerabdrücke. Das gibt dann keinen Geist. Ja. Und wir haben keine... Doch, da so ein Ding hier. Aber keine Ahnung, ob wir an sowas überhaupt Fingerabdrücke zurücklassen können. Jetzt habe ich keine Kamera, die auf das Buch guckt. Ich tippe auf, Omi. Ja, bei dem, was rumgeschmissen wurde, ne? Ja, weil ich will nicht unbedingt nochmal rein. Hohe Aktivität leichter zu erkennen. Bewegt sich schneller, wenn so ein Opfer wieder entfernt ist. Ort Strom entziehen hindert den... Den Ort Strom zu entziehen hindert den Geist, seine Fähigkeit zu nutzen. Der Geist hat eben die Sicherung rausgemacht. Würde nicht dafür sprechen, ne? Also Omi. Hatten wir Omi. Ja. Ja. Hast du drin? Ja. Na? Ja, Last on Earth. Seven Days to Die. Urlaub ist schon vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wann ich das wieder alles machen soll. Die ganze Zeit hat jetzt das Ghost Hunters Korb so geil Bock gemacht. Jo. Jetzt hast du natürlich gerade ordentlich Zeug verloren, ne? Zeit im Geisterraum fünf Minuten, da war das bestimmte Flur. Innen zehn Minuten, im Geisterraum fünf Minuten, okay? Jo, jo, jo. War jetzt schon eine Runde? Ja, ich mach jetzt Feierabend. Ja, mach mal Feierabend. So, jetzt wieder zehn nach drei. Stream geht auch schon wieder fünfeinhalb Stunden. Und dann war das der letzte lange Stream. Ich muss am Montag wieder arbeiten. Das heißt Wochenende dann wieder. Mal gucken, Samstag dann. Mal gucken, was an Updates noch kommt. Vielleicht kommt ja für Ghost Hunters Korb was an Updates. Ähm. Ansonsten würde ich das aber auch so nochmal weiterspielen. Mit nächste Woche Samstag brauchst du mit mir nicht zu rechnen. Okay. Kindertag bei Oma. Ah, okay. Joa, mach. Wenn ich kann, der kann nicht. Und dann August, so Ende August, kannst du ein Wochenende auch nicht mit mir rechnen. Ich guck grad, wann der erste ist. Der erste ist am Sonntag nächste Woche. Ah, okay. Ich weiß. Ja, ich musste grad gucken, welches Datum das ist. Ah, beziehungsweise welcher Wochentag das ist. Ja, damit danke ich mich für's mitgespielt haben. Tut mir leid, dass du jetzt in der letzten Runde verlor... äh... gestorben bist. Du hast natürlich einiges verloren, ne? Das war jetzt reiner Zufall. Ja, ja, ja. Machst du nix. Kannst du nix dafür. Und wir bist ja noch... Ja, ich geh jetzt mal ins Bett. Ich sag grad tschüss. Hopp. Wir haben grad den letzten Ründchen hier gespielt. Und äh... Ich geh dann jetzt nach dem Bett. So, verlassen. So, und diese komische Sicht, die ich am Anfang hatte... Achso, nett, hier bist du schon ganz raus aus dem Spiel? Nee. Äh, kannst du mal wenn... Ich hab jetzt verlassen. Jetzt bist du ja hier aber in deinem Menü, ne? Ja. Bei Optionen, PC-Einstellungen. Mal gucken, was bei dir bei Sichtfeld steht. 70. 70. Okay. Weil ich hab's jetzt eben auf 60 gestellt, weil das... Na, der 90-Grad-Winkel sah bei mir so komisch aus. Da ist 70 wahrscheinlich der normale Winkel. Aber das sieht auch schon ein bisschen verzerrt aus. Oh ja. Ich lass lass mal 60. Oder? Egal. Aber das 90. Das da hast du halt so komischen Tunnelblick gehabt. Das sah eben so ganz komisch aus. Arson macht noch... Ja, reden wir denn. Wie viele Leute haben wir denn? Acht Mann noch dabei. Dann reden wir mal rüber, wa? Guti. Nettet ihr schon mal gute Nacht? Ich sag's in dem Chat noch, gute Nacht. Und dann hören wir uns die Tage wieder, ne? Ich hab noch den Chat. Ich warte. Alles gut? Nö, genau. Äh, haben wir hier mal das Spiel verlassen. Da wollte ich mal hier drin bleiben. Sag ich euch schon mal gute Nacht. Vielen Dank fürs Zugeschaut haben. Achtzehn Mann auf YouTube, acht Mann auf Twitch noch dabei. Twitch reden wir jetzt mal noch den Arson. Oder der Arson. Er nennt sich der Arson. Und... Dann könnt ihr da noch ein bisschen Phasmophobia gucken. Ähm, machen wir da, machen wir da, machen wir Twitch. Der Arson war das, ne? A-R-S-O-N. Genau, hat 5. Ja, reden wir mal. Und Naxx. Naxx-Quintur, it takes two, okay. Nö. Der Arson. Da reden wir jetzt mal schnell rüber. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Der... Nicht ohne Freizeich, ne? Der Arson. Wunderbar. Ich wünsche euch was. Bis dahin, gute Nacht. Macht's gut. Tschö. Tschö.